Ein viertes Gespräch, sehr kurz. Das Wichtigste bei allen seinen Morden war trügerisch einfach. Keine erkennbare Handschrift hinterlassen. Edwarners Tod war ein cleveres Puzzle, das sorgfältige Planung erfordert hatte. Ihm unter einem Vorwand in seinem Sprechzimmer gegenüber zu sitzen, hatte sich angeboten, hatte aber dennoch der sorgfältigen Vorbereitung bedurft. Der Witz daran war gewesen, dass es nach einer typischen Therapiesitzung aussah, nur dass er ihm zum Abschied nicht die Hand geschüttelt, sondern aus nächster Nähe in den Kopf geschossen hatte. Der 40 Jahre alte Film »Die drei Tage des Condor« hatten ihm für dieses Szenario als Inspirationsquelle gedient. Robert Redford, Faye Dunaway und Max von Sydow. Er ging davon aus, dass kein Polizist von heute, selbst jemand mit einem Faible für altmodische Thriller, ihn gesehen hatte. Jeremy Hogan stellte ihn vor ganz andere Probleme. Ich habe ihm viel zu viel verraten. Der Mann ist nicht auf den Kopf gefallen, aber er ist ratlos, wie er weiter vorgehen soll. Handle, bevor er etwas unternehmen kann. Er war sich natürlich im Klaren, dass diese Reichweite allenfalls für den seltenen, präzisen, tödlichen Schuss eines erfahrenen Scharfschützen einer militärischen Sondereinheit zutreffe. Effektive Reichweite 200 bis 400 Meter. Das wäre der hochkarätige Schuss eines geübten Großwildjägers, ein Schuss, der sich herumsprechen würde. Normale, nutzbare Reichweite 25 bis 50 Meter. Das entspräche dem Schuss eines Wochenendkriegers, der sehr von seinem Jagdtalent überzeugt ist und sich für einen modernen Davy Crockett hält, bis an die Zähne mit teurer Ausrüstung bewaffnet, die ein paar Mal im Jahr aus dem Schrank geholt wird. Der Professor war der letzte Kandidat auf seiner Todesliste. Er fragte sich, ob ihm dieser krönende Abschluss, nachdem er in all den Jahren so weit gekommen war, wirklich die emotionale Befriedigung verschaffen würde, die er brauchte. Da liegt die größte Gefahr, machte er sich bewusst. Dagegen nimmt sich eine Verhaftung, Überführung, Verurteilung und jahrelange Haft, bis man schließlich dem Henker gegenübersteht, fast harmlos aus. Am Ende zu scheitern, nachdem er es so weit gebracht hatte, wäre ein unerträgliches Desaster. »Ein seltsamer Gedanke für einen Mörder«, sagte er laut vor sich hin, nachdem er ihm eine Weile durch den Kopf gegangen war. Die einzige Antwort war der letzte Akt. Er wandte sich wieder seinen umfangreichen Vorbereitungen zu. Reisetasche, Tarnkleidung, einschließlich Sonderanfertigung eines Tarnanzugs, der sich neben denen der Scharfschützen beim Militär sehen lassen konnte. Schwere Stiefel mit tiefem Waffelprofil, eine ganze Größe zu klein. Zu diesem Zweck hatte er Innenplatz für die Zehen ausgeschnitten. Rucksack mit Notstirnlampe, Schanzzeug, Wasserflasche und Sportriegel. Die gesamte Ausrüstung hatte er von seinem Wohnmobil in Massachusetts herübergebracht, wo sie besser in die Landschaft passte als in New York. Student Nummer fünf hielt inne und griff zu einer angefertigten Grundrissskizze von Jeremy Hogan's Haus sowie einem genauen Tagesplan der Lebensgewohnheiten von Jeremy Hogan. Ist ihm eigentlich bewusst, fragte er sich, dass er jeden Morgen pünktlich zur selben Zeit aufs Klo geht? Ob er sich schon mal Gedanken darüber gemacht hat, dass er im Wohnzimmer grundsätzlich im selben Sessel sitzt, egal ob zum Lesen oder um sich die wenigen Fernsehsendungen anzuschauen, die ihn interessieren. Britische Komödien auf PBS natürlich. Selbst sein Schreibtischstuhl steht immer haargenau am selben Fleck. Und wenn er sich seine Fertiggerichte in die Mikrowelle schiebt, verzehrt er sie immer an demselben Platz am Esstisch. Weiß er das? Hat er auch nur die leiseste Ahnung, wie vorhersehbar seine Routine ist? Wohl nicht. Sonst könnte er womöglich sein Leben retten. Tut er aber nicht. Jede vorhersagbare Situation war eine Option für den tödlichen Schuss. Ausweidemesser, Einweghandy. Er überprüfte noch einmal den Wetterbericht, die GPS-Route, die er eingegeben hatte, rechnete zum dritten Mal den genauen Zeitpunkt für den Sonnenuntergang im Westen nach und wie viele Minuten ihm zwischen dem Tod und dem Einbruch völliger Dunkelheit blieben. Wie jeder gute Jäger, dachte er. Er bediente sich einer alten Masche, um außerhalb der Jagdsaison wild anzulocken. Eine kleine Salzlecke, die er vor einer Woche in einer Lichtung angebracht hatte. Er befand sich tief im Wald, etwa eine Meile von Jeremy Hogan's Haus entfernt, auf wildwüchsigem, aber begehbarem Gelände. Schon so früh am Nachmittag drang ihm die feuchte Kälte durch die Kleidung, doch wenn er sich erst einmal in Bewegung setzte, würde ihm von selber warm. Er saß reglos unweit der Salzlecke, gegen den Wind, das Gewehr im Anschlag, den Lauf zur Stabilisierung beim Schuss auf einen Baumstumpf gestützt. Von Zeit zu Zeit justierte er die Schrauben an seinem Zielfernrohr, damit er die Stelle mit der Lecke immer genau im Fadenkreuz behielt. Er hatte einen Glückstag. Gerade einmal neunzig Minuten waren verstrichen, als er im dichten Geäst die erste Bewegung bemerkte. Behutsam verlagerte er sein Gewicht und wartete. Ein Ricke. Allein. Er lächelte. Perfekt. Das Tier trat vorsichtig auf die Lichtung und hob den Kopf, um Witterung oder Geräusche aufzunehmen, die in seiner Welt Gefahr bedeuteten, ohne zu merken, dass Student Nummer 5 das Gewehr angelegt hatte. Ihm stiegen Erinnerungen an frühere tödliche Schüsse auf und lenkten ihn für eine Sekunde ab. Er zwang sich zur Konzentration und beobachtete das Reh dabei, wie es sich zaghaft der Salzlecke näherte. Ich möchte dir helfen, hatte Ed Warner gesagt. Die Chance hast du verpasst. Als wir jung waren, hätte ich deine Hilfe nötig gehabt. Jetzt nicht mehr. Aber nein, hatte der Psychiater mit angespannten Stimme beharrt. Es ist nie zu spät. Was meinst du, Ed? hatte Student Nummer 5 dagegen gehalten. Was für ein Licht wirft es wohl auf deine Praxis, wenn du nicht verhindern kannst, dass sich ein alter Freund vor deiner Nase erschießt? Eine wunderbare Lüge, die er sich ausgedacht hatte. Dann war er aufgestanden und hatte sich den Lauf der eigenen Waffe schussbereit an die Schläfe gesetzt. Eine überzeugende Vorstellung. Student Nummer 5 wusste, dass Ed Warner besser als jeder andere seine Körpersprache lesen, seine heisere Stimme registrieren und mit Entsetzen den Schuss erwarten würde, mit dem sich sein frühere Kommilitone wie angekündigt wo er seinen Augen das Leben nähme. Die Dramaturgie eines Shakespeare oder auch eines Tennessee Williams. Dabei war Student Nummer 5 unauffällig, langsam um den Schreibtisch herumgegangen und hatte sich seiner Zielperson genähert. Er hatte die Bewegungsabläufe hundertmal geübt, Finger am Abzug ein wenig nach vorn gebeugt und dann, bevor der Psychiater registrierte, was tatsächlich gespielt wurde, hatte er Warner die Waffe an die Schläfe gedrückt. Kopfschuss. Abdrücken. Feuer. Er richtete das Fadenkreuz auf die Brust des Rehs und bildete sich ein, zu sehen, wie sie sich mit jedem Atemzug hob und senkte. Das Tier war misstrauisch. Es hatte Angst. Und allen Grund dazu. Herzschuss. Abdrücken. Und Feuer. Der Tierkadaver war noch warm und ein wenig Blut ran ihm die Jacke herunter. Sechzig Pfund, schätzte er. Ziemlicher Brocken. Aber machbar. Schließlich hast du für diesen Moment hörniert. Bevor er sich das Reh über die Schulter warf, hatte Student Nummer 5 das, was von der Salzlecke übrig war, mit einem Klappspaten abgedeckt. Dann hatte er das Reh zu dem Trampelpfad durch den Wald getragen, den er zu Übungszwecken mehrfach mit einem schweren Rucksack zurückgelegt hatte, und war zum Haus von Jeremy Hogan aufgebrochen. Die erste Dämmerung setzte ein, doch er war zuversichtlich, dass ihm genug Licht blieb. Knapp, aber gerade noch genug. So war das nun mal beim Töten, rief er sich ins Gedächtnis. Es lief nie hundertprozentig nach Plan, ging aber auch nie so daneben, wie man fürchtete. Auf seinem Weg durchs Unterholz und über umgestürzte Baumstämme schlug ihm die Waffe am Schulterriemen ständig auf den Rücken. Er hätte sich eine Machete besorgen sollen, um sich durch das Gebüsch zu schlagen, andererseits wollte er keine Kriminaltechniker auf seine Fährte durch den Wald aufmerksam machen. Dass er eine Laufspur hinterließ, war ihm klar, doch seine zu kleinen Stiefel drückten sich in unregelmäßigen Abständen und in einem Zickzackmuster im nassen Laub ab. Das war wichtig. Der Himmel über ihm war grau, die dunklen Wolken verhießen kalten Regen. Das war gut. Regen würde jede Spur verwischen. Ein Dorn verhakte sich in seiner Hose. Er keuchte heftig, er war erschöpft, die Last auf der Schulter drückte ihn nieder, und er war erregt. Er drosselte sein Tempo. Je näher er seinem Ziel kam, desto vorsichtiger musste er agieren. Als Student Nummer 5 die Stelle Sardia ausgesucht hatte, zwang er sich, auf jeden Schritt Acht zu geben, nur ja nicht durch eine abrupte Bewegung unnötig Aufmerksamkeit erregen. Langsam pirschte er sich bis zum Waldrand heran. Dabei ließ er Jeremy Hogans Grundstück, etwa 40 Meter ungepflegten Rasen, nicht aus den Augen. Er ist da. Er ist drinnen. Er wartet, ohne zu wissen, wie nah sein Ende bevorsteht. Am letzten Baum an der Grundstücksgrenze ließ er das Reh mit einem dumpfen Aufprall zu Boden fallen. Er bückte sich und rückte den Kadaver so zurecht, wie es im Wald tödlich getroffen liegen geblieben war. Ein zusammengebrochenes Reh. Kein nachträglich abgelegtes Reh. Geduckt schlich er sich im Schutz des Dickichts von dem Kadaver zurück, ohne das Haus und das Gelände eine Sekunde aus den Augen zu lassen. Nach etwa 20 Metern hielt er an einer alten Eiche an. Genau in Schulterhöhe befand sich die Gabel eines abgebrochenen Astes, perfekt, um das Gewehr darauf abzustützen. An dieser Stelle befand sich eine gerade, schmale Schneise direkt bis zum Haus. Keinerlei geäst, das den Schuss auch nur minimal abfälschen könnte, sodass er daneben traf. Das tote Wild lag genau in der Schusslinie. Er hob das Gewehr an die Schulter und blickte durch das Zielfernrohr. Er zögerte einen Moment und fragte sich, was werden die Kops sehen? Eine einfache Antwort. Einen Mord, der nicht im Entferntesten danach aussieht. Er war so konzentriert, dass er nicht hörte, wie in diesem Moment ein Wagen heranfuhr und an der Vorderseite des Hauses hielt. Von seiner Warte aus konnte er ihn nicht sehen. Jeremy Hogan saß an seinem Schreibtisch und machte sich fieberhaft Notizen auf einem Schreibblock. Er hatte das ganze Gespräch vom ersten bis zum letzten Satz festgehalten, jeden Eindruck, die kleinste flüchtige Assoziation, alles, was vielleicht dabei helfen konnte, die Identität von Mr. Wer ist Schuld aufzudecken. Er schrieb so schnell, dass er seine Beobachtungen nicht mehr mit der wissenschaftlichen Präzision zu Papier bringen konnte, die er sich in seinem langen Berufsleben zu eigen gemacht hatte, sondern eine Seite nach der anderen bis über die Linien hinaus vollkritzelte. Erst als er den Wagen vorfahren hörte, legte er den Stift weg. Das sind sie. Müssen sie sein, sagte er. Als Jeremy aus dem Fenster blickte, sah er, wie ein junges Paar aus einem unauffälligen Leihwagen stieg. Er lächelte. Was für ein schönes Mädchen, flüsterte er. Er konnte sich nicht erinnern, wann er einmal eine so auffallend schöne junge Frau wie das Mädchen, das sich gerade unsicher vor seinem Haus umsah, bei sich zu Gast gehabt hatte. Ihm kam der seltsame Gedanke, wie unpassend es wäre, mit der jungen Schönheit über Mord zu reden. Er schnappte sich sein Notizblock, sprang auf und eilte an die Haustür. Andy, Candy und Moth waren gespannt, was sie erwartete, als die Tür aufging. Sie sahen einen großen, schlanken, weißhaarigen Mann, der sie freudig begrüßte, jedoch nur mühsam seine Nervosität verbergen konnte. Timothy, Andrea, hoch erfreut, Sie kennenzulernen, wenn auch leider unter diesen problematischen Umständen, sagte Jeremy Hogan. Mit einer höflichen Geste bat er sie ins Haus. Für einen Moment herrschte zwischen ihnen beklommenes Schweigen. Es ist sehr hübsch hier, bemerkte Andy, Candy nur um etwas Nettes zu sagen. Leider einsam und abgelegen, erwiderte Jeremy. Ich lebe hier inzwischen allein. Sein Blick fiel auf Moth, der unruhig von einem Bein aufs andere trat. Ja, dann kommen wir wohl am besten gleich zur Sache, fuhr der Professor fort. Er hielt ihnen den Schreibblock mit seinen Notizen entgegen. Ich habe versucht, das, was ich ihnen sagen kann, so zusammenzufassen, dass sie etwas damit anfangen können, als Gesprächsgrundlage sozusagen. Tut mir leid, wenn das alles höchst verwirrend klingt. Gehen wir ins Wohnzimmer, setzen wir uns zusammen. Bevor sie etwas erwidern konnten, klingelte das Telefon. Jeremy fuhr zusammen, seine Lippen zitterten ein wenig. Er hat mich angerufen, sagte Jeremy gedehnt. Schon mehrmals. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass er das schon wieder ist. Bei unserer letzten Unterhaltung. Da das Klingeln nicht aufhörte, sprach er den Satz nicht zu Ende. Der alte Psychiater wandte sich zu dem jungen Paar um. Wenn es nicht so traurig wäre, müsste man darüber lachen, sagte er. Das Telefon klingelt und es kann entweder nur ein Mörder oder einer von diesen lästigen Spendenanrufen für noch einen guten Zweck sein. Er drückte Andy Candy seine Notizen in die Hand. Warten Sie hier, sagte er und ließ sie in der Eingangsdiele stehen. Sie blickten ihm hinterher, als er in die Küche ging und auf die Anruferkennung seines Telefons starrte. Er las unbekannter Anrufer. Sein erster Instinkt sagte ihm, lass es doch klingeln. Doch dann nahm er ab. Student Nummer 5 brachte den Gewehrlauf in die Visierlinie und zielte. Er hörte, wie Jeremy fragte, ja. An diesem Punkt erübrigte es sich, seine Stimme durch den elektronischen Scrambler zu verzerren. Er wollte, dass Dr. Hogan ihn im Originalton hörte. Jetzt hören Sie mir genau zu, sagte der Anrufer, indem er jedes Wort betonte. Jeremy schnappte nach Luft. Er war so fassungslos, dass er keinen Finger rührte. Student Nummer 5 hatte jetzt Jeremys Rücken im Fadenkreuz. Das Handy am Ohr justierte er behutsam den Lauf und legte den Finger um den Abzug. Eine Geschichtsstunde. Nur für Sie. Jeremy sagte kein Wort, womit Student Nummer 5 auch nicht gerechnet hatte. Vor einigen Jahrzehnten kamen zu ihnen vier Studenten mit der Bitte, dass sie ihnen dabei helfen, das fünfte Mitglied ihrer Studiengruppe aus der medizinischen Fakultät zu werfen, weil sie es für gefährlich geisteskrank hielten und Angst um ihre Karriere hatten. Sie wollten den Studenten opfern, um selbst voranzukommen. Sie taten ihnen den Gefallen. Sie waren der Strippenzieher, der Vermittler. Das Komplott richtete sich gegen mich. Es kostete mich alles. Was meinen Sie? Welchen Preis sollten Sie dafür zahlen? Jeremy begann zu stammeln. Seine Worte kamen so undeutlich heraus, dass er sie selbst nicht verstehen konnte. Das einzige Wort, das einen Sinn ergab, war ein Aber, das wie ein großes Fragezeichen in der Luft hing. Der Preis, Doktor. Student Nummer 5 wusste, dass Jeremy die Frage nicht beantworten würde. Er hatte sich sorgfältig zurechtgelegt, was er sagen würde. Das Gespräch mit dieser Frage zu beenden, geschah mit voller Absicht. Auf diese Weise sorgte er dafür, dass sich der verwirrte, unschlüssige Dr. Hogan nicht von der Stelle rührte. Schönes Blaushemd, das Sie da heute tragen. Was? Platzte Jeremy hier raus. Keine gute Wahl für die letzten Worte, dachte Student Nummer 5. Er ließ das Handy auf die weiche Erde zu seinen Füßen fallen und legte die linke Hand ans Gewehr. Dann atmete er tief ein, hielt die Luft an und drückte ab. Der vertraute Rückstoß. Roter Nebel. Und dann der erste Gedanke, nachdem es getan war. So viele Jahre. Und jetzt bin ich endlich frei. Das einzige Überraschungsmoment an der akribisch geplanten Abfolge des Geschehens war der schrille Schrei, der dem Schuss folgte, wo nach allem menschlichen Ermessen tiefe Stille herrschen sollte und allenfalls ein letzter Nachhall der Explosion. Dieser unerwartete Laut machte ihm zu schaffen. Was ihn nicht daran hinderte, wie geplant, ruhig und umsichtig zu handeln, So bückte er sich, hob das Handy auf, überprüfte seine Umgebung auf irgendwelche verräterischen Spuren, die er hinterlassen haben könnte und trat, als er keine entdeckte, den geordneten Rückzug in den Wald an. Auf den ersten Metern sagte er sich bei jedem Schritt, es ist vorbei, es ist vorbei. Als er tiefer in das Dickicht des Wildparks drang, beschleunigte er seine Schritte im Takt von Bob Dylans Song It's all over now, Baby Blue. Zuletzt beflügelte nur noch ein einziges Wort seine Schritte. Endlich! Teil 2 Wer ist die Katze? Und wer die Maus? Moth log. In gewisser Weise. Er entwickelte bei seinen Antworten eine Methode, eine Unwahrheit so geschickt mit Halbwahrheiten zu garnieren, dass sie glaubhaft klang. Zu seiner eigenen Überraschung ging ihm diese Mischung glatt über die Lippen. Wenn er bedachte, wie sehr seine Abstinenz von seiner rückhaltlosen Ehrlichkeit sich selbst und seinen Mitmenschen gegenüber abhing, war dieses Talent ein zweischneidiges Schwert. Im Haus des toten Professors bimmelte es von Polizisten und Rettungssanitätern. Die Cops hatten Moth und Andy Candy in getrennte Zimmer gebracht, um sie einzeln zu befragen. Von dort aus konnte man den Leichnam des Psychiaters nicht mehr sehen. Also noch einmal, sagte der Detektiv. Was hat sie hergeführt? Vor kurzem ist mein Onkel gestorben in Miami. Selbstmord, antwortete Moth. Wir haben uns sehr nahe gestanden. Dr. Hogan war einer seiner wichtigsten Lehrer an der medizinischen Fakultät. Ich versuche, diesen Entschluss meines Onkels irgendwie zu verstehen und habe deshalb mit verschiedenen Leuten aus seinem früheren oder späteren Umfeld Kontakt aufgenommen. Mit dem Professor habe ich gestern telefoniert. Er hat mich zu sich eingeladen, um persönlich mit mir zu sprechen. In seinem Alter reist man wohl nicht mehr gerne und er sagte, ein solches Gespräch könne man schlecht am Telefon führen. Hat er ihnen gegenüber erwähnt, dass er irgendjemanden begann der Detektiv, doch bevor er seine Frage aussprechen konnte, schnitt ihm Moth das Wort ab. Na ja, fuhr er nachdenklich fort. Wir wollten über meinen toten Onkel sprechen. Ich hatte das Gefühl, dass er mir helfen wollte, darüber hinwegzukommen. Schließlich war er ein bekannter Psychalter. Vielleicht war es auch nur reine Höflichkeit. Oder er war nur ein bisschen einsam, hier draußen so ganz alleine und er freute sich über jeden Besuch. Ich habe ihn nicht danach gefragt. Nichts an der Haltung des Ordnungshüters, seiner Sprechweise oder Fragestellung hätte Moth auf die Idee gebracht, ihm sein Herz auszuschütten. Für eine einzige Unterhaltung haben sie eine weite Reise auf sich genommen. Mein Onkel war meine wichtigste Bezugsperson. Außerdem bekomme ich Studentenermäßigung. Auch Andy Candy übte sich in der Kunst des Lügens. Zwar hinterließen die Geschichten, die sie der Polizei auftischte, einen bitteren Nachgeschmack, doch die Herausforderung versetzte sie in einen hellwachen Zustand, den sie genoss. Und wo genau standen sie, als sie den Schuss hörten? Die Ermittlerin, eine junge Frau, vielleicht gerade einmal fünf, sechs Jahre älter als Andy Candy, bemühte sich um einen knallharten Ton und versuchte Andy Candy mit Stift und Notizblock so einzuschüchtern, wie bei anderen Gelegenheiten vielleicht mit vorgehaltener Waffe. Nach kurzem Zögern deutete Andy Candy auf die Stelle, an der sie gestanden hatte, als Dr. Hogan starb, dann ging sie hinüber, um ihrer Aussage Nachdruck zu verleihen. Genau hier. Und als wir den Schuss hörten und rüberliefen? Hier. Schließlich fuhr sie fort. Dann bin ich in die Küche gegangen. Sie holte tief Luft, als sich in ihrem Kopf der entsetzliche Vorfall wie auf einer Filmrolle noch einmal abspulte. Der Schuss, wie von Ferne, so gedämpft, dass ihr erst allmählich dämmerte, was er zu bedeuten hatte. Ihre erste Reaktion, was war das? Das alles im Bruchteil einer Sekunde. Dann der Blick nach oben, die zersprungene Fensterscheibe. Schließlich ein Anblick, der ihr schriller als irgendein Geräusch in den Ohren dräunte, wie der Hinterkopf des Psychiaters in einer Kaskade aus Blut und Gehirn explodierte. Ein entsetzlicher, dumpfer Laut, als der alte Professor unter der Wucht des Geschosses nach vorn kippte und gegen die Wand schlug. Zugleich fiel ihm das Telefon aus der Hand. Dann sackte der Tote lautlos zu Boden. Zumindest hörte sie nichts, weil sie in diesem Moment einen schrillen, fast unmenschlichen Schrei ausstieß, in dem sich Schock und Panik entluden. Auch Moth brüllte vor Entsetzen, vielleicht nicht so laut wie sie. Dabei ging alles so schnell, dass Andy Candy eine Weile brauchte, bis sie begriff, was geschehen war, und die zersplitterten Eindrücke verarbeiten konnte. Ihre Benommenheit nach dem Schuss war wie das langsame Erwachen aus einem Albtraum. Man denkt, Gott, was für ein mieser Traum, bis es einem dämmert, dass er noch längst nicht zu Ende ist. Moth befragte ein stämmiger Detektiv von etwa 45 Jahren in einem schlecht sitzenden Anzug. Und was genau haben sie getan, nachdem ihnen klar war, dass der Schuss den Professor tödlich getroffen hatte? Moth versuchte seine Reaktionen zu rekonstruieren und zu entscheiden, welche heroischen Details er einfließen ließ und welche Ängstlichen er lieber verschwieg. Zunächst hatte er einen Satz nach hinten gemacht, bevor er sich umdrehte, Andy packte und in einen sicheren Winkel neben der Haustür zog. Als der Psychiater auf dem Boden zusammensackte, hatte sich Moth neben Andy Candy gekauert und über sie gebeugt, als müsste er sie vor herumfliegenden Trümmerteilen schützen. Dann meldete sich die Vernunft zurück, er ließ die Freundin los und hastete in die Küche. Plötzlich war er in der Lage, sämtliche Aspekte eines gewaltsamen Todes zu sondieren. Allerdings kam er nicht auf den logischen Gedanken, dass er sich womöglich selber in die Schusslinie begab. Wie ein Frontsanitäter beugte er sich über das Opfer, zog jedoch die Hände zurück, als er sah, dass nichts mehr zu machen war. Hier konnte kein Druckverband mehr eine Blutung stillen. Auch jede Mund-zu-Mund-Beatmung kam zu spät. Um den zertrümmerten Kopf des Toten breitete sich bereits eine rote Lache über den Boden aus, in die sich Knochensplitter und weiche Fetzen Gehirnmasse mischten. Das blutverschmierte, verfilzte graue Haar am zerschmetterten Schädel hatte sich ihm als besonderer Schock ins Gedächtnis eingebrannt. Dann entdeckte er das Waffenarsenal auf dem Esstisch. Mit einem trotzigen Schlachtruf sprang er hinüber, griff zum Gewehr, ohne zu prüfen, ob es geladen war, wozu er sich ohnehin außerstande sah, der zum ersten Mal eine Schusswaffe in den Händen hielt, zerrte an der Hintertür, mühte sich kostbare Sekunden lang mit dem Riegelschloss ab und rannte schließlich wie vom Teufel besessen nach draußen. Dort legte er das Gewehr an und schwenkte es, den Finger am Abzug nach links und nach rechts, bis er feststellte, dass weit und breit kein Mensch zu sehen war. Trotz seiner Angst folgte er diesem diffusen Instinkt, Andy Candy und sich selbst zu schützen. Er hielt den Atem an. Einige Sekunden lang, die ihm wie eine Ewigkeit erschienen, stand er da und blickte in das letzte abendliche Dämmerlicht. Er wollte auf etwas oder jemanden schießen, doch vor seinen Augen erstreckte sich hinter dem Rasen nichts als schwarzer, undurchdringlicher Wald. Also kehrte er ins Haus zurück. Alles in Ordnung, sagte er zu Andy, auch wenn ihm die Logik dieser Behauptung selbst entging. Auch sein nächster Satz erschien ihm im Nachhinein äußerst spekulativ. Der Kerl hat sich aus dem Staub gemacht. Andy Candy brannten die Tränen in den Augen, doch gleichzeitig erfasste sie eine bleierne Schwere. Nach ihrem Schrei hatte sie vor Entsetzen die Hand vor den Mund gelegt, und in dieser Haltung blieb sie reglos an der Schwelle zur Küche stehen, wo sie wie gebannt auf den Leichnam des Psychiaters starrte, obwohl sie den Anblick nicht ertrug. Sie hatte weiche Knie und konnte sich nur mit Mühe aufrechthalten. »Haben wir...« stammelte sie. »Wer... Ich meine...« Sie verstummte. Die Frage nach dem »Wer...« erübrigte sich. Die zusammenhanglosen Worte brannten ihr in der trockenen Kehle. Moth wirkte seinerseits kalt, als agierte er mechanisch. »Wer wissen, wer es war«, sprach er aus, was Andy dachte. Er legte das Gewehr auf den Tisch zurück. Andy brach der Schweiß aus, obwohl sie so froh, dass sie zitterte. »Moth, lass uns hier verschwinden«, sagte sie. »Bloß weg, sofort!« »Bloß weg«, war ihr einziger Gedanke. »Sich verstecken.« »Doch dann...« »Wo?« »Ich glaube, das geht nicht«, antwortete Moth. Sie konnte nicht mehr klar denken und zwischen falsch und richtig unterscheiden. Ob Moth dazu noch fähig war, erschien ihr mehr als fraglich. Der einzige Gedanke, den sie fassen konnte, war die Sorge, dass jeden Moment ein anderes Fenster zersplitterte und die Kugeln eines Scharfschützen sie oder Moth trafen. Solange sie im Haus waren, wähnte sie sich in größter Lebensgefahr und mit jedem Moment, den sie zögerten, gaben sie dem Killer Gelegenheit nachzuladen, anzulegen und ihrem Leben ein Ende zu setzen. Bei der Vorstellung taumelte Andy Candy zurück. Obwohl sie sich gerade noch an der Wand abstützen konnte, fürchtete sie, bewusstlos zu werden. »Hilfe!« flüsterte sie. Moth wollte zu ihr eilen und sie in die Arme schließen, während er ihr über das Haarstrich und ihr gut zuredete. Seine Vorstellung davon, wie sich ein Held in einer solchen Lage benimmt, entsprach dem gängigen Hollywood-Ideal. Doch als er Andy zu Hilfe eilen wollte, fühlten sich seine Füße wie taub an. Er stolperte und blieb in kurzem Abstand vor ihr stehen. Er sah, wie Andy zu ihrem Handy griff. »Notruf!« »Natürlich!«, dachte er. Doch er sagte, »Warte eine Sekunde!« Das Bedürfnis, seine Freundin zu trösten, verflog, als der Killer-Instinkt in ihm erwachte. Er kehrte zu dem Tisch mit den Waffen zurück und griff diesmal statt des Gewehrs nach dem Revolver und mit der anderen Hand nach sämtlichen Patronenschachteln für die Handfeuerwaffe. »Ich schätze, die werden wir brauchen.« »Und den auch.« Dabei zeigte er auf den linierten Block mit den handschriftlichen Notizen des Psychiaters, der Andy Candy in der Tür auf der Schwelle zur Küche heruntergefallen war. »Würde die Polizei?«, fing sie an, bevor sie begriff, was Moth ihr sagen wollte. Sie bückte sich nach dem Block und drückte ihn Moth in die Hand. In diesem Moment war ihr nur vagebewusst, dass sie gerade eine Grenze überschritten, vor der jeder Mensch, der bei klarem Verstand war, zurückgeschreckt wäre. In welche Gefahr sie sich dabei begaben, war ihr in diesem Moment nicht einmal ansatzweise bewusst. »Also gut,« sagte Moth und klemmte sich den Schreibblock unter den Arm. »Jetzt kannst du deinen Anruf machen.« Sie wählte. »Und was soll ich sagen?« »Sag ihnen einfach, es sei ein Schuss gefallen, aus einem Gewehr.« Vor Anspannung zuckten ihr die Glieder. »Und was sagen wir, wenn sie hier sind?« Der gesunde Menschenverstand hätte ihnen dringend geraten, alles, was sie wussten, auf den Tisch zu legen, auch wenn es nicht allzu viel war. Die Polizei kannte sich mit Tötungsdelikten aus und so bot es sich ebenfalls an, ihre Spekulationen offen auszusprechen, die ein abendfüllendes Thema waren. Doch beiden ging derselbe Gedanke durch den Kopf. Es liegt alles allein in unserer Hand. Der Gedanke, sich irgendeinem Kopf anzuvertrauen, erschien ihnen nicht nur dumm, sondern sogar gefährlich. Ihnen geisterte nicht nur dieser eine Mord im Kopf herum und trübte ihren Blick für rationale Entscheidungen. Moth war zu allem entschlossen. Er spürte das glühende Bedürfnis nach Rache. »Ein Unfall?« fragte er kalt. Andy Candy kämpfte gegen das Gefühl, an sich auf einem Karussell des Todes zu drehen, das immer schneller kreiste. Und so klammerte sie sich an den erstbesten Vorschlag, der ihr halbwegs einleuchtete. »In Ordnung,« sagte sie. »Ein Unfall oder so. Oder wir wissen es einfach nicht.« Biden war unbehaglich dabei, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Moth ertappte sich bei dem Gedanken, »Das hier ist meine Sache. Das ziehe ich alleine durch.« Andy Candy folgte nur dem einen Instinkt, »Du hast es angefangen. Jetzt bring es auch zu Ende.« Keiner von beiden durchschaute, wie töricht und naiv romantisch ihre Vorstellungen waren. »Sag ihnen einfach, was wir gehört und gesehen haben und das war's,« erklärte Moth. Er überlegte. Ihm war bewusst, dass er sich ein wenig wie ein Theaterregisseur benahm, der eine Schauspielerin anwies, was sie zu tun und zu lassen hatte. Andy, versuch nicht, cool zu sein. Sie wagte einen verstohlenen Blick auf die Leiche des Professors, sofort stiegen ihr die Tränen in die Augen. Was für eine seltsame Aufforderung, dachte sie. Doch viel weiter kam sie mit ihren Gedanken nicht. »Nichts leichter als das,« antwortete sie. Sie fühlte sich am Rande der Hysterie, und es sollte ihr wahrlich nicht schwerfallen, ein wenig davon für ihren Anruf in der Notrufzentrale abzuzweigen. Doch zu ihrem Staunen half ihr der Klang der eigenen Stimme, ihre aufgewühlten Emotionen unter Kontrolle zu bringen. Ihr kam der seltsame Gedanke, »So ist das also, wenn man einen Mord mit ansieht.« Sie gab die Nummer ein, und während sie ihr Handy ans Ohr hielt, kam ihr der absurde Gedanke, sie hätte gerade in einer übersinnlichen Erfahrung ihren eigenen Körper verlassen. Moth drängte an ihr vorbei, riss die Haustür auf und eilte zum Leihwagen hinaus. Im selben Moment meldete sich eine Stimme aus der Einsatzzentrale und Andy Candy hörte sich selbst aus sicherem Abstand zu, wie sie, beziehungsweise diese verlässliche, unerschrockene Doppelgängerin, die Adresse durchgab und die Stimme in der Leitung bat, die Polizei zu schicken. »Haben Sie, als Sie nach draußen gerannt, sind, jemanden oder irgendetwas Auffälliges gesehen?« Moth hatte einen Moment überlegt und dann den Kopf geschüttelt. Die gleiche Frage hatte er sich selbst schon gestellt und einräumen müssen, dass er sie nur mit »Nichts« beantworten konnte. »Nichts Ungewöhnliches.« Abgesehen davon, dass vor wenigen Minuten eine Kugel dem Psychiater den Schädel zerfetzt hatte. Darauf passte zweifellos die Beschreibung »ungewöhnlich«. Doch an diesem Punkt hatte er längst begriffen, dass in seinem Leben nichts mehr normal verlief. Er hoffte, dass Andy Candy zu derselben Erkenntnis kam. »Nein.« Tut mir leid. »Nichts.« Der Detective schrieb jedes Wort, das er sagte, mit. Über die naheliegenden Fragen zu dem tödlichen Vorfall hinaus stellten die Polizisten ihnen beiden auch routinemäßige Fragen. Mit welchem Flug sind sie hergekommen? Oder hat Dr. Hogan vor seinem Tod noch irgendetwas zu ihnen gesagt? Gleichzeitig gingen die Kriminaltechniker, die hinzugezogen worden waren, ihrer Arbeit nach, so wie es Moth bereits in der Praxis seines toten Onkels beobachtet hatte. Als einer der Ermittler die Schusslinie entlang lief und auf das tote Reh stieß, kam etwas Bewegung in die Gruppe und das Wort Jagdunfall machte die Runde. Nicht ganz überzeugend, fand Moth. Doch kaum hatte jemand das Wort zum ersten Mal ausgesprochen, entwickelte es ein hartnäckiges Eigenleben. Mehrmals wurden die beiden gefragt, wie können wir sie gegebenenfalls erreichen, woraufhin sie beide ihre E-Mail-Adressen und ihre Mobilfunknummern angaben. Weder Moth noch Andy Candy hätten nach ihren Befragungen sagen können, was die Polizisten vom Tod des Psychiaters hielten, auch wenn sie den beiden Zeugen ihrerseits die Frage stellten. Fällt ihnen irgendjemand ein, der dem Professor den Tod gewünscht hätte? Und beide antworteten übereinstimmend, nein. Die Lüge war nicht abgesprochen, lag jedoch für beide auf der Hand. Der Schrei machte ihm zu schaffen. Er passte nicht ins Bild und kam völlig unerwartet. Bei allen anderen Morden war kaum einmal etwas schiefgegangen und je öfter er sich diesen Schrei in Erinnerung rief, desto mehr beunruhigte er ihn und es dauerte nicht lange, bis ihm das Problem ernste Sorgen bereitete. Sorgen oder, wie in diesem Fall, eine diffuse Angst waren ihm bislang völlig fremd. Fast hatte er das Gefühl, nicht er selbst zu sein. Ein Gefühl, auf das er sich nicht wie auf jedes andere noch so unwahrscheinliche Risiko über Jahre vorbereitet hatte, traf ihn mit umso größerer Wucht und ungläubig registrierte er, wie ihm das Herz bis zum Halse pochte, die Haut wie unter einem Stromstoß kribbelte und er nicht mehr klar denken konnte. Dieser eigenartige Zustand verschlimmerte sich mit jeder Minute. Solche fremden Empfindungen passten nicht in seinen großen Plan und waren ihm ausgerechnet im Moment seines größten Triumphs ein lästiges Ärgernis. Es hätte Totenstille herrschen müssen. So habe ich es geplant. allenfalls ein kurzes Echo meines Schusses und danach absolute Stille. Wer hat geschehen? Wer war noch in dem Haus? Es hätte niemand da sein dürfen. Eine Putzfrau? Nein. Ein Nachbar? Nein. Ein Techniker, der ein Kabel zu reparieren hatte? Nein. Ich hätte noch einmal zurückgehen sollen. Student Nummer 5 stornierte seinen Flug nach Key West, der für den nächsten Tag gebucht und als Auftakt für einen wohlverdienten Urlaub gedacht war, den er sich wochenlang ausgemalt hatte. In aller Ruhe und Besinnlichkeit wollte er bei einem Cuba Libre an einem Tisch in Louie's Backyard die ersten Pläne schmieden, was er bei seiner Heimkehr von seinem langen, tödlichen Feldzug mit dem Rest seines Lebens anfangen sollte. An Ideen und verlockenden Fantasien fehlte es ihm nicht. Zum Beispiel konnte er sich als Therapeut etablieren und auf diese Weise endlich seine beträchtlichen psychologischen Fachkenntnisse unter Beweis stellen. Beispielsweise konnte er sich vorstellen, in einer offenen Anstalt für ehemalige Patienten der Geschlossenen zu arbeiten oder in der Telefonseelsorge für Suizidprävention. Er brauchte damit kein Geld zu verdienen. Er brauchte nur etwas, um in den Jahren, die ihm noch vergönnt waren, endlich die tiefe Befriedigung zu erfahren, auf die er gehofft hatte, als er sich in jungen Jahren für das Medizinstudium entschied. Er hatte sogar mit dem Gedanken gespielt, wieder Kontakt zu seinen Angehörigen aufzunehmen, das heißt, zu denen, die noch am Leben waren, Cousins und Cousinen, die es in die ganze Welt verschlagen hatte und die seit Jahrzehnten in dem Glauben lebten, er sei schon lange tot. Er fand es überaus reizvoll, sich den Überraschungsschock auszumalen, wenn sich die Nachricht, er sei noch am Leben, wie ein Lauffeuer in der Familie verbreitete. Er ist noch am Leben. Es wäre fast so sensationell wie die Geschichte der japanischen Soldaten, die nach dem Krieg auf einer verlassenen Insel im Pazifischen Ozean aufgefunden wurden und die nach 30, 40 Jahren immer noch glaubten, es herrsche Krieg. Bei ihrer späten Heimkehr wurden sie als Helden gefeiert und mit Orden geirrt. Nun, es gab unendlich viele Möglichkeiten. Er konnte seinen alten Namen wieder annehmen, seine eigene Identität und vor allen Dingen endlich sein Potenzial ausschöpfen, ohne dass irgendjemand ahnte, unter welchen Umständen er sich dieses Wissen angeeignet hatte. Es war eine Metamorphose, bei der er dort wieder anfangen konnte, wo sein Weg als junger Mann jäh geendet hatte. Ein Jungbrunnen sozusagen. Und jetzt das. Plötzlich schien ihm die umgeschriebene Biografie, die mit Händen greifbar war, die endgültige Befreiung aus seiner Leidensgeschichte in Gefahr. Die schiere Möglichkeit versetzte ihn in Rage. Verfluchter Mist! Ein gottverdammter Schrei! Er war bereits seit einigen Stunden damit beschäftigt, das gesamte Inventar des perfekten Mordes an Jeremy Hogan zu sammeln und zu sichten und es für immer zu vernichten. Festplatten und all die Notizen. Fotos, Landkarten, Grundrisse und Routenplanungen, Terminkalender, Erledigungslisten, Waffen, Munition, elektronische Vorrichtungen zur Stimmverstellung und Einweghandys. Sämtliche detaillierten Informationen, die er im Laufe der Jahre zusammengetragen hatte, sämtliche biografischen Daten zum Toten, nicht zuletzt die Aufzeichnungen zu Jeremy Hogans Tagesablauf, ein so wichtiger Umstand bei der Umsetzung seiner Planung. Mit vollem Recht war er davon ausgegangen, dass er endlich sein neues Leben anfangen konnte, wenn all diese Indizien, die ihn mit dem Mord in Verbindung bringen konnten, unwiederbringlich vernichtet worden waren. Gott verdammter Mist! Alles für die Katz! Um sich zu beruhigen, nahm er sich vor, das Problem rational anzupacken und Nachforschungen anzustellen, was es mit diesem Schrei auf sich hatte. Doch selbst dieser aufmunternde Gedanke schnürte ihm die Luft ab. Und so zwang sich Student Nummer 5 zu später Stunde in seiner New Yorker Wohnung, den Computer noch einmal hochzufahren. In wenigen Minuten hatte er eine brandneue Festplatte installiert und dabei unentwegt die wildesten Flüche vom Stapel gelassen. Als erstes besuchte er die Webseite der Trenton Times, der wichtigsten Lokalzeitung der nächstgelegenen größeren Stadt, unweit von Jeremy Hogan's einsamem und jetzt verwaistem Domizil. Die eindeutige Meldung zu dem Todesfall lautete, pensionierte Psychiater bei Jagdunfall in seinem Haus erschossen. Er überflog den Bericht und nickte immer wieder anerkennend. Richtig, genau so ist es gewesen. Doch der Artikel war zu allgemein gehalten, um seine Nerven zu beruhigen. Schlimmer noch, widmete der Verfasser nach einer knappen Zusammenfassung der Todesumstände den größeren Teil seines Beitrags der Würdigung von Jeremy Hogan's herausragenden Verdiensten um die Psychiatrie. Die offizielle Version des Todesfalls wurde in den dürren Worten eines Polizeisprechers zitiert. Alles deutet darauf hin, dass der Professor einem tragischen Missgeschick außerhalb der Jagdsaison zum Opfer gefallen ist. Missgeschick, rief er laut am Rande eines Wutanfalls. Missgeschick? Er starrte auf seinem Bildschirm und hätte ihn am liebsten kurz und klein geschlagen. Na sowas! Student Nummer fünf legte den Kopf in den verspannten Nacken und blickte versonnen aus dem Fenster. Er betrachtete das vertraute Licht am Meer Manhattans. Aus der Tiefe der Straßenschluchten drang das Rauschen des Verkehrs, das immer gleiche Motorengeräusch von PKWs und Lastern, durchsetzt von Hupen und den allgegenwärtigen Sirenen. Alles war so wie immer und trotzdem stimmte etwas nicht. Die vertraute Geräuschkulisse konnte ihn nicht darüber hinwegtäuschen, dass für ihn so etwas wie Normalität in weite Ferne gerückt war. Wie jeder Wissenschaftler, der die Daten aus seinem letzten Experiment sichtet, ging Student Nummer fünf noch einmal jeden Aspekt des Abschusses durch. Wenn man bei einem seiner Toten vom perfekten Mord sprechen konnte, dann bei diesem letzten, bis hin zu seinem abschließenden Anruf, dem kurzen Innehalten, bevor er den Finger am Abzug bewegte. Bis jetzt konnte er noch den festen Druck an seiner Schulter spüren und hatte das kleine Bild in seinem Zielfernrohr vor Augen. Er war sich hundertprozentig sicher gewesen, dass Jeremy Hogan den absolut notwendigen Moment der Angst durchlitten hatte, als er kurz vor seinem Ende erkannte, wer seinen Tod wollte, selbst wenn er sich nicht an seinen Namen erinnern konnte. Einfach ein paar Sekunden, in denen ihn schreckliche Erinnerungen bestürmten. Vor blankem Entsetzen sich sein Magen zusammenzog, das Herz stockte und ihn die Erkenntnis traf, dass er trotz all seiner Vorkehrungen verloren war. Und genau in dem Moment des schlimmsten Albtraums für Jeremy Hogan und der größten Befriedigung für Student Nummer 5 hatte er ihm das Hirn weggesprengt. Wenn das nicht der ideale Mord war, was dann? Ein beneidenswertes Meisterstück, eine Inszenierung, die er bis zum letzten Moment in vollen Zügen ausgekostet hatte. Wäre der Schrei nicht gewesen. Student Nummer 5 vergegenwärtigte sich den Laut immer und immer wieder. Weiblich, schrill. Hatte er noch etwas gehört? Oh, verdammt, verdammt, verdammt! Der Plan war so einfach gewesen. Die Nummer wählen, den einstudierten Text aufsagen, anlegen, zielen, schießen, die Umgebung auf versehentliche Spuren absuchen. Rückzug. Und er hatte sich genau an diesen Plan gehalten, wie es sich gehörte, wie in allen vorherigen Fällen. Nur, dass er diesmal besser gewartet hätte. Er fluchte, krallte die Finger um die Schreibtischkante, stand abrupt auf, marschierte in der Wohnung hin und her, schlug sich mit der Faust in die Hand und ließ sich schließlich auf den Holzboden nieder, um in hohem Tempo Sit-Ups zu absolvieren. Bei 50 stand ihm der Schweiß auf der Stirn und er hörte auf. Nachdem er sich noch einmal eingeschärft hatte, ruhig und konzentriert zu bleiben, kehrte Student Nummer 5 an seinen Computer zurück. Er beschloss es, mit der Webseite des Princeton Packet zu versuchen, der im Zwei-Wochen-Takt erscheinenden überregionalen Zeitung, die mit ihrer Berichterstattung einen weiteren Umkreis abdeckte. Was sofort ins Auge sprang, waren Artikelübersitzungen des Flächennutzungsausschusses, Leinenzwang für Hunde, Testspiele der örtlichen Baseball-Liga sowie Schulprojekte. Mit dann wenig Ausdauer im Mausklicken wurde er fündig, prominenter Professor bei mutmaßlichem Jagdunfall erschossen. Der Artikel unterschied sich nicht wesentlich vom ersten, lieferte jedoch ein paar zusätzliche Einzelheiten, inklusive des toten Rehs und des Satzes »Die Leiche des Psychiaters wurde von Hausgästen gefunden«. Der Professor bekommt nie Besuch, schon seit Jahren nicht mehr. »Was sind das für Leute?« grübelte er. In dieser Nacht fand Student Nummer fünf kaum Schlaf, sondern verbrachte Stunde um Stunde vor seinem Computer, als hoffte er darauf, für seine Ausdauer mit weiteren Informationen belohnt zu werden, die wie durch Zauberhand auf dem Bildschirm erschienen. Zehn Uhr vormittags. Verwende ein Wegwerf-Handy. Halte dich an deine Geschichte. Er hörte das Klingeln in der Leitung und hatte die einleuchtendsten Lügen parat. »Hallo, Princeton Packett, Connie Smith am Apparat?« »Mrs. Smith, hallo. Es tut mir furchtbar leid, Sie bei der Arbeit zu stören. Ich heiße Philip Hogan. Ich rufe aus Kalifornien an wegen meines kürzlich verstorbenen Cousins, entfernten Cousins unglücklicherweise, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Diese schreckliche Geschichte hat uns alle kalt erwischt und wir möchten einfach nur wissen, wie es dazu kommen konnte. Die örtliche Polizei scheint sich ein bisschen bedeckt zu halten. Ich meine, was war das für ein Unfall? Was genau ist da passiert? Ich dachte, vielleicht können Sie mir ein bisschen weiterhelfen. Ja, die Cops sind gewöhnlich ein bisschen zugeknüpft, bis sie einen Fall ad acta gelegt haben, erklärte die Reporterin. In Ihrem Bericht schreiben Sie, es war ein Jagdunfall. Mein Cousin war kein Jäger. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste, also... Er sprach den Satz nicht zu Ende, sondern betonte die letzten Worte so, dass sie als Frage zu verstehen waren. Ja, schon. Ich sag das nicht gern, aber die Sache mit dem Unfall ist Spekulation. Nach allem, was wir wissen, hat ein Irrläufer aus einem viel zu leistungsstarken Gewehr ihren Angehörigen getroffen anstelle eines Rehs. Das heißt, zusätzlich zu einem Reh. Irgend so ein Vollidiot, der außerhalb der Jagdsaison rumballert. Die Polizei fahndet nach dem Schützen. Möglicherweise wird gegen ihn Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben, von einer ganzen Reihe Verstößen gegen das Tierschutzgesetz einmal abgesehen. Aber bisher Fehlanzeige. Deshalb rücken Sie nichts raus. Ja, verstehe. Das klingt ja schrecklich. Ich habe meinen Cousin nie kennengelernt, aber er war ein hochgeachteter Psychiater. Und Sie sagen, er war zu Hause, als das passiert ist. Ja, er war gerade am Telefon, als der Schuss fiel. Also, wenn Sie mich fragen, ein tragisches Vorkommen ist, aber nehmen Sie das, was ich Ihnen sagen kann, mit Vorbehalt. Irgendwann gibt die Polizei eine letzte Pressemitteilung raus, die wahrscheinlich um einiges präziser ausfällt, als das, was ich vom Hörensagen weiß. Verstehe, sagte Student Nummer Fünf und legte so viel Betroffenheit in seine Stimme, wie er konnte. Wie schrecklich. Ja, mein Beileid. Das muss ein schwerer Schlag für Sie alle gewesen sein. Ja, in der Tat. Was für eine Tragödie. Immerhin ein Trost, dass er so ein hohes Alter erreicht hat. Soweit ich weiß, hat mein Cousin seit dem Tod seiner Frau allein gelebt. Er muss traurig und einsam gewesen sein. Dazu kann ich nichts sagen, erwiderte Connie Smith. Wissen Sie schon, wann die Beerdigung stattfindet? Wir werden einen Nachruf veröffentlichen, sobald die Gerichtsmedizin die Leiche freigibt. Am besten erkundigen Sie sich in zwei, drei Tagen nochmal. Ja, mach ich. Ach, eine letzte Frage noch und ganz herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Wie hat man ihn entdeckt? Ich meine, er hat nicht gelitten, oder? Nein, wahrscheinlich war er auf der Stelle tot. Das war Student Nummer Fünf nicht neu. Gelitten hatte der Verblichene davor. Doch er wollte Fragen stellen, die zu dem Bild passten, das er bei der Reporterin hinterlassen wollte. Entfernt. Mehr neugierig als betroffen. Aber wie, setzte er nach, offenbar war ein junges Paar zu Besuch gekommen. Reiner Zufall hat mir ein Polizist im Vertrauen gesagt. Keine Verwandten. Sie müssen aus einem anderen Grund dagewesen sein, doch davon stand nichts im vorläufigen Polizeibericht und ich weiß nicht, in welcher Beziehung Sie zu ihm stehen. Wahrscheinlich ein Medizinstudent, der seinen emeritierten Professor besucht, aber das ist reine Vermutung. Haben Sie mit den beiden gesprochen? Nein. Als ich zum Tatort kam, waren sie schon weg. Die müssen den Schock ihres Lebens abbekommen haben, kommen zu einem harmlosen Besuch und … Den Rest ersparte die Reporterin aus Taktgefühl dem entfernten Verwandten am Telefon. Er war auf der Hut. Ja, nicht übereifrig erscheinen. Ich könnte mich ja vielleicht selbst mit Ihnen in Verbindung setzen, sagte er. Haben Sie Ihren Namen erfahren? Eine Nummer, unter der Sie zu erreichen sind? Ich habe Ihren Namen, sagte sie, aber keine Kontaktdaten. Schätze, die Cops wollten verhindern, dass ich die jungen Leute anrufe, bevor die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen hat. Typisch. Wahrscheinlich ist es Ihnen auch nicht recht, wenn Sie da anrufen, aber die können mich mal. Sollte nicht allzu schwer sein, die beiden ausfindig zu machen. Aber Sie haben bis jetzt … Nein, kann nicht erkennen, was es da groß zu berichten gibt. Es sei denn, die Cops schnappen dann doch diesen dämlichen Jäger. In dem Fall gibt es eine Verhaftung und wir nehmen unsere Berichterstattung wieder auf. Träum weiter, dachte er. Er hörte aufmerksam zu und bat die Reporterin zum Schluss, ihm die Namen der Besucher zu buchstabieren. Wie gebannt starrte Student Nummer Fünf auf die Buchstaben vor ihm auf dem Tisch. Sie schienen zu flimmern wie heiße Luft. Junge und Mädchen. Das Mädchen sagte ihm nichts. Andrea Martin. Wer bist du? Der Name des Jungen dagegen sagte ihm viel. Timothy Warner. Wer du bist, das weiß ich. Er wusste, dass er jeden Grund hatte, wütend auf sich zu sein, weil er da etwas übersehen hatte. Doch er konnte seine abgründige Wut in den anstehenden Recherchen abreagieren. Seine langjährigen Erfahrungen sagten ihm, dass seine Nachforschungen ihn beruhigen würden und dieses scheußliche Gefühl. Er verbot sich, dem Gedanken an die Beschaffenheit seines Gefühls weiter nachzugehen, so wie man ein durchgegangenes Pferd zügelt. Doch der Gedanke ließ ihn nicht los. Was für ein Gefühl. Der Bedrohung? Des Scheiterns? Der Gefahr? Ich hoffe, ich konnte behilflich sein, sagte die Reporterin. Ja, vielen Dank. Sehr sogar, erwiderte Student Nummer fünf. Er hätte lauthals lachen können. Vorstadt-Reporterin. Grünschnabel. Du kriegst den besten Knüller deines Lebens auf den Tisch. Und merkst es nicht. Auf dem Rückflug nach Miami schlief Andy Candy ein. Nach einer Anspannung, die sie so noch nie erlebt hatte, sank ihr Kopf erschöpft auf Moths Schulter. Für Moth war dies vielleicht der erotischste Moment seit Jahren. Ihre Berührung erinnerte ihn an ihre allererste intime Nähe. Das erste ungeschickte Tasten von damals war in seiner Erinnerung zu einem der schönsten Glücksmomente verklärt. Und er wünschte sich plötzlich nichts sehnlicher, als ihre Wange zu streicheln. Doch er tat es nicht. Stattdessen schwelgte er im Duft ihres Haares, während er versuchte, sich auf das zu konzentrieren, was sie gerade mit angesehen hatten. Die gelegentlichen Turbulenzen, die das Flugzeug aufrüttelten, halfen ihm jedes Mal dabei, seine Gefühle beiseite zu schieben und über ihre Lage nachzudenken. Er lauschte auf das gleichmäßige Brummen der Motoren. Eine Flugbegleiterin kam den Gang entlang und schenkte Moth im Vorübergehen ein freundliches Lächeln. Er war froh, uns zu sehen. Erleichtert. Er wollte uns unbedingt helfen. Zum x-ten Mal drängte sich Moth ein schreckliches Bild auf. Der Professor steht in der Tür, streckt zur Begrüßung die Hand aus und bittet sie, hereinzukommen. Wie lange hatte er in diesem Moment noch zu leben? Eine Minute? Zwei? Und dann klingelte das Telefon. Bei dem Gedanken atmete Moth tief ein. Im nächsten Moment alles voller Blut. Andys schrei. Er stellte sich vor, wie es abgelaufen war, wie der Professor nach dem Telefon griff und wie er dann offenbar ausgezählt wurde. Fünf, vier, drei. Dann müssen irgendwelche Worte gefallen sein. Zwei, eins. Und der Schuss. Moth wurde bewusst, dass der Professor dem Anrufer nur stumm zugehört hatte, ohne sich vom Fleck zu rühren. Er hatte nichts gesagt, was darauf hindeutete, dass er den Anrufer erkannte. Wie knapp sind wir beide dem Tod entkommen. Wenn wir ihm nun in diese Küche gefolgt wären und neben ihm gestanden hätten. Stattdessen waren wir ungefähr drei Meter vom Tod entfernt. Aus Angst, Andy Candy könnte den Kopf von seiner Schulter nehmen, wagte Moth nicht, auf seinem Sitz die Haltung zu wechseln. Und dabei blickte er sich wie wild in der Kabine um, als ihn der Gedanke durchzuckte, der Mörder seines Onkels sei ihnen unerkannt an Bord gefolgt. Er brauchte mehrere Sekunden, um seinen rasenden Puls zu beruhigen und sich einzuhämmern. Mach dich nicht verrückt. Er ist nicht hier. Jedenfalls nicht in diesem Flugzeug. Moth schloss die Augen. Bis zu diesem Tag war so etwas wie Mord eine abstrakte Idee, stellte er fest. Sogar als ich Onkel Eds Leiche entdeckt habe, war es immerhin ein Mord, der in der Vergangenheit lag und nicht vor meinen Augen passiert ist. Vergangenheit, Gegenwart, ein fundamentaler Unterschied. Wir lernen dazu. Im Zeitraffer-Tempo. Schnell genug? Schwer zu sagen. Alles, was sie in den letzten Stunden gesehen, gehört, erlebt hatten, war in seinem Kopf zu einem unheilvollen Gemisch aus Gewalt und Tod fermentiert. Der angehende Akademiker in Moth fragte sich, ob dieser geballte Albtraum, mit dem er und Andy fertig werden mussten, mit dem Trauma von Soldaten auf dem Schlachtfeld vergleichbar war. Dann kommen sie zurück und in ihren Albträumen geht das Gemetzel weiter, dachte er. Und wenn sie noch so gut ausgebildet sind, was ihnen am Ende bleibt, sind Verfolgungsangst und nächtliche Schweißausbrüche. Wie können wir uns davor schützen? Misstrauisch warf er einen Blick auf seine rechte Hand, als fürchtete er, dass sie wie in der Zeit seiner versoffenen Nächte zitterte. Dann betrachtete er Andy Candy und zählte ihre gleichmäßigen Atemzüge. Er suchte in ihrem entspannten Gesicht nach dem ersten Zeichen eines immer wiederkehrenden Albtraums. Was sollen wir jetzt machen? In seine rationalen Überlegungen, die ihm bei der Verarbeitung des Schocks helfen sollten, drängte sich ein furchterregender Gedanke. Habe ich das Recht, sie um Hilfe zu bitten, wenn ich sie damit in tödliche Gefahr bringe? Doch so schnell, wie sich die Frage Gehör verschafft hatte, schob er sie wieder beiseite, weil er wusste, wie sehr er auf Andy Candy angewiesen war. Andy Candy erwachte erst beim Landeanflug auf Miami. Noch bevor sie die Augen öffnete, holte sie die Realität ein und sie spürte mit unerbitterlicher Gewissheit, wie sie sich in einem dichtgesponnenen Netz verfangen hatte. Wie sehr sich die Opfer auch wehren mochten, waren sie früher oder später tot. Vielleicht war es für sie noch nicht zu spät, dachte sie. Jeder, der bei Sinnen war, würde, sobald sich die Kabinentüren öffneten, das Weite suchen. Es war nicht das erste Mal, dass ihr dieser Gedanke kam. Doch die Situation hatte sich entscheidend geändert. Es ging nicht mehr um ein intellektuelles Für und Wider, einen Schlagabtausch der Argumente wie in einem Debattierclub an der Uni oder in einer hochgestochenen Diskussion in einem Literaturkurs für höhere Semester. Ihr Verstand musste sich mit einem stärkeren Gegner messen, mit etwas, das tiefer ging als Loyalität. Sie spürte Moth auf dem Sitz neben ihr und ohne sich umzudrehen wusste sie, dass er ohne sie verloren wäre. Er würde blindlings ins Verderben stürzen. Als sie die schrecklichen Minuten im Haus Dr. Hogan's im Geiste noch einmal durchlebten, wurde ihr schlagartig klar, wie naiv und wahrscheinlich grenzenlos dumm sie gewesen waren, auch nur einen Moment zu glauben, sie könnten es mit dem Mann aufnehmen, der den tödlichen Schuss abgefeuert hatte. Sie musste plötzlich an Bergsteiger denken, die von aller Welt dafür gefeiert wurden, dass sie ihr Leben riskierten, um den Mount Everest zu bezwingen. Die Pechvögel, denen beim Aufstieg ein Irrtum in der Planung oder der Einschätzung unterläuft, der sie das Leben kostet, werden heftig kritisiert. Die Bergsteiger dagegen, die im richtigen Moment ihre Grenzen erkennen und noch wenige Meter vom Gipfel entfernt umkehren, um sich in Sicherheit zu bringen, geraten in Vergessenheit. Sie überleben, aber sie werden ignoriert. Nach der Landung begaben sie sich zur Gepäckrückgabe. Moth hatte seinen kleinen Koffer aufgegeben und lief jetzt nervös am Förderband hin und her. Andy Candy wunderte sich über sein seltsames Benehmen, bis ihr dämmerte, dass er den Revolver des Professors eingepackt hatte und jetzt vermutlich fürchtete, dass die Waffe irgendwo beim Sicherheitscheck auf dem Monitor erschienen war. Fünf tote Psychiater, vier Studenten, ein Professor. Wo liegt die Verbindung? Ein gemeinsames Seminar an der Universität? Forensische Psychiatrie? Jeremy Hogan's Fachgebiet? Aber keiner der vier toten Studenten hatte sich darauf spezialisiert. Einer von ihnen war in die Forschung gegangen, einer war Therapeut geworden, einer hatte sich der Kinderpsychiatrie zugewandt und einer der Gerontopsychiatrie. Und lediglich Ed hatte tatsächlich Hogan's Seminar belegt. Andy Candy hatte sich in Moths winziger Küche einen Arbeitsplatz eingerichtet, wo sie auf einem Hocker an der Theke saß und sich inmitten von Kaffeebechern und Zetteln mit Notizen, einschließlich derer von Professor Hogan auf einem Block, über ihren Laptop beugte. Natürlich hätten sie den Schreibblock von Rechts wegen der Polizei in New Jersey übergeben müssen, die höchstens einen flüchtigen Blick darauf geworfen hätte, bevor er in der Asservatenkammer verschwunden wäre. Moth saß an einem kleinen Schreibtisch und arbeitete wie sie am Computer. Es war bereits Mittag und die Sonne flutete herein, doch Andy Candy hatte jedes Zeitgefühl verloren. Moth starrte auf die Liste der Namen. Fünf Todesfälle, alle verschieden. Die spärlichen Informationen, die er vor sich hatte, verrieten ihm zwar, wie die Personen gestorben waren, aber nicht wofür. Sie lebten quer über das Land verstreut. Ihre beruflichen Karrieren wiesen abgesehen vom Fach wenig Gemeinsamkeiten auf. Das Gleiche galt für ihr Familienleben, ihre Lebensläufe hätten kaum unterschiedlicher sein können. Die einzige Überschneidung war ein Studienprogramm im dritten akademischen Jahr, in dem sie alle beschlossen, in die Psychiatrie zu gehen. Und was sagte ihm das? Der Mörder seines Onkels war entweder ein Patient, den alle vier als Studenten behandelt hatten, oder jemand, der sie unterrichtete, oder ein Kommilitone im selben Programm. Wieso, überlegte er, sollte ein Lehrer seine ehemaligen Studenten umbringen? Moth löschte diese Rubrik. 30 Jahre nach dem Studienabschluss. Sein Onkel wird tödlich von einem Pistolenschuss in die Schläfe getroffen, der nicht von seiner eigenen Hand abgefeuert wird. 30 Jahre nach dem Studienabschluss, Moth und Andy Candy werden Zeugen, wie Professor Hogan durch einen Fernschuss aus einem leistungsstarken Gewehr tödlich getroffen wird. Und von den fünf Todesfällen waren nach ihrem derzeitigen Stand in zwei Fällen Schusswaffen im Spiel gewesen. Ein Student, ein Professor, Also, sagte Moth zu Andy, über zwei der Todesfälle wissen wir Bescheid. Bei den anderen müssen wir ein bisschen recherchieren. Sie nickte. Einer der drei anderen ehemaligen Studenten, ein Anruf bei einer reichen Witwe. Wann und wie ist er gestorben? 20 Jahre nach dem Studienabschluss. Unterm Strich läuft es auf eine Dummheit hinaus. Ein blöder Irrtum und ein aufsehenerregender Rechtsstreit. Eine junge, unerfahrene Krankenschwester springt für eine krankgeschriebene Kollegin ein, die junge Schwester hat noch nie in der Intensivstation gearbeitet und ließ die Instruktionen des Herzchirurgen für die postoperative Medikation falsch und die Injektion, die sie verabreicht. Es folgt eine Geschichte über handschriftliche Anweisungen auf einem Patientenblatt, über eine Medikation, bei der aus 0,50 Milligramm bedauerlicherweise 50 Milligramm wurden. Fehler dieser Art gehörten zum Alltag der Intensivstationen und kamen vermutlich häufiger vor, als die Krankenhäuser zugaben. Die Witwe schien sich mit dem tragischen Missgeschick ausgesöhnt zu haben. Der Chirurg war erschöpft und in Eile, und obwohl er später beharrlich leugnete, dass ihm dieser Fehler auf dem Patientenblatt unterlaufen war, was soll man dazu sagen. Sie schwieg einen Moment, dann fügte sie hinzu. Hätte, wäre, wenn. Davon wird er nicht wieder lebendig. Und das Problem mit der Klaue von Ärzten ist schließlich nicht neu. Die Frau stieß einen tiefen Seufzer aus. Auf dem Blatt war eine seltsame Stelle zu sehen. Die Anwälte haben sie mir gezeigt. Es sah fast so aus, als hätte sein Kugelschreiber keine Tinte mehr gehabt oder als hätte da jemand irgendetwas getilgt. Durch Tröpfchen zum Beispiel von irgendeiner Flüssigkeit, die draufgespritzt ist. Und der Chirurg hat behauptet, genau an der Stelle hätte das Komma gestanden. Damit hätte er sich jedenfalls vor Gericht verteidigt. Nur, dass es nie zu einem Prozess gekommen ist. Was hätte es genützt, sich ewig darüber zu streiten? Er war tot und die Anwälte des Krankenhauses waren sehr darum bemüht, den Fall mit einer Abfindung zu schlichten. Wieder ein Seufzer. Das muss man sich mal vorstellen. Man stirbt wegen eines kleinen Kommas auf einem Papier. Es ist mittlerweile zehn Jahre her. Irgendwann muss man einen Schlussstrich ziehen. Moth bedankte sich bei der Witwe, entschuldigte sich noch einmal für die Störung und legte mit dem Gefühl auf, dass die Frau entgegen ihrer Behauptung noch lange keinen Schlussstrich gezogen hatte. Durchaus plausibel, dass einer unerfahrenen Krankenschwester ein solcher Fehler unterläuft. Jemand, der Medizin studiert hat, kennt sich zweifellos mit Dosierungen und tragischen Irrtümern auf der Intensivstation aus, auch mit der heiklen Frage, wo das Komma steht. Er brütete über dem Wort getilgt, das in dem Telefonat mit der Witwe gefallen war. Der nächste Tote, eine ehemalige Studentin. Ein Anruf bei einem Staatspolizisten, der damals den Hergang des tödlichen Autounfalls rekonstruiert hatte. Wann und wie ist sie gestorben? 18 Jahre nach dem Studienabschluss. Eine barsche, kurz angebundene Stimme. Die Ärztin führte jeden Abend auf einer sehr schmalen, zweispurigen Landstraße ihren Hund aus. Kein Bürgersteig, kein Seitenstreifen. Nicht besonders klug. Obendrein lief sie auf der falschen Seite. Sie hätte auf der Spur des entgegenkommenden Verkehrs sein sollen. War sie aber nicht. Sie und ihr Mann hatten sich gerade getrennt und er hatte die Kinder übers Wochenende und so war niemand zu Hause, um die Polizei zu holen, als sie nicht zurückkamen. Nach den Messungen der Bremsspuren, den Wetter- und den Lichtverhältnissen zu urteilen, wurde sie kurz nach Einbruch der Dunkelheit in einer unübersichtlichen Kurve von hinten erfasst und etwa drei, vier Meter weit mitgeschleift, bevor sie in einen Graben fiel, sodass sie für keinen der nachfolgenden Autofahrer zu sehen war. Das Fahrzeug des Tatverdächtigen war beim Aufprall mit etwa fünfzig Meilen pro Stunde unterwegs. Erst viele Meter nach dem Aufprall waren Bremsspuren zu sehen. Am nächsten Morgen wurde sie dann entdeckt, ausgerechnet von einer Gruppe Schulkinder auf dem Weg zur Bushaltestelle, die nicht wussten, was sie tun sollten und so dauerte es noch einmal ein paar Stunden, bis wir zur Stelle waren. Der Polizist schwieg einen Moment. Eine scheußliche Art zu sterben. Nach dem Aufprall war sie nicht sofort tot. Es war die Kombination aus Blutverlust, Schock und Unterkühlung. Lausig kalte Nacht, unter Null. Vielleicht hat es nur ein paar Minuten gedauert, möglicherweise aber auch Stunden. Die Gerichtsmedizin hat sich da nicht festgelegt. Dieser Scheißkerl hat nicht nur Fahrerflucht begangen, sondern auch noch ihren Golden Retriever getötet. Eine Seele von Hund. Ab und zu hat sie ihn in die Anstalt mitgenommen, der sie arbeitete. Die Leute haben gesagt, der Hund wäre die beste Therapie gewesen. Und ihre Ermittlungen? Sind im Sande verlaufen, antwortete der Polizist. Sehr frustrierend. Das glaubte ihm Moth aufs Wort. Nachdem wir den Wagen anhand von Lacksplittern an der Hundeleine identifizieren konnten, haben wir ihn zur Fahndung ausgeschrieben. Wir haben sämtliche Karosseriewerkstätten im Umkreis von drei Bezirken alarmiert. Sie wissen schon, melden Sie sich bei uns, wenn Sie einen Schaden an der rechten Frontpartie reinbekommen und so weiter. Wir haben stapelweise die Daten von Autovermietungen, Autohändlern und Kfz-Stellen durchforstet. Das ganze Programm. Aber erst nach sechs Monaten wurden wir fündig. Die Stimme in der Leitung war immer leiser geworden, doch an diesem Punkt akzentuierte sie jedes Wort, als käme ihm bei der Erinnerung selbst nach so vielen Jahren die kalte Wut hoch. Ausgebrannt. Abgefackelt. Irgendwo tief im Wald. Die Forensiker haben es geschafft, die Fahrzeugidentnummer am Motor zu entziffern, nur um festzustellen, dass sie zu einem Auto gehörte, das vier Tage vor dem Unfall in einem anderen Bundesstaat auf dem Parkplatz einer Einkaufspassage gestohlen worden war. Wieder herrschte kurzes Schweigen am anderen Ende. Eine Sache werde ich nie vergessen. War nicht zum ersten Mal und auch nicht zum letzten Mal, aber einfach widerwärtig. Was denn? fragte Moth. Er kam sich vor wie ein Reporter beim Fakten sammeln. Je schrecklicher die Details, desto nüchterner hörte er sich an. Rings um den Kadaver des Hundes fanden wir Spuren im Laub und im Schotter, die darauf hindeuteten, dass der Fahrer angehalten hat, ausgestiegen und zu der verletzten Ärztin hingegangen ist, um sich anzusehen, was er angerechnet hatte, bevor er weiterfuhr. Mit anderen Worten, mit anderen Worten wollte der Mistkerl also scheinbar absolut sicher gehen, dass sie stirbt und hat sie dann liegen gelassen. Und? Und das war's, sagt Gasse. Ein verdammter Mistkerl ist mit Totschlag im Straßenverkehr davongekommen. Es sei denn, sie hätten Neuigkeiten für mich. Moth überlegte, wie er auf die Bitte reagieren sollte. Er hätte eine Menge Neuigkeiten für den Polizisten gehabt. Nein, sagte er. Ich wollte mich eigentlich nur mit der Ärztin in Verbindung setzen, um sie vom Selbstmord meines Onkels zu unterrichten. Sie hatten zusammen studiert und es gibt einen Gedächtnisfonds. Als ich erfuhr, dass sie tot ist, hat das einfach nur meine Neugier geweckt. Tut mir leid, dass ich ihre Zeit in Anspruch genommen habe. Kein Problem, sagte der Polizist und Moth hörte eine Spur von Misstrauen heraus. Er konnte es ihm nicht verübeln. Nach dem Telefonat hätte Moth am liebsten mit der Faust auf den Tisch geschlagen. Wo kommt bei einem Totschlag im Straßenverkehr mit Fahrerflucht das Studium der Psychiatrie ins Spiel? Auf Anhieb fiel ihm nichts ein, bis auf die Bemerkung wollte absolut sicher gehen. Und ein weiterer ehemaliger Student. Zwei Telefonate. Wann und wie ist er gestorben? Vierzehn Jahre nach dem Studienabschluss. Erster Anruf? Ein Sohn im College-Alter. Ja, Dad war alleine im Sommerhaus oben am See. Er fuhr immer gern zu Beginn der Ferienzeit hin, bevor der Reiseansturm kam, hat das Haus durchgelüftet, herumgewerkelt und die Einsamkeit genossen. Entschuldigen Sie aber, es fällt mir immer noch schwer, darüber zu reden. Tut mir leid. Zweiter Anruf. Bestattungsinstitut Taylor Fredericks in Lewiston, Maine. Da müsste ich in meinen Unterlagen nachsehen, sagte der Geschäftsführer. Ist lange her. Das wäre nett, erwiderte Moth und wartete geduldig. Nach einer Weile meldete sich der Mann in der Leitung. Mit seinem weinerlichen, säuselnden Ton in der Stimme kam er in Moth wie der Stereotyp eines Bestatters vor. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ein Bootsunfall? fragte Moth. Ja, der Arzt fuhr im Sommer jeden Tag mit seinem kleinen Segelboot raus, aber in dem Jahr war es gerade mal Anfang April, das Ende der Schneeschmelze, kurz bevor die anderen Ferienhäuser geöffnet wurden. Er war Muttersillen allein. Er muss das Boot zu Wasser gelassen haben, um eine kurze Spritztur zu unternehmen. Eigentlich hätte ihm das Wetter eine Warnung sein sollen. An dem Tag hatte er auf dem See nichts zu suchen. Die Leute wollen das nicht hören, aber im April ist der Winter in dieser Gegend noch nicht wirklich vorbei. Es war ein fataler Fehler. Aber wie genau ist er zu Tode gekommen? Wahrscheinlich durch eine unvorhergesehene Böe. Das war zumindest die Theorie des Gerichtsmediziners. Der Windstoß muss ihn seitlich am Bug erwischt haben. Wahrscheinlich war er schon bewusstlos, als er über Bord ging. Die Wassertemperatur lag bei ungefähr sieben Grad Celsius. Naja, wahrscheinlich tiefer. Das überlebt man nicht lange. Die Polizei geht von zehn Minuten aus. Schluss, Ende. Jedenfalls hat es 48 Stunden gedauert, bis Taucher die Leiche fanden, und das auch nur, weil der Eigentümer eines anderen Ferienhauses das gekenterte Boot auf dem See gesichtet und die Polizei gerufen hat. Der Gerichtsmediziner hat eine Verletzung am Hinterkopf festgestellt, aber da war die Leiche natürlich schon zwei Tage lang im Wasser gewesen. Schwer zu sagen, was tatsächlich passiert ist. Außerdem ist das Boot umgekippt, nachdem er über Bord ging. Jedenfalls war das damals die Theorie, und was er bei dem Ausflug bei sich hatte, liegt irgendwo auf dem Grund des Sees. Traurige Geschichte. Die Familie hatte eine Feuerbestattung gewünscht und seine Asche auf dem See ausgestreut. War wohl ein ganz besonderer Ort für ihn. In der Tat, könnte man so sagen, dachte Moth. Der Ort, an dem er ermordet wurde. Allerdings konnte er bis jetzt noch nicht erkennen, wie. Und erst recht gab ihm das, was er von dem Bestatter erfahren hatte, nicht den geringsten Anhaltspunkt, was dieser Unfall mit dem Medizinstudium vor dreißig Jahren zu tun hatte. Verfluchter Mist, flüsterte Moth, nachdem er aufgelegt hatte. Selbstmord, Jagdunfall, Fahrerflucht, Krankenhausfehler, Bootsunglück. Zwischen den Todesfällen lagen entweder Jahre oder wenige Wochen. Von außen gesehen war nicht die geringste Verbindung zwischen diesen Tragödien zu erkennen, die so unterschiedlich waren, wie es nur ging. Das Gesetz der Wahrscheinlichkeit hätte hier völlig versagt. Nur für Moth, der einen Blick hinter die Kulissen geworfen hatte, fügten sich die Vorfälle zu einem Bild zusammen. Er warf einen Blick zu Andy Candy hinüber. Vielleicht nicht nur für mich, sondern für uns beide, hoffte er. Meine Schuld, sagte er laut. Andy sah auf. Das hat Professor Hogan gesagt, fast derselbe Wortlaut wie bei deinem Onkel. Fünf Menschen sind tot. Es muss einen Grund dafür geben. Wir müssen rauskriegen, was sie verbindet. Andy Candy nickte. Wir sollten das hier nicht unterschätzen, sagte sie und deutete auf Jeremy Hogan's handschriftlichen Notizen. Sieht vielleicht nicht nach viel aus, aber ich denke, es ist eine Menge. Wie meinst du das? Er war der einzige Professor. Alle anderen waren Studenten. Folglich wissen wir, wann die Dinge passiert sind, an denen der Mörder ihnen die Schuld gibt. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was es war. Andy Candy legte ihre ganze Überzeugungskraft in die Stimme. Eine Mischung aus der blauäugigen Unschuld des jungen Mädchens und der Hartnäckigkeit eines mit allen Wassern gewaschenen, investigativen Reporters. Keiner der heutigen Mitarbeiter im Büro des Dekanats an der Medizinischen Fakultät war 30 Jahre zuvor schon dabei gewesen und man schräubte sich dagegen, irgendwelche Kontaktdaten zu den Professoren im Ruhestand herauszurücken. Aber sträuben war ein dehnbarer Begriff. Nicht lange und sie hatten die Telefonnummer eines vor langer Zeit emeritierten Professors notiert. Beim vierten Klingelton meldete sich eine Frau. Andy warf einen kurzen Blick auf die Begründung für ihren Anruf, die ihnen bisher so gute Dienste geleistet hatte, Eds Selbstmord, der Gedächtnisfonds. Sie hatte ihr Sprüchlein noch nicht beendet, als ihr die Frau ins Wort fiel. Tut mir leid, ich glaube nicht, dass wir einen Beitrag leisten können. Würden Sie mich vielleicht mit dem Professor persönlich verbinden, hakte Andy Candy nach. Nein. Die deutliche Absage warf sie für einen Moment aus der Bahn. Wirklich, nur für einen Moment? Nein, tut mir leid, er ist im Hospiz. Die Frau klang, als wäre sie in Gedanken weit weg und unterdrückte ein leises Schluchzen. Oh, das, es tut mir furchtbar leid. Sie geben ihm nur noch ein paar Tage. Ich wollte wirklich nicht. Schon gut. Es kommt nicht unerwartet. Er ist schon lange krank. Andy Candy hatte schon eine Entschuldigung auf der Zunge, um schnell wieder aufzulegen. Der Kummer der Frau war so spürbar, als stünde sie neben ihr. Doch während sie nach den richtigen Worten suchte, gab sie sich einen Ruck und beschloss, einen letzten Versuch zu unternehmen. Hat ihr Mann jemals über einen Vorfall gesprochen, über etwas Ungewöhnliches, einen Vorfall an der Universität, so um 1983, irgendeine außergewöhnliche Geschichte mit seinen Studenten. Ich verstehe nicht ganz. In dem Jahr hat mein Onkel bei ihm studiert, log Andy. Und irgendetwas muss davor gefallen sein. Was soll das Ganze? fragte die Frau brüsk. Andy Candy holte Tiefluft und schmückte ihre Geschichte aus. Kurz vor seinem Tod hat mein Onkel einen Vorfall während seines Medizinstudiums erwähnt. Wir möchten einfach herausfinden, was er meinte. Sie hoffte, dass diese Erklärung einigermaßen glaubhaft klang. Ich kann Ihnen nicht helfen, sagte die Frau. Auch mein Mann kann Ihnen nicht helfen. Er liegt im Sterben. Entschuldigen Sie bitte, ich wollte nur, rufen Sie bei jemandem an, der damals Psychiatrie belegt hat. Die Psychiatrie war von Anfang an der problematischste Zweig. Hat der Verwaltung mehr Ärger gemacht, als es wert war, denke ich. Jedes Jahr wurden 15 Studenten zugelassen. Wenn Sie Glück haben, finden Sie noch jemanden, der nicht selbst in der Klapsmühle gelandet ist. Vielleicht kann Ihnen der weiterhelfen. Mit diesen Worten trennte die Frau die Verbindung. Andy Candy schaute in ihre Liste. Von der verzweifelten Frau hatte sie nichts erfahren, was sie nicht schon vorher gewusst hatte. Moment, das stimmte nicht ganz. 15 Studenten waren zugelassen worden. Sie zählte die Graduierten durch. 14 Studenten machten ihren Abschluss. Vier davon sind tot. Einer fehlt. Einer ist reingekommen, aber nicht wieder raus. Das war's. So einfach, dass es ihr Angst bereitete. Andy Candy zitterte. Moth musste ihr etwas angesehen haben, denn er beugte sich zu ihr herüber. Andy hatte Mühe, ihre erschreckende Entdeckung in verständliche Worte zu fassen. Doch innerlich fühlte sie sich dem Tode so nah, wie in der Sekunde, als Jeremy Hogan's Kopf zersprang und sie aus Leibeskräften schrie. Sie fragte sich, ob sie dazu verurteilt war, für den Rest ihres Lebens zu scheinen. Oder, die wahrscheinlichere Variante, zu verstummen. An diesem Abend setzte sich Susan Terry in der Redeemer One bewusst neben Moth. Als sie an die Reihe kam, lehnte sie es ab, etwas zu sagen. Sie wies auf Moth, der zum Staunen aller ebenfalls den Kopf schüttelte, sodass der Ingenieur drankam und die Gelegenheit nutzte, um systematisch zu schildern, wie er in seinem Kampf gegen Oxycontin vorging. Als die Sitzung zu Ende war, legte Susan Moth die Hand auf den Arm und hielt ihn für einen Moment auf seinem Stuhl fest. Ich werde erwartet, sagte Moth. Eine Minute, beharrte Susan. Sie sah den anderen hinterher, die nach und nach den Raum verließen. Du hast dir ein paar Mal gefehlt, sagte Susan. Ich war beschäftigt. Ich auch, aber ich war hier. Du bist so beschäftigt, um herzukommen und über deine Sucht zu sprechen? Das war direkt, ganz ihr Stil. Ich war verreist. Wohin? Norden. Der Norden ist groß. Haben Sie da Bars? Sie hoffte ihm, mit ein wenig Sarkasmus die Zunge zu lösen. Sarkasmus macht die meisten Menschen wütend und wenn sie wütend sind, machen sie die Klappe auf. Die Lektion hatte sie schon in ihren ersten Tagen bei der Staatsanwaltschaft gelernt und sie hoffte, dass der Trick auch bei Moth verfing. Anzunehmen. Hab keine von innen gesehen. Susan nickte. Klar doch, sagte sie gedehnt. Jede Befragung, selbst zwischen Tür und Angel, setzte darauf, den anderen an einer empfindlichen Stelle zu treffen. Mit Moths größter Schwäche kannte sie sich aus eigener Erfahrung bestens aus. Und was hatte ich dann in die Weite des Nordens geführt? Ich war mit einem Mann verabredet, der meinen Onkel von früher kannte. Was für einen Mann, hakte sie weiter nach. Ein pensionierter Professor für Psychiatrie, bei dem mein Onkel studiert hat. Wieso gerade dieser? Moth antwortete nicht. Verstehe, sagte Susan. Du bist also immer noch davon überzeugt, dass irgendwo da draußen ein mysteriöser Meisterverbrecher herumläuft. Sie stichelte weiter, um dem wortkargen Moth etwas Konkretes zu entlocken. Dabei schwankte sie in Bezug auf den toten Onkel zwischen Zweifeln und Gewissheit. Zweifeln, mit denen sie sich selbst erst seit wenigen Tagen herumschlug und die sie so schnell wie möglich zerstreuen wollte, während Moth unbeirrbare und für Susan äußerst irritierende Überzeugung eine Gewissheit war, der sie sich stellen musste, ob es ihr passte oder nicht. Moth reagierte mit einem trockenen Lachen. Ja, sagte er. Allerdings halte ich mich mit Charakterisierungen lieber zurück. Du glaubst also, es gibt da so eine Art Professor Mojarty, der Sherlock Holmes den Kampf angesagt hat, und darauf läuft meine Suche hinaus. Und was wird aus den beiden? Am Reichenbachfall? Wie auch immer, die Titulierung Meisterverbrecher scheint mir in diesem Fall etwas vorschnell zu sein. Lügen mit Wahrheiten garniert. Und vorschnell empfand Moth als eine treffende Wortwahl. Timothy, sagte Susan. Sie wechselte mit der Taktik den Ton, ebenfalls eine altbewährte Methode, auch wenn ihr allmählich Zweifel daran kamen, ob der Griff in die alte Trickkiste auf Moth Eindruck machte. Ich versuche doch nur dir zu helfen. Ich denke, das weißt du. Ich habe dich von Anfang an davor gewarnt, dich Hals über Kopf in ein Abenteuer zu stürzen, bei dem du die Gefahren nicht abschätzen kannst und das am Ende doch nur in eine Sackgasse führt. Und? Hast du da oben im Norden bei deinem Besuch dieses Mannes, den dein Onkel vor Jahrzehnten einmal kannte, irgendetwas herausgefunden? Moth wurde es zu viel. Ja, sagte er. Doch obwohl er mit gesenkter Stimme sprach, war die kurze Silbe von geballter Sprengkraft. Einen Moment lang schwiegen sie beide. Susan Terry schüttelte unglaublich den Kopf. Und was, bitte schön? fragte sie im gebieterischen Ton der professionellen Anklagevertreterin. Dass ich richtig lag, sagte Moth. Im selben Moment stand er auf und eilte zum Ausgang, während sich bei der brüskierten Staatsanwältin, die er auf dem Sofa sitzen ließ, Wut und Neugier zu einer explosiven Mischung zusammenbrauchten. Unterdessen wartete Andy Candy im Wagen auf Moth und nutzte die Zeit mit einigen weiteren Telefonaten. Als sich das Treffen dem Ende zuneigte, wählte Andy die Nummer eines Psychiaters in San Francisco. Er war der dritte auf ihrer Liste der überlebenden Graduierten. Der Arzt führte offenbar eine Privatpraxis für Psychoanalyse und Psychotherapie. Auf der Ratingliste im Internet gingen die Patientenmeinungen weit auseinander, die anderen hätten ihn am liebsten hinter Gittern gesehen oder zum Teufel geschickt. Andy vermutete, dass die meisten Seelenklempen eine solche Polarisierung schmeichelhaft fanden. Sie war verblüfft, als sich der Arzt persönlich am Telefon meldete und so geriet sie bei dem Sprüchlein zu Onkel Ed und den Gedächtnisfonds, das sie längst auswendig kannte, ein wenig ins Stottern. Ein Gedächtnisfonds? fragte der Psychiater nach. Ja, sagte sie. Er überlegte. Naja, ich denke, ich kann einen kleinen Beitrag beisteuern. Das wäre wunderbar, erwiderte sie. Erneutes Schweigen. Aber deswegen rufen sie sicher nicht an, sagte er ihr auf den Kopf zu. Sie suchte fieberhaft nach einer Ausrede oder Erklärung, bevor sie einfach sagte, nein, nicht nur. Warum sonst, wenn ich fragen darf? Wir, ich, ähm, also ich glaube nicht, dass Ed Selbstmord begangen hat. Wir gehen davon aus, dass es in seiner Vergangenheit vor Jahrzehnten einen Vorfall gab. Sie sprach den Satz nicht zu Ende. Ein Vorfall? Welcher Art? Etwas, wodurch seine Vergangenheit seine Gegenwart überschattet hat, antwortete Andy. Einfacher und präziser könnte man die Psychiatrie nicht formulieren, sagte der Seelenklempner mit einem entwaffnenden Lachen. Und wo komme ich dabei ins Spiel? Drittes Jahr an der medizinischen Fakultät. Jetzt trat auf seiner Seite kurzes Schweigen ein. Hm, das beste, schlimmste Jahr, sagte er. Wie heißt es so schön? Was dich nicht umbringt, macht dich stark. Wer so einen Blödsinn erzählt, hat nie in seinem Leben 365 Tage als Medizinstudent im dritten Jahr durchgemacht und mit Sicherheit keine Ahnung von Geisteskrankheit. Erinnern Sie sich an Ed? Ja, glaube schon. Ein bisschen. Der Junge war in Ordnung. Schlauer Kopf, scharfsinnig. Wenn ich mich recht entsinne, waren wir in ein, zwei Seminaren zusammen. Na warten Sie, das ist richtig, ja. Wir hatten dieselbe Fachrichtung, mehr oder weniger dieselbe Berufsvorstellung. Aber darum geht es nicht, oder? Nein. Es ist eigentlich nicht meine Art, am Telefon über sensible Angelegenheiten zu reden. Wir brauchen Hilfe, platzte Andy heraus. Und wer ist wir, hakte der Arzt misstrauisch nach. Eds Neffe. Er ist mein Freund. Verstehe. Ich weiß nur nicht, inwieweit ich Ihnen helfen kann. Andy Candy hatte den Eindruck, dass er weitersprechen würde und schwieg. Sie hatte recht. Was wissen Sie über das dritte Jahr im Medizinstudium mit Schwerpunkt Psychiatrie? fragte der Arzt schnörkellos. Nicht viel. Ich meine, es ist das Jahr, in dem man sich für eine Richtung entscheiden. Ich unterbreche nur ungern, sagte er abrupt. Es ist, er überlegte. Es gab da mal einen Film, der hieß Ein Jahr in der Hölle. Naja, das beschreibt es treffend. So haben wir uns alle gefühlt. Können Sie mir erklären, wieso? fragte Andy Candy in der Hoffnung, einen Psychiater damit zum Reden zu animieren. Kurze Pause, dann. Zwei Dinge müssen Sie verstehen. Zunächst die Gesamtsituation. Das dritte Jahr. Dann das, was passiert ist. Dieser Vorfall, den Sie erwähnten, auch wenn ich nicht sicher bin, ob ich darüber allzu viel weiß. Es gab Gerüchte, daran erinnere ich mich genau. Aber wir hatten alle keine Zeit, uns damit zu befassen. Wir waren bis unter die Halskrause mit Arbeit eingedeckt. Verstehe. Sie versuchte, seinen Redefluss in Gang zu halten. Jedem Medizinstudenten bereitete das dritte Jahr den größten Stress. Aber die Psychiatrie bedeutete eine besondere Art von Stress, weil sie von allen Fachrichtungen der Medizin die schillerndste ist. Sie haben es nicht mit Hautausschlag, mit Harnverhalten, mit Atemnot oder unerklärlichem Husten zu tun. Es geht vielmehr darum, ungewöhnliche Verhaltensweisen richtig zu deuten. Im dritten Jahr waren wir physisch erschöpft und selber nicht weit von der Psychose entfernt. Für viele der Krankheiten, die wir studierten, waren wir selber anfällig. Lähmende Depressionen, Zweifel, Schlafentzug und Halluzinationen. Wie gesagt, eine höllische Zeit. Die Anforderungen waren erbarmungslos und die Angst, durchzufallen, begründet. Und? Ich habe dieses Jahr zugleich gehasst und geliebt. Im Nachhinein erkennt man, dass dieses Jahr das Beste und das Schlimmste in einem hervorbringt. Eine Weichenstellung fürs Leben. Haben Sie auch Vorlesungen bei Professor Jeremy Hogan besucht? Wieder zögerte der Psychiater, bevor er antwortete. Ja, seine Vorlesungsreihe über forensische Psychiatrie. Wir hatten einen tollen Spitznamen dafür. Killerlesung. Es war faszinierend, wenn auch nicht meine Richtung. Ed Warner hat die Vorlesung auch gehört. Und dann muss irgendetwas passiert sein, was Professor Hogan mit Ed und einigen anderen Studenten in Verbindung brachte. Sie las ihm die Namen der übrigen toten Psychiater vor. Es dauerte einen Moment, bis sich der Arzt aus San Francisco wieder meldete. Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, wie gesagt, das liegt alles Jahrzehnte zurück, muss es sich bei diesen Leuten wohl um die Mitglieder der Studiengruppe Alpha handeln. Ich kann das aber nicht beschwören, verstehen Sie? Wie gesagt, es ist alles eine Ewigkeit her. Im dritten Jahr gab es in der Psychiatrie drei Studiengruppen. Alpha, Beta und Zeta. Ein kleiner Witz auf Griechisch. Erste, zweite, letzte. Je fünf von uns wurden nach dem Zufallsprinzip einer der Gruppen zugeordnet. Eine gewisse Rivalität war vorprogrammiert. Jede Gruppe strebte nach der besten Gesamtnote, der besten Facharztausbildung am Matchday. Aber in der Alpha hatten sie ein Problem. Ein Problem? Einer der Studenten schien tief in einer Psychose zu stecken, zumindest machte das die Runde. Natürlich waren unter dem immensen Druck den endlosen Seminaren und dem Lesepensum und der Angst vor einer Fehldiagnose in jeder Gruppe Leute am Rande ihrer Kräfte. Nervenzusammenbrüche waren nichts Ungewöhnliches. Der Psychiater hielt inne. Sein Fall aber schon, Ein kurzes, aber gefährliches Gespräch, das tatsächlich stattfand. Dr. Hogan, tut mir leid, Sie zu stören. Was gibt's denn, Mr. Warner, richtig? Ja, Sir. Ich komme im Auftrag der Kommilitonen in meiner Studiengruppe. Ich gebe gleich ein Seminar und habe nicht viel Zeit. Können Sie sofort zur Sache kommen? Ed Warner atmet einmal tief durch, sortiert schnell seine Gedanken, scharrt mit den Füßen, verdrängt die Zweifel. Vier Mitglieder der Studiengruppe Alpha sind wegen bestimmter Verhaltensmuster des fünften Mitglieds alarmiert. Wir sind fest davon überzeugt, dass er eine ernste Gefahr darstellt, für sich selbst und möglicherweise auch für uns. Jeremy Hogan wippt nachdenklich auf seinem Stuhl, tippt sich mit dem Bleistift an die Zähne. Das anstehende Seminar muss warten. Gefahr welcher Art? Physische Gewalt. Das ist eine schwere Anschuldigung, Mr. Warner. Ich hoffe, Sie können mir gewichtige Gründe dafür nennen. Ja, Sir. Und dieser Schritt war für uns alle der letzte Ausweg. Ihnen ist klar, dass eine solche Anschuldigung sich für Sie alle nachteilig auf Ihre berufliche Laufbahn auswirken kann, ja? Ja, das haben wir bedacht. Und weshalb kommen Sie damit zu mir? Weil Sie Experte für explosive Persönlichkeitsstörungen sind. Sie glauben also, Ihr Kommilitone sei möglicherweise kurz davor, kurz vor was, Mr. Warner? Im Lauf der letzten Wochen ist das Verhalten dieses Kommilitonen immer unberechenbarer geworden und die Examiner rücken heran, viele Studenten sind gereizt. Ed Warner holt erneut Tiefluft. Ein kurzer Blick auf die mehrseitigen Beobachtungen und Einschätzungen von jedem Mitglied der Gruppe. Letzte Woche hat er vor unser aller Augen eine Laborratte erdrosselt, ohne eine emotionale Regung zu zeigen, als wollte er demonstrieren, dass er ohne Reue töten kann. Er führt ständig Selbstgespräche, zusammenhanglos, meist unverständlich, aber häufig mit kaum verholenem Ärger, besonders in Bezug auf den Druck von Seiten seiner Familie und gegenüber uns. Er wirkt bedrohlich, er behauptet Waffen zu besitzen, Schusswaffen. Alle unsere Bemühungen, ihn einzubinden, die Situation zu entschärfen, unser Rat, psychologische Hilfe zu suchen, wurden zurückgewiesen. Manchmal ist sein Gesichtsausdruck fahrig und geistesabwesend, ohne erkennbaren Realitätsbezug. In einem Moment bricht er in ein unangemessenes Lachen aus und eine Sekunde später in Tränen. Letzte Woche hat er ein Skalpell aus einem OP-Saal entwendet und sich bei einem Gruppentreffen zur Vorbereitung für die Prüfungen vor uns allen das Wort Töten in den Unterarm geritzt. Ich bin mir nicht sicher, ob er in dem Moment eine Schmerzempfindung hatte oder sich seiner Handlungsweise bewusst rechnen, dass er demjenigen ins Gesicht brüllt oder ihn hasserfüllt anstarrt. Manchmal trägt er unsere Namen, das Datum und eine Beschreibung des Streits in ein Notizbuch ein, als würde er sich keine Notizen für die Seminare machen, sondern über uns. Ich denke für eine Art Anklageschrift, um einen Akt der Gewalt vor sich selbst zu rechtfertigen. Jeremy Hogan nickt, ein Blick aufrichtiger Sorge. Nein, Sie müssen Ihre Situation dem Dekan melden und ihn über alles unterrichten, was Sie mir gerade vorgetragen haben, unverzüglich. Ich gebe Ihnen absolut recht. Ihr Kommilitone scheint in ernsten Schwierigkeiten zu stecken, möglicherweise erfordert sein Zustand einen Anstaltsaufenthalt. Und dann der kurze Wortwechsel, der den Ball ins Rollen bringt. Können wir auf Ihre Hilfe hoffen? Für ihn? Ed Warner kämpft mit sich, entschließt sich zu Nein, uns. Ich rufe sofort den Dekan an und sage ihm, Sie seien auf dem Weg zu seinem Büro. Er wird schlüssige Belege von Ihnen fordern. Sie haben recht, Mr. Warner. Die Symptomatik, die Sie schildern, deutet auf bestimmte Formen einer gefährlichen Explosivität hin. Ich denke, hier muss schnellstens gehandelt werden. Sollen wir den Campus-Wachdienst verständigen? Noch nicht. Das überlassen Sie besser dem Dekan. Und Jeremy Hogan greift etwa mit derselben Bewegung zum Telefon auf seinem Schreibtisch wie dreißig Jahre später in den letzten Sekunden vor seinem Tod. Andy Candy wartete, bis der Psychiater aus Kalifornien fortfuhr. Er holte Tiefluft. Wir hatten einen Arzt an unserem Institut, arbeitete an einem Forschungsprojekt über frühkindliche Bindungsstörungen, erarbeitete viel mit Rhesusaffen, Fördermittel vom National Institute of Health, nicht dass das wichtig wäre, Affen? Ja, ideale Forschungsobjekte für psychologische Studien. Unterscheiden sich in ihrem Sozialverhalten nur wenig von Ihnen und mir, auch wenn das die meisten Kirchgänger hierzulande nicht gerne hören. Aber Aber was? Er unterbrach sie. Nur so ein Gerücht. Versteckte Anspielungen. Was damals im Einzelnen passiert ist, hat die Universitätsleitung sehr schnell unter den Teppich gekehrt, wollten schließlich im Ranking nicht heruntergestuft werden. Aber seine Geschichte vergisst man nicht, auch wenn ich jahrelang nicht mehr daran gedacht habe, hat mich auch keiner danach gefragt. Und sie dürfen nie vergessen, dass keiner von uns die Zeit hatte, die Sache zu verdauen, geschmeige denn, ihr nachzugehen, egal wie skandalös sie war. Wir hatten andere Sorgen. Verstehe, erwiderte sie, auch wenn sie keine Ahnung hatte, worauf der Doktor mit seiner Geschichte hinaus wollte. Eines schönen Morgens also kommt unser Forscher in sein Labor, sieht, dass die Tür aufgebrochen wurde, findet fünf Affen wie in einer Kunstschwimmer Formation im Kreis auf dem Boden, mit aufgeschlitzter Kehle. schnappte nach Luft. Aber was tot, und zwar abgeschlachtet. Der Psychiater brauchte einen Moment, um seinen Faden wieder aufzunehmen. Und nun zu der Frage, ob dieser Vorfall irgendetwas mit den Problemen in der Studiengruppe Alpha zu tun hatte. Es wurde nie nachgewiesen, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Und dieser Forscher war kein Engel, hatte eine Reihe von Leuten ans Bein gepinkelt, seine Assistenten mies behandelt, sie ständig angeschnauzt, sogar einige gefeuert und ihnen die Zukunft versaut. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass es ihm einer von denen heimzahlen wollte. Aber sie glauben nicht, dass es so war. Ich wusste nie, was ich davon halten sollte und ließ es, sie erinnern sich, wir sind im gottverdammten dritten Jahr, auf sich beruhen, erzählte der Psychiater weiter. Nur eines kam mir immer wieder in den Sinn. Und was, fragte Andy, obwohl sie die Antwort nicht hören wollte. Es war die Zahl. Fünf. Fünf tote Affen. Die zwölf übrigen hatte der Einbrecher nicht angerührt. Wenn man eine gestörte Verhaltensweise unter die Lupe nimmt, besonders bei einem Gewaltakt, muss man Verbindungslinien ziehen. Wieso wurden nicht alle Affen getötet? Oder nur einer? Andy Candy versuchte eine kurze Bemerkung einzuwerfen, doch sie brachte nur ein paar Krechtslaute heraus statt einer Frage. Das einzige verständliche Wort, das sie artikulieren konnte, war Und das war's auch schon. Aber ich bin nie das Gefühl losgeworden, dass dieser Vorfall im Labor etwas mit diesem psychotischen Studenten zu tun hatte. Vermutlich wegen des zeitlichen Zusammenhangs. Eine Vorladung, ein Ausschluss. Die Rücklichter eines Krankenwagens auf dem Weg zu einer psychiatrischen Privatklinik. Tschüss, man sieht sich, und das war's. Kein offensichtlicher Zusammenhang mit diesem Labor. Er hatte auch nicht bei dem Professor studiert, der die Studie leitete. Aber wie wir alle wusste er natürlich davon, und er wusste, wie man da rein und raus kommt. Gut möglich, dass der Freudianer in mir eine Verbindung herstellt, wo ein Polizist keinerlei Zusammenhang sehen würde. Wieso nicht? Vier Leute haben bei diesem Treffen mit dem Dekan gegen ihn ausgesagt, die vier Mitglieder der Studiengruppe. Aber es waren fünf tote Affen. Fünf, nicht vier. Was meine Theorie über den Haufen wirft. Was ist mit Professor Hogan? Der war bei dem Treffen nicht mit von der Partie. Er hatte nur getan, was jedes andere Mitglied der Fakultät auch getan hätte. Er hat beim Dekan angerufen. Alles weitere war Sache der Alpha Studenten. Daher kann ich eigentlich nicht erkennen, was er mit der Sache zu tun haben sollte. Verstehe, sagte Andy Candy, wenn auch in einem anderen Sinn, als ihr Zeuge am Telefon hätte ahnen können. Ich kann nur nochmals betonen, dass es sich bei der ganzen Geschichte um Mutmaßungen handelt. Klingt ein bisschen zu stark nach Hollywood, wenn Sie mich fragen. Wir konnten vor Stress und Übermüdung kaum noch klar denken und in einer solch überspannten Atmosphäre brodelte dann die Gerüchteküche wie beim Tratsch über Dates und Junior High School. Aber diese toten Affen, die waren real. Andy Candy bekam einen trockenen Mund und nur mühsam wirkte sie ihre letzte Frage heraus. Können Sie sich an den Namen dieses Studenten erinnern? Der Arzt musste überlegen. Interessant. Man sollte annehmen, dass einem bei der Erinnerung an den Affenmord automatisch der Name wieder einfällt, aber nein, Totalblockade. Spricht Bände, oder? Vielleicht kommt er mir wieder hoch, wenn ich eine Weile überlege, aber im Moment Fehlanzeige. Andy Candy schienen noch hunderte Fragen auf der Zunge zu legen, doch sie musste passen. Sie warf einen Blick aus dem Beifahrer Fenster und sah, dass die ersten Leute aus der Kirche kamen. Erst jetzt registrierte sie, wie feucht die Hand war, in der sie das Handy hielt. Tut mir leid, ich weiß nicht, ob ich ihnen helfen konnte oder nicht, sagte der Arzt in diesem Moment. Das ist alles, woran ich mich erinnere, oder auch, woran ich mich erinnern will. Sie geben mir noch durch, wohin ich diese Spende zum Gedächtnisfonds überweisen soll. Der Psychiater legte auf. Einfach genial, dieses Facebook. Student Nummer fünf würde mit Andrea Martin Bekanntschaft machen. Eine Fernbeziehung gewissermaßen, grinste er innerlich. Er starrte auf ihrer Bildergalerie, die Unterschriften und Kommentare, jede Menge Belanglosigkeiten, aus denen er nichtsdestoweniger einige wichtige Informationen destillierte. Toter Vater, Tierarzt, Mutter Musiklehrerin, unbeschwerte College-Zeit, die von heute auf morgen beendet wurde. Wochenlang keine Posts. Wüsste gerne wieso. Akribisch trennte er in dem unübersichtlichen Haufen an unreifen College-Studenten Gefasel die Spreu vom Weizen, um anhand der gewonnenen Erkenntnisse einen soliden Plan zu entwickeln. Ihm kam ein seltsamer Gedanke, ob Mark Zuckerberg wohl bewusst war, wie hilfreich sich sein soziales Netzwerk bei der Entscheidung erwies, ob man jemanden töten sollte oder nicht. Er lächelte und ihm kam ein zweiter Gedanke, ein bisschen so wie bei einem Blind Date. Er stellte sich vor, wie er Miss Andrea an einem Restaurant Tisch gegenüber saß und Nettigkeiten mit ihr austauschte. In liebenswürdigem Ton fragte er sie, sie finden es also toll, Hunde aus dem Tierheim aufzunehmen. Und Gedichte von Emily Dickinson und Romane von Jane Austen lesen sie nicht nur fürs Studium, sondern auch in ihrer Freizeit. Sieh mal eine an. Ganz offensichtlich führen sie ein faszinierendes Leben, Andrea. Ihnen steht die ganze Welt offen, jede Menge Möglichkeiten. Tätte mir leid, dem ein Ende setzen zu müssen. Zum Todlachen dieser Dialog. Doch die amüsante Fantasievorstellung half ihm nicht dabei, die düsteren Gedanken abzuschütteln, die ihm zu schaffen machten. Er wendete sich wieder ihrem Facebook-Profil zu, ging noch einmal sämtliche Fotos und archivierten Daten durch. Ein Foto von einer strahlenden Andrea Arm in Arm mit einem dunkelhaarigen schlanken Jungen sah er sich genauer an. Kein Name. Unter diesem Bild stand Ex. Student Nummer fünf registrierte die häufige Verwendung des Spitznamens Andy Candy. Interessante Wortspielerei. Klingt wie der Norm des Sex seines Pornostars. Er fand Andy Candy hübsch. Entwaffnendes Lächeln und schlanke anmutige Figur, das musste man ihr lassen. Er vermutete, dass sie eine fleißige, gute Studentin war. Er stellte sie sich umgänglich vor, freundlich, weder übertrieben gesellig, noch ein Mauerblümchen. Sie hatte Bilder eingestellt, auf denen sie mit Freunden Bier trank, Tandem fuhr, über dem Meer im Bikini an einem Fallschirm vom Himmel segelte, an dem sie ein Schnellboot in die Höhe gezogen hatte. Auf manchen Schnappschüssen war sie als Teenager beim Fußball, auf anderen beim Basketball zu sehen. Es folgten ein paar Fotos als Baby, mit der wenig originellen Frage darunter, niedlich, oder? Sie fiel in eine andere Kategorie. Dies wäre die erste Tötung aus freier Wahl. Du würdest töten, um deine Zukunft zu sichern und dafür zu sorgen, dass die Vergangenheit nicht ans Licht kommt. In beschlichen Zweifel, ein unbehagliches Gefühl. Was hat sie sich zur Schulden kommen lassen? Bei einem Foto ging Student Nummer 5 näher heran. Er taxierte sie auf etwa 18. Andy Candy schmuste mit einem Köter. Hund und Mädchen blickten mit breitem Grinsen in die Kamera, beide die gleiche Baseball Kappe der University of Florida auf dem Kopf, auch wenn der Hund sich damit nicht ganz wohl zu fühlen schien. Das Bild fiel bei dem jungen Mädchen unter die Kategorie Süß, darunter die spaßige Bemerkung Ich und mein neuer Freund Bruno bei der Erstsemester Veranstaltung Herbst 2010 Unschuldig dachte er Er ging noch näher an den Computer Bildschirm heran Was hattest du bei Professor Hogan zu suchen junge Dame fragte er in gestrengem Ton eines Schuldirektors der sich mit erhobenem Zeigefinger einen rüpelhaften Schüler vorknöpft Was hast du gesehen Was hast du gehört Und was hast du jetzt vor Als erwartete er von einem der Fotos seine ehrliche Antwort Begreifst du nicht was das heißt Stille Möglicherweise zwingst du mich dich zu töten Student Nummer 5 verließ die Seite des Mädchens und nahm sich Timothy Warner vor Im sozialen Netzwerk tauchte er nicht auf Doch es gab andere Informationsquellen zum Beispiel eine Datenbank auf der seine Polizei Akte einzusehen war Timothy Warner war zweimal wegen Alkohols am Steuer auffällig geworden ein Urteil des Bezirksgerichts mit Bewährung ohne Auflagen und dem Entzug des Führerscheins Darüber hinaus fand er einige Google Einträge zu Timothy Warner Master Abschluss Magna Cum Laude in amerikanischer Geschichte an der University of Miami eine prestigeträchtige Auszeichnung für seinen Bachelor Abschluss in Geschichte Dankenswerterweise enthielt die entsprechende Pressemitteilung der Universität nicht nur ein Foto des Geehrten sondern auch die Information Timothy Warner sei weiterhin an der Universität und arbeite an seiner Promotion im Spezialgebiet Jefferson Studien Er fixierte das Bild Hallo Timothy sagte er Es ist mir eine Ehre bald deine persönliche Bekanntschaft zu machen Im Miami Herald erschien Timothy Warner in der Liste der Hinterbliebenen in der Todesanzeige zum Selbstmord seines Onkels Nach ein paar Klicks auf der Tastatur und binnen weniger Sekunden hatte er die Adressen und Telefonnummern sowohl von Andy Candy als auch vom Neffen Timothy Wie ein Spieler auf der Ersatzbank der seiner Einwechslung entgegen fiebert wippte Student Nummer 5 unruhig mit den Beinen Er Wusste wie sie aussahen und wo er nach ihnen Ausschau halten sollte Es würde kein großes Problem darstellen auf seiner Pro- und Contra-Liste zur Frage Muss ich die beiden töten die letzten Leerstellen zu füllen Er teilte den Bildschirm öffnete die beiden Browserfenster mit dem Foto von Andy und ihrem Ex und dem Bild von Timothy Warner in der Universitäts Mitteilung nebeneinander Das war interessant Hat sie die Liebe wieder zusammen gebracht? Er schüttelte den Kopf Wohl eher der Tod Andy Candy fühlte sich als seien sie beide unversehens in eine bizarre Parallelwelt geraten Sie standen in der strahlend hellen Morgensonne Es war warm und die Palmwedel tanzten anmutig im Takt einer milden Brise Doch es war Mord was sie miteinander verbannt Und Angst dachte sie Doch sie war außerstande ihre Empfindungen zu einem Paket zu schnüren und sie Moth so präzise zu beschreiben wie sie Moth am Abend zuvor das Gespräch mit dem Psychiater von der Westküste wiedergegeben hatte Nachdem sie geendet hatte kam sie sich wie eine Art Sachbearbeiterin für Tötungsangelegenheiten vor Nach dem Telefonat hatte ihr der Kopf geraucht und sie hatte versucht die Flut der Eindrücke auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen du gehst auf eine Party in einem Studenten Wohnheim und es läuft auf den Tod hinaus du bekommst einen Anruf von deinem alten Highschool Freund und es läuft auf den Tod hinaus du fliegst nach New Jersey um mit einem alten Psychiater zu sprechen und es läuft auf den Tod hinaus was kommt als nächstes in ihrem Kopf vermengten sich die Ereignisse in einer Weise dass sie den Boden unter den Füßen verlor und die Grenzen zwischen Fakten und Befürchtungen zwischen dem was gewesen war und dem was ihnen noch bevorstand fließend waren tote Affen in einem psychiatrischen Labor vor dreißig Jahren war das Fakt Namen von Toten auf einem Blatt Papier Unfall Unfall Selbstmord Fakt das Baby das sie abgetrieben hatte Fakt Andy spähte zum Moth hinüber nein dachte sie plötzlich es ist keine Parallelwelt es ist absurdes Theater und wir warten beide verzweifelt auf Godot Hast du Hunger Andy rief Moth er stand an einer Theke und besorgte zwei Becher kubanischen Kaffee sie waren zu einem Buffet Restaurant auf der Calle Orcho der Hauptverkehrsader durch Little Havana gefahren und fröhnten einer ehrwürdigen Tradition von Miami sich mit Kaffee so stark dass der Löffel darin stand auf einen Schlag wach zu machen Männer und Frauen von Geschäftsleuten in Kostüm oder Anzug bis zu Mechanikern in ölverschmierten Overalls saßen in einer Reihe nebeneinander und tranken zu süßem Gebäck das schäumende Elixier aus kleinen Tassen Andy und Moth waren schon bei der zweiten Runde genug Koffein für die nächsten Stunden Nein danke antwortete sie sie wartete bis er sich zu ihr auf die kleine Steinbank setzte Moth fühlte sich nicht zum Ermittler berufen seine bescheidenen Kenntnisse über Polizeiarbeit verdankte er Fernsehkrimis die von haarsträubend fantastischer Unglaubwürdigkeit bis zu nüchterner Wirklichkeitsnähe alles boten was sich mit einer gehörigen Portion eingestreuter Banalitäten verbinden ließ Er überlegte wie er diesen Mangel beheben sollte und dachte dabei wie der typische Student Er müsste lesen Kriminalromane und sinnvollerweise vielleicht auch Sachbücher über wahre Verbrechen Er durchforstete das Internet sowie Webseiten über Forensik nach Klassifizierungen von Mörderprofilen Sie reichten von geistesgestörten Müttern die ihre Kinder ertränkten bis zu kaltblütigen Serienkillern Nichts von alledem schien von irgendwelcher Hilfe zu sein Alles was er bisher unternommen hatte war rückwärts gewandt Kops dagegen fangen bei kleinen Beobachtungen an die Fragen aufwerfen Sie finden die Antworten die ihnen ein klares Bild von einem Verbrechen liefern Bei mir war der Ausgangspunkt eine feste Überzeugung und jetzt bin ich an einem Punkt bei dem ich bei meinen Nachforschungen mehr statt weniger lose Enden in der Hand halte Die Cops schließen eine Variable nach der anderen aus und gewinnen Klarheit Meine fördern mehr Fragen als Antworten zutage und stiften nur Verwirrung Andy Candy sah dass ihn etwas bedrückte Moth sagte sie als sie eine Idee durch den Kopf schoss Wir sollten uns einen Film ansehen Was Naja vielleicht ist es auch nicht nötig den Film zu sehen Erinnerst du dich an den Text den wir in Englisch in der 10. Klasse bei Mrs. Collins durchgenommen haben Welchen Na der Lesestoff fürs Wintersemester Ich weiß dass ihr dasselbe gemacht habt auch wenn wir nicht in derselben Klasse waren weil sie ein Jahr aus immer dasselbe durchgenommen hat Andy was willst du ich mein's ernst Moth okay aber worauf willst du hinaus mit einer wegwerfenden Handbewegung unterbrach sie ihn erneut Moth kommt schon das Buch das wir in dem Herbst Moth hob seine kleine Tasse sog das Aroma ein und lächelte der Graf von Monte Christo Alexandre Dumas richtig antwortete Andy mit einem schwachen grinsen und worum geht es in dem Roman naja eine ganze Menge aber vor allem um späte Rache und dein Onkel späte Rache sieht ganz so aus richtig danach sieht's aus demnach wäre der nächste logische Schritt bei der medizinischen Fakultät den Namen von damals raus zu kriegen von dem fünften Studenten in dieser Gruppe Alpha und dann spüren wie den Kerl auf Edmond Dante sagte Moth Andy Candy lächelte genau sagte sie sollte nicht allzu schwer sein die Institute führen Archive jedenfalls finden wir ihn Mensch Moth wir könnten uns bei einer dieser Webseiten was ist aus ihren Schulfreunden geworden registrieren und die würden uns die Meisterarbeit abnehmen ich weiß wir schaffen das ich dachte immer die existieren nur damit die Leute ihren alten Schwarm von der High School wiederfinden und erwachsenen Sex miteinander haben sagte Moth aber du hast recht finden wir den Namen raus das ist ganz offensichtlich der nächste Schritt und dann Andy Candy nickte und fügte hinzu dann müssen wir eine Entscheidung treffen und die wäre fragte Moth ob wir einen Schlussstrich ziehen oder ob es erst losgeht Moth nippte an seinem Kaffee ein Gefühl sagt mir dass ich so schnell keinen Kopf hier in Miami an so etwas die Finger verbrennen will aber wer weiß ich mag mich täuschen ich packe alles zusammen mache ein Schleifchen drum und serviere es Susan Terry auf dem Silbertablett die wird ja wohl wissen was sie damit macht nur dass ich seltsamer weise das Gefühl habe sie winkt nur müde ab wenn wir versuchen es ihr zu erklären Moth stieß ein trockenes Lachen aus und Andy Candy fiel ein die bittere Ironie die Absurdität ihrer Situation traf sie wie ein Magentief schlag während der starke Kaffee ihnen ins Blut ging sie hatte wir gesagt aber ich gemeint Andy Candy hatte ihren Ton bei Telefonaten mit Sekretariaten und Alumni Büros perfektioniert Moth hörte ihr zu wie sie wählte wartete auflegte es wieder versuchte Fragen stellte nachhakte flehentlich um Hilfe bat und den Gesprächspartner am anderen Ende schließlich um den Finger wickelte er beobachtete wie ihre Miene von Lächeln zu Stirn runzeln von eindringlichem bitten zu siegesbewusstem grinsen wechselte die geborene Bühnendarstellerin mit der Gabe in kurzer Abfolge eine ganze Skala an Gefühlen präzise wiederzugeben als sie den Namen hatte sagte ihre siegesbewusste Miene Kinderspiel doch während sie weitere Einzelheiten notierte wechselte ihr Ausdruck es war nicht die alte Angst die er in ihren Augen sah und auch ihre wackelige Stimme musste einen anderen Grund haben irgendetwas das sie am Telefon gehört hatte machte sie betroffen er hätte ihr gern den Arm um die Schulter gelegt hielt sich jedoch zurück sie trennte die Leitung einen Moment lang starrte sie auf ihre Notizen ich habe den Namen sagte sie mit dünner Stimme Studiengruppe Alpha Student Nummer 5 hat sich mitten im dritten Jahr von der Uni beurlauben lassen ist nie zurück gekommen hat keinen Abschluss gemacht ja das ist der dass er übereifrig klang Robert Callahan Junior Moth schnappte nach Luft na bitte geht doch jetzt wissen wir nach wem wir suchen müssen als er sah wie Andy Candy den Kopf schüttelte sprach er nicht weiter er ist tot sagte sie vor seiner Abreise in den Süden fuhr Student Nummer 5 mit der Subway zur Lower East Side von Manhattan und machte einen langen nostalgischen Spaziergang er führte ihn zu den Ausläufern von Chinatown in die Nähe der Mod Street wo das Viertel in Little Italy übergeht und das Straßenleben von einer bunten Mischung der Kulturen geprägt ist von den Marktständen an jeder zweiten Straßenecke bis zu den dicht gedrängten Menschenmassen auf den breiten Bürgersteigen Es war ein strahlender milder Vormittag Die aufgeschlagenen hob er sich hier von der Masse ab Die meisten Menschen, an denen er vorbeikam, trugen Jeans, derbe Arbeitsschuhe, manche Kapuzen-Sweatshirts mit Logos von Sportmannschaften, doch er genoss die Vorstellung, dass seine Umgebung ihn für etwas Besseres halten musste. Ich habe es weit gebracht. Dieser Spaziergang war für Student Nummer 5 eine Reise in die Vergangenheit. Hierher hatte es ihn nach seiner Entlassung aus der Anstalt verschlagen und statt sich um die Rückkehr an die medizinische Fakultät zu bemühen, hatte er mit seinem genialen Kuh die Identität gewechselt. Wildes Hupen, aufgeregte Stimmen in einer asiatischen Sprache, die um den Preis lebender Fische in schäbigen, grauen Aquarien feilschten. Ein Juppie-Paar drängte sich mit zwei Kindern in einem Hightech-Buggy an ihm vorbei. Die Gegend sprüht vor Leben, dachte er. Doch damals bin ich hergekommen, um zu sterben. Nur selten geriet Student Nummer 5 in eine rührselige Stimmung, doch er war nicht immun dagegen. Manchmal konnte ihn eine abgedroschene Liebeskomödie zu Tränen rühren, und es war schon vorgekommen, dass er am Ende eines Romans, besonders wenn seine Lieblingsfiguren sterben mussten, gegen depressive Verstimmungen anzukämpfen hatte. Nach der Lektüre bestimmter Gedichte konnte er in Grübeleien verfallen, die ihm Unbehagen bereiteten, was ihn nicht daran hinderte, weiterzulesen. In seinem House of Key West hielt er sich sogar die Zeitschrift Poets and Writers. Zum Ausgleich hatte er Methoden entwickelt, die ihm dabei halfen, unerwünschte Emotionen schnell wieder loszuwerden, angefangen damit, dass er in seiner Netflix-Liste von »Tatsächlich Liebe« oder »Mr. Smith geht nach Washington« zu »300« und »The Wild Bunch« »Sie kannten kein Gesetz« wechselte, von Herz- und Schmerzkitsch zu blutrünstigen Streifen. Gingen ihm Romane und Gedichte unter die Haut, legte er einfach das Buch beiseite und schob ein schweißtreibendes Workout ein. Wenn ihm der Bizeps vor Anstrengung schmerzte und die Wadenmuskeln zitterten, war die Gefahr, dass ihn die Probleme von Elizabeth Bennet mit »Mr. Darcy« daran hinderten, mit voller Konzentration an seinen Mordplänen zu arbeiten, eher gering. Gegenüber einem unauffälligen roten Backsteingebäude in der Spring Street, das sich von zahllosen ähnlichen Häusern in der City kaum unterschied, blieb er stehen. Am liebsten wäre er hinübergegangen und hätte bei der 307 geklingelt und die jetzigen Bewohner gefragt, was sie mit seinen Möbeln, Kleidern, Küchenutensilien und übrigen Sachen vor allem aber mit seinen Kunstwerken gemacht hatten, die er bei seinem plötzlichen Verschwinden in der Wohnung zurückgelassen hatte. Andererseits war es äußerst unwahrscheinlich, dass, Jahrzehnte später, immer noch dieselben Mieter dort wohnten. Dennoch konnte er seine Neugier nur mühsam unterdrücken. Seine Gemälde und Zeichnungen zurückzulassen, war ihm nicht ganz leicht gefallen, doch sie spielte eine wichtige Rolle in seinem sorgfältig ausgeklügelten Plan. Schon als Kind hatte er sich mit Bleistift und Pinsel geschickt angestellt, und in der Anstalt wurde er dazu ermuntert, sich künstlerisch zu betätigen. »Bringen Sie Ihre Gefühle zum Ausdruck«, lautete der Spruch, »das hilft Ihnen, gesund zu werden.« Und es hatte ihm Freude bereitet. Seine Zeichnungen und Gemälde eröffneten Einblicke in seine Befindlichkeit. Jeder Pinselstrich, jede Linie mit dem Stift verriet etwas darüber, wer er war. »Zeichne eine Blume, und sie schließen daraus, dass du auf dem Weg der Besserung bist. Zeichne ein bluttriefendes Messer, und sie buchten dich sechs Monate länger ein. Jedenfalls so lange bist du clever genug bist, Blumen zu zeichnen.« Da er sich mit diesen Dingen auskannte, hatte er dafür gesorgt, dass jeder in der Anstalt, von den Ärzten, Therapeuten und Krankenschwestern bis zum letzten Wachmann auf der Station, genauso wie seine ganze Familie wusste, dass ihm seine Kunstwerke sehr am Herzen lagen. Wenn er sie zusammen mit seinen anderen Sachen in der Wohnung zurückließ, würden alle, die nach ihm suchten, ihre Schlüsse daraus ziehen. Angehörige, Polizisten, sogar ein beharrlicher Privatdetektiv würden in den Chor einstimmen. Er würde nie seine Kunstwerke zurücklassen. Und ob ich das würde. An den Tag, an dem er verschwand und seine neuen Identitäten annahm, erinnerte er sich genau. In seiner Wohnung hatte er einen präzisen, mit der Hand gezeichneten Stadtplan hinterlassen, auf dem er in seiner näheren Umgebung drei besonders geeignete Stellen markiert hatte, um sich in den East River zu stürzen. Eine Brücke, ein Kai, ein Park. Oberhalb der Zeichnung hatte er geschrieben, »Mir reicht's.« Ihm gefiel die Formulierung. Sie war so vage gehalten, dass man alles hineinlesen konnte. Die meisten Menschen wollen das Offensichtliche glauben, selbst wenn mysteriöse Umstände viele Fragen offen lassen. Für abnorme Verhaltensweisen suchen sie nach rationalen Erklärungen, auch wenn diese weit am Ziel vorbeigehen. Das machte es ihm leicht. Gib ihnen ein paar Köder, die alle in dieselbe Richtung weisen, und auch ohne Leiche ziehen sie ein und denselben Schluss. Er ist tot. Er hatte allen Grund, auf seine Selbstbeherrschung stolz zu sein. Seit seinem Verschwinden hatte er nie wieder zu Pinsel und Markkasten gegriffen. Der Eingang des Hauses lockte ihn unwiderstehlich. Er ging hinüber, besann sich jedoch im letzten Moment. Als käme ich an einen Ort zurück, an dem ich gestorben und geboren bin, musste er denken. Nach all den Jahren hatte sich in der Straße nicht viel verändert. Der Starbucks an der Ecke war natürlich neu, und den damaligen Deli hatte eine Luxusboutique mit Designer-Damenkleidung verdrängt. Dafür war die Reinigung in der Mitte des Blocks noch da, ebenso wie das italienische Restaurant drei Häuser weiter. Student Nummer fünf griff bedächtig in seine Anzugtasche und zog die Fotos von Andy Candy und Timothy Warner heraus. Als ich hier gewohnt habe, steckten die noch in den Windeln, rechnete er nach. Bis jetzt habe ich meine Zielpersonen gekannt. Irgendwie unfair, jemanden töten zu müssen, von dem man so wenig weiß. Ich mache mich mit miesen soziopathischen Verbrechern gemein. Dann listete er wie aus der Pistole geschossen die diagnostischen Kriterien für das antisoziale Persönlichkeitsprofil auf. Mangelnde Anpassung an soziale Normen, Impulsivität, rücksichtslose Missachtung der eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer, fortgesetzte Verantwortungslosigkeit, fehlende Reue. Das bin nicht ich, bescheinigte er sich, auch wenn er bei dem letzten Kriterium unsicher wurde. Ihm kam eine Idee und er musste lachen. Andy Candy sortierte einige Papiere an ihrem provisorischen Arbeitsplatz in Moth's Apartment, dann legte sie alles auf einen geordneten Stapel und wandte sich wieder ihrem Laptop zu. Ein paar Klicks und auf ihrem Bildschirm erschien ein kurzer Artikel. Er stammte aus der New York Post und war knapp zwei Jahre nach dem Ausschluss eines Mitglieds aus der Studiengruppe Alpha erschienen. Die Überschrift lautete, Polizei sucht im East River nach vermisstem Medizinstudenten. Ein paar Klicks weiter stieß sie auf einen anderen Bericht, einen archivierten Nachruf aus der New York Times. Chirurg und Ehefrau bei Flugzeugabsturz tödlich verunglückt. Sie überflog die Meldung, in der Nähe ausgeführt wurde, wie ein Chirurg in seinem Privatflugzeug auf einem ländlichen Flugplatz in der Nähe seines Ferienhauses in Vermont tragischerweise die Landebahn verfehlt hatte. Den nächsten Satz hob sie mit Marker hervor. Dr. Callahan und seine Frau haben keine direkten Nachkommen hinterlassen. Ihr einziger Sohn ist vor fünf Jahren bei einem mutmaßlichen Selbstmord verschwunden. Auf unterschiedlichen Websites stieß Andy auf immer weitere Informationen. So wurde ein gewisser Robert Callahan Jr. fünf Jahre nach verschwinden und nur sechs Wochen vor dem tödlichen Flugzeugabsturz vom bundesstaatlichen Kammergericht New York amtlich für tot erklärt. Der kurzen Verlautbarung nach ging der Vorgang auf ein Ersuchen der Eltern zurück. Andy Candy nahm an, dass es dabei um Vermögensregelung ging. Und sie hegte den Verdacht, dass es sich auch bei dem Absturz um Mord handelte. Fragte sich nur wie. Sie hatte einen Bericht der Bundesluftfahrtbehörde entdeckt, der den tragischen Unfall der mangelnden Erfahrung des Piloten zuschrieb. Robert Callahan hatte erst vier Wochen zuvor seinen Pilotenschein gemacht und sich wenig später eine einmotorige Piper Cup gekauft. Der Nachruf ließ die Ironie des Schicksals unerwähnt. Sie überflog noch einmal sämtliche Fenster, die sie auf ihrem Bildschirm geöffnet hatte und dachte, Tod, Tod, Tod. Alles dreht sich um den Tod. »Was wissen wir?« fragte Andy Candy. Moth beugte sich vor und las in wenigen Minuten alles durch, was sie auf dem Computer geöffnet hatte. »Wir wissen wer. Wir wissen warum. Wir wissen ein bisschen darüber, wie, aber nichts Genaues. Wir wissen wann. Eine ganze Reihe von Fragen sind beantwortet,« erwiderte Moth in entschiedenem, fast trotzigem Ton. »Und? Was schließen wir daraus?« konterte Andy Candy. Eigentlich war es eine rhetorische Frage, denn die Antwort lautete »Alles und nichts«. Moth überlegte einen Moment, dann sagte er, als hätte er ihre Gedanken gelesen, »Ich glaube, dafür ist es noch zu früh.« »Immerhin«, sagte sie und deutete auf ihre Internetfunde, »Wissen wir, dass der mutmaßliche Mörder deines Onkels vor etwa 25 Jahren, als wir gerade mal auf der Welt waren, angeblich gestorben ist, auch wenn seine Leiche nie gefunden wurde. Wenn er kein Gespenst oder Zombie ist, haben wir es mit jemandem zu tun, den wir nicht mal eben so mit ein paar Klicks im Internet aufspüren können.« So viel zu meiner Idee von wegen, »Was ist aus Ihren Schulfreunden geworden?« »Überleg mal. Bevor das Gericht den Kerl für tot erklärt hat, müssen Sie einiges angestellt haben, um sicherzugehen, dass er nicht doch noch irgendwo herumläuft. Es muss eine Menge Papierkram gegeben haben, notarielle Dokumente und dergleichen.« Sie drehte sich zu Moth um. Sie wollte irgendetwas Vernünftiges tun, ihn am Arm berühren oder ihm etwas Beruhigendes sagen. Doch stattdessen wippte sie nervös auf ihrem Stuhl und sagte, »Er ist tot, er ist tot, er ist tot.« »Ist er nicht, stimmt's?« Moth nickte. »Andy, was meinst du?« »Wie schwer ist es, in diesem Land spurlos zu verschwinden?« fragte er und schickte die Antwort gleich hinterher. »Nicht sonderlich schwer, oder?« Andy tippte mit dem Zeigefinger auf den Bildschirm. »Und was machen wir jetzt?« Hier kam ein weiterer erschreckender Gedanke. Wie viele Menschen tötete Edmond Dante bei seinem Rachefeldzug? Und ein noch schlimmerer Gedanke. »Es nimmt kein Ende.« Das Wort »Ende« lag ihr wie Blei im Magen. Sie bekam es nicht mehr aus dem Kopf, wo es wie ein Echo dröhnte. »Ende, Ende, Ende.« Und so sprach sie das furchterregende Wort aus. »Ende, Moth.« »Ende der Fahnenstange«, sagte sie ruhig. »Mir fällt nichts mehr ein.« »Killergespenst.« Für eine Sekunde hatte sie dasselbe Verlangen wie in Jeremy Hogan's Haus. Nur weg hier. Nichts wie weg. Sie sah wieder die Leiche des Professors auf dem Boden, die Blutlache, den zertrümmerten Schädel. Dabei hatte sie gehofft, die schlimmsten Bilder in den hintersten Winkel ihres Bewusstseins zu verbannen, irgendwo zwischen Traum und Wirklichkeit. Ratlos versuchte sie, wieder Boden unter die Füße zu bekommen. »Tut mir leid, es ist vorbei. Wir stecken in einer Sackgasse.« Ohne sich darüber im Klaren zu sein, hatte sie fast dieselben Worte gewählt wie Moth bei ihrer Trennung vor vier Jahren. Liebeskummer an der Highschool. Er war auf dem Sprung, freute sich aufs College. Sie musste noch zwei Jahre warten. Endlose Telefonate, Entschuldigungen, Tränen, Übelkeit aus Kummer, innere Leere, schließlich Wut. Ich will dich nie wiedersehen. Natürlich war das gelogen. Wenn Andy jetzt an das Ende ihrer Liebesbeziehung zurückdachte, erschien es ihr geradezu erschreckend alltäglich und banal. »Sackgasse«, wiederholte sie. Moth hörte Andy Candy kaum zu. Er konnte nur diesen einen Gedanken fassen. Sie saßen fest. Fakten, Einzelheiten, Querverbindungen, alles, was seinen Anfangsverdacht bestätigte, hatte er direkt vor Augen. Auf Andys Computer, auf Ausdrucken, auf all den Zetteln mit ihren Notizen. Dazu kam ihre eigene Erinnerung an das, was sie selbst als Zeugen mit angesehen hatten. Der Historiker in ihm wusste, dass die Zeit reif war, um das gesamte Material zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenzufügen und den zuständigen Behörden zu übergeben. Genau das würde jedenfalls ein verantwortungsvoller, zuverlässiger, nicht alkoholisierter, unbescholtener Bürger tun. Mit einem gewissen Stolz und innerlichem Schulterklopfen würde er die Informationen sorgfältig zu einem Paket zusammenschnüren und den Profis überlassen. Er und Andy könnten sich entspannt zurücklehnen und auf den Tag warten, an dem das Gerichtsverfahren eröffnet wurde oder ihnen die Einladung einer Reality-Show ins Haus flatterte, die sich in ungebremster Sensationsgier kalten Kriminalfällen widmete. Für dieses Format wäre ihre Geschichte ein gefundenes Fressen. Doch der Mord an seinem Onkel würde dabei zur Nebensache. Das Ganze zu einer Soap für das breiten Publikum verkommen, eine Schlagzeile in den Massenmedien. Entschlossene junge Studenten decken einen dreißig Jahre langen Feldzug aus Rache und Mord auf. Ein Spiel erfolgt. Die Vorstellung versetzte ihm einen Stich. Als er zu Andy Candy hinübersah, hatte sie sich wieder zum Bildschirm umgedreht. Am Ende werde ich alles verloren haben, wurde ihm klar. Andy, Onkel Ed, den Kampf gegen den Alkohol. Alles schien ihm mit allem verknüpft zu sein. Doch was er schließlich aussprach, war das Gegenteil von dem, was er in diesem Moment empfand. Du hast natürlich recht, Andy. Er schwieg. Dann brachte er stockend heraus, ich denke, wir sollten alles, was wir herausgefunden haben, bündeln und Miss Terry zeigen. Ich hasse mich dafür. Ich meine, schließlich sind wir in diesen ganzen Schlamassel hineingeraten, weil es an mir hängen blieb, die Wahrheit über Onkel Eds Tod herauszufinden. Nach kurzem Schweigen fügte er in entschlossenem Ton hinzu. Es wäre das einzig Richtige. Du hast eine Menge getan, sagte Andy. Nicht genug. Und du weißt jetzt die Wahrheit, beharrte Andy Candy. Meinst du, wir haben genug? Fragte Moth. Es muss reichen, sagte Andy, auch wenn keiner von beiden daran glaubte. Also gut. Susan Terry, sagte Moth. Sie sollte wissen, was als nächstes zu tun ist. Dabei vertraute er Susan Terry nicht. Er mochte sie nicht einmal. Aber er sah keine Alternative. Denn hätte er Andy Candy in diesem Moment etwas anderes gesagt, wäre jetzt der Augenblick, den er von Anfang an mehr als irgendetwas sonst gefürchtet hatte. Solange man nicht wusste, um wen es ging, konnte man gut sagen, ich werde ihn töten. Die Situation hatte sich jedoch grundlegend geändert. Was habe ich ihr gesagt, als die Sache anfing? Sobald sie glaubt, dass ich verrückt bin, soll sie gehen. Er wollte sie noch eine Weile um sich haben. Und das Wort töten würde das zunichte machen. Für den Rest des Tages arbeiteten sie beide an ihrem Projekt und kamen sich ein wenig so vor wie bei einer gemeinsamen Semesterarbeit. Sie listeten auf, was sie unternommen und mit wem sie gesprochen hatten. Sie notierten Telefonnummern, Adressen, Personenbeschreibungen und gaben so detailliert wie möglich wieder, was sie aus ihren Gesprächen in Erinnerung hatten. Sie lieferten eine Zeitleiste und druckten Artikel aus. Alles lief so organisiert, wie man es von zwei Spitzenstudenten erwartet hätte. Dabei waren sie unerbittlich darauf bedacht, sich auf die reinen Fakten zu beschränken, da Susan Terry sonst, wie Moth immer wieder betonte, die ganze Geschichte in Zweifel ziehen würde. Am späten Nachmittag streckte Andy Candy die Arme aus. Wir brauchen eine Pause, Moth. So hart habe ich seit meinen letzten Klausuren nicht mehr gearbeitet. Wir sind fast fertig, antwortete er. Lass uns die grauen Zellen ein bisschen auslüften und es dann mit frischer Kraft zu Ende bringen. Machst du das an der Uni auch so? Sie lächelte. Ja. Auch er verzog den Mund zu einem scheuen Grinsen. Ich auch. Was hältst du von einem kleinen Spaziergang? Frische Luft klingt gut. Sie standen von ihren Laptops und Papieren auf. Dabei fiel Andys Blick auf den Schreibblock mit den letzten Notizen von Jeremy Hogan. Die haben wir noch gar nicht richtig durchgesehen, sagte sie. Moth schüttelte den Kopf. Wir können sie Susan übergeben, vielleicht weiß sie etwas damit anzufangen. Er zuckte die Achseln und fügte hinzu, den haben wir auch noch nicht verwendet. Dabei zeigte er auf den Revolver und eine Schachtel mit Hohlgeschossen, die er auf der Küchenticke deponiert hatte. Sollte ich besser loswerden, sagte er. Andy nickte. Waffen, Depressionen, Einsamkeit und Alkoholismus waren ein starkes Gebräu. Es war ihr nicht geheuer, die Waffe bei Moth zu lassen. Nimm sie gleich mit, sagte sie. Wirf sie, wenn es niemand sieht, in irgendeinen Müllcontainer oder in einen der Kanäle. Das kann ich nicht, sagte Moth. Schätze, die Hälfte der Kanäle in Miami wimmelt von Knarren, die böse Jungs eingeworfen haben. Er machte ein paar Kniebeugen und grinste. Habe in letzter Zeit zu wenig Bewegung bekommen. Sie verließen die Wohnung so zögerlich wie Feriengäste an einem kühlen Tag, die halbherzig eine Zehe ins kalte Wasser tauchen. Draußen schien noch immer die Sonne, doch der Wind hatte zugenommen. Im Westen über den Everglades brauten sich schiefergraue Gewitterwolken zusammen, doch so weit weg, dass es wahrscheinlich noch Stunden dauern würde, bis die ersten Blitze zuckten und der Regen niederprasselte. Nach dem langen Sitzen genossen sie es, in zügigem Tempo zu laufen. Sie wechselten kaum ein Wort, bis Andy Candy Moth fragte, »Fahren wir heute Abend zur Redeemer One?« Und Moth antwortete, »Ja.« »Falls du Susan Terry dort siehst, werde ich ihr sagen, dass ich zu ihr ins Büro kommen möchte. Ich denke, das geht für sie in Ordnung.« Es war Rushhour und das ferne Dröhnen des Verkehrs nahm zu. Sie überquerten eine belebte Straße und kamen in eine Wohngegend im Schatten alter Bäume. Die Bürgersteige waren uneben, die kräftigen alten Wurzeln hatten einige Betonplatten hochgedrückt und schräg gestellt. Sie liefen vorsichtig weiter, um nicht zu stolpern. Es gab keine Straßenlaternen und unter den ausladenden Ästen herrschte schon beinahe Nacht. »Glaubst du, es ist vorbei, Moth?« platzte Andy heraus. Er fühlte sich traurig und ausgelaugt. »Fast«, sagte er. »Normalerweise wäre dies der passende Moment gewesen, um über sich und ihrer beider Zukunft zu reden, doch dafür schien es noch zu früh. Und keiner von ihnen merkte, dass ihnen im sicheren Abstand von etwa fünfzig Metern eine Gestalt folgte und sie beschattete. Interessant«, dachte Student Nummer fünf, während er mühelos mit ihnen Schritt hielt. »Was man nicht alles über Menschen erfährt, wenn man nur genau hinsieht.« Natürlich wusste er, dass eine scharfe Beobachtungsgabe eine unabdingbare Voraussetzung für die berufliche Laufbahn war, die man ihm verwehrt hatte. Doch es gab ihm ein zutiefst befriedigendes Gefühl, festzustellen, dass er auch nach Jahrzehnten immer noch über dieselben Fähigkeiten verfügte wie damals. Er hatte sie sogar verfeinert und Rasierklingen scharf geschliffen. Er beobachtete, wie Andy Candy im Wagen wartete und Moth in die First Redemption Church ging. »Mehr Glück als Verstand«, dachte Student Nummer fünf. »Man könnte meinen, dass irgendeine völlig durchgeknallte, böse, böse, böse Psychokiller-Göttin unbedingt will, dass ich die beiden töte.« Er beschattete sie seit dem Moment, als die beiden zu seiner Überraschung am späten Nachmittag aus Moth's Apartment kamen. Dabei war er selbst gerade erst wenige Minuten zuvor in der Straße eingetroffen, das heißt kurz nachdem sein Flugzeug in Miami gelandet war und noch bevor er in sein reserviertes Vier-Sterne-Hotel eingecheckt hatte. Er war sicher, dass sie seine Anwesenheit nicht bemerken würden. Er machte sich auf dem Sitz seines Leihwagens klein und legte sich auf die Lauer. Kaum war Moth in der Kirche verschwunden, richtete Student Nummer fünf den Blick auf Andy Candy und machte sich so weit wie möglich von allen Gedanken frei. Vorgefasste Meinungen und übereilte Schlussfolgerungen konnten nur sein Urteil trüben. Neugierige College-Abgängerin und Junge mit einem Alkoholproblem. So viel wusste er über sie, nicht gerade viel. Dieses Gerede, wie wichtig und nachhaltig der erste Eindruck ist, das ist Schwachsinn. Es war ihm ein wenig unangenehm, sich auf diese plumpe Weise zu verstecken, und so wechselte er immer wieder die Stellung. Er war etwa 20 Meter von Andy Candy entfernt, nicht weit weg vom Eingang der Kirche. Für den Fall, dass ihn jemand entdeckte, würde er behaupten, er käme zu dem Treffen, habe jedoch Bedenken, tatsächlich hineinzugehen, genug, um fremde Neugier im Zaum zu halten. Doch er rechnete nicht damit, tatsächlich in Erklärungsnot zu kommen. Drogenabhängige und Alkoholiker sind naturgemäß unzuverlässig und unberechenbar. Nicht schwer zu imitieren. Von seinem Beobachtungsposten aus konnte er sehen, dass Andy Candy über irgendwelchen Papieren beutete. Seine Neugier war von geradezu hypnotischer Sohkraft. Er wollte näher heran. Während er sie weiter aus sicherer Entfernung ins Visier nahm, attestierte er sich eine Engelsgeduld, und auch wenn er sich darüber im Klaren war, dass die Entscheidung, die er zu treffen hatte, keinen Aufschub doldete. Im Tagungsraum der Redeemer One sah sich Moth nach Susan Terry um, konnte sie aber nirgends entdecken. Nun, vielleicht ist sie doch nicht ganz so entschlossen, clean zu bleiben, wie sie behauptet, dachte er bissig. Er nahm auf dem gewohnten Ledersofa Platz und nickte den anderen regelmäßigen Teilnehmern zu. Das Treffen begann mit der üblichen langwierigen Begrüßung. Dann deutete der Gesprächsleiter auf die Person, die in dem lockeren Zirkel zu seiner Rechten saß. Es handelte sich um die Firmenanwältin. Sie strich sich den Designer rockglatt und stand auf. Hallo, ich heiße Sandy und ich bin Alkoholikerin. Ich bin jetzt seit 182 Tagen nöchtern. Zusammen mit den anderen erwiderte Moth den Gruß. Hi, Sandy. Wie in einem Gottesdienst sprach die kleine Gemeinde im Chor. Jeder, der an diesem Abend in der Runde saß, kannte Sandy, war mit ihren inneren Kämpfen vertraut und freute sich zu hören, dass sie auf Kurs blieb. Ich habe einige Fortschritte mit meinem geschiedenen Mann und meinen Kindern gemacht, sagte sie. Wir haben uns diese Woche zum Essen verabredet. Ich nehme das als eine Art Test. Siehe mir an, wie sie sich diese Flasche edlen Rotwein reinkippen und ich bin gespannt, wie ich reagiere, ob ich innerlich abschalten kann oder zum Glas greife. Sie sagte das mit einem süßsäuerlichen Lächeln und erntete verhaltenen Beifall. Es kann so oder so ausgehen, fuhr Sandy fort. Dann schwieg sie einen Moment und drehte sich zu Moth um. Aber ich glaube, dass wir, die wir hier heute Abend zusammensitzen, alle von Timothy hören wollen. Während sie sich widersetzte, fixierte sie Moth mit einem unnachgiebigen Blick. Im Raum herrschte gespanntes Schweigen. Ein paar Leute rutschten unruhig auf ihren Sesseln hin und her. Dann stand der Ingenieur auf. Ich heiße Fred und ich bin seit 272 Tagen nüchtern. Ich stimme Sandy zu. Timothy, du bist dran. Der Sitzungsleiter, ein vor langer Zeit selbst alkoholsüchtiger Hilfspfarrer, der im heißen Klima von Miami dunkle Rollkragen-T-Shirts trug, versuchte einzugreifen. Wisst ihr, das muss Timothy entscheiden. Niemand sollte gedrängt werden. Moth stand auf. Schon gut, sagte er, wenn auch nicht ganz ehrlich. Er sah sich im Raum um und holte Tiefluft. Hallo, sagte er bedächtig. Ich heiße Timothy und bin jetzt seit 31 Tagen nüchtern, obwohl der Mord an meinem Onkel erst zwei Wochen und 31 Tage her ist. Er schwieg und blickte den Leuten ins Gesicht. Manche beugten sich unwillkürlich vor. Er spürte ihr Interesse. Sieht fast so aus, als ob, egal wohin ich gehe, jemand stirbt, sagte er. Susan Terry kniete im Wohnzimmer ihres Apartments auf dem Teppich neben dem Couchtisch. Der Tisch hatte eine Glasplatte und in der Mitte, direkt hinter einer halbleeren Flasche Johnny Walker Redd. waren jetzt zwei schmale einer schrecklichen Entscheidung. das Kokain. Dann mach's kurz. Ohne sich zu rühren, blickte sie zwischen den beiden Alternativen hin und her. Knall die Bestien ab! Nachdem mir diese Worte wie ein Mantra im Kopf gekreist waren, sagte sie laut, »Los, knall die Bestien ab! Knall die Bestien ab!« Sie schwankte ein wenig und flüsterte weiter. »Knall sie ab!« In aller Herrgutsfrühe, kurz vor Sonnenaufgang, hatte sie ein Detektiv von der Mordkommission mit dürren Worten und kaum verholener Betroffenheit aus dem Bett geklingelt, um sie zu einem Albtraum zu rufen. Was sie dort zu sehen bekam, hatte sie völlig aus der Fassung gebracht und die mühsam aufgerichtete Fassade der knallharten Strafverfolgerin einstürzen lassen. »Miss Terry?« »Ja, du liebe Götte, wie spät ist es?« »Kurz vor fünf. Detektiv González, Mordkommission Miami. Wir kennen uns von diesem«, sie fiel ihm ins Wort. »Ich erinnere mich, Detektiv. Was liegt an?« »Wir haben einen ungewöhnlichen Mord. Ich denke, Sie sehen sich das am besten selber an. In Liberty City. Drogen? Nicht wirklich. Was dann?« Während sie ihre Fragen stellte, sprang sie aus dem Bett, griff nach einer Jeans und einer Jacke und verspürte nur den Wunsch nach Kaffee. »Tod durch Hund«, sagte der Detektiv. Auf dem Weg nach Liberty City zog die Nacht nur unwillig und langsam die Finger zurück, um die Stadt dem Glutofen des nächsten Tages zu überlassen. Sie fuhr auf der Autobahn an ihrer gewohnten Ausfahrt zur Bezirksstaatsanwaltschaft vorbei und nahm die nächste Abzweigung in eine der ärmsten Gegenden des County Date, die einige Jahre zuvor durch Aufstände und Unruhen traurige Berühmtheit erlangt hatten. Das Kuriose an Liberty City war die Tatsache, dass sie in einem Umkreis von vielen Meilen auf dem höchsten und festesten Boden lag. Es war nur eine Frage der Zeit und des ansteigenden Meeresspiegels, bis die Baulöwen begriffen, wo in Miami die sichersten Grundstücke lagen. Dann würde kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Vielleicht erst in hundert Jahren. Doch wenn Miami so weitermachte wie bisher, musste man kein Hellseher sein, um vorherzusagen, dass die armen Leute weichen und die Reichen übernehmen würden. Die Nacht ersparte einem den Anblick der schlimmsten Armut. Die letzte Dunkelheit vor dem Morgengrauen lag wie eine schwerelose, tintenschwarze Decke aus heißem Dunst über der Stadt. Susan bahnte sich ihren Weg durch die schmalen, gottverlassenen Straßen von Liberty City, an heruntergekommenen Betonziegelbauten und flachen, billigen Mietshäusern vorbei. Am Rand der Bürgersteige blieb der Unrat dort liegen, wo in der Wind hingeweht hatte. Neben aufgebockten, reparaturbedürftigen Autos stapelten sich ausgediente Haushaltsgeräte. Soweit das Auge reichte, waren die Fenster mit Eisenstangen und die Grundstücke durch Maschendrahtzäune gesichert. Als hätte der ganze Stadtteil Rost angesetzt, dachte sie. Selbst mit der Pistole in ihrer Handtasche auf dem Beifahrersitz wäre sie nie im Leben freiwillig allein durch diese Straßen gefahren. Wir geben uns gerne Illusionen hin, farbenblind zu sein. Dabei ist die Hautfarbe, wenn du hierher kommst, das Erste, was dir ins Auge springt. Zwei Blocks entfernt sah sie das Blitzen der Stroposkop-Leuchten auf den Streifenwagen. Als sie näher kam, entdeckte sie den Transporter des Gerichtsmediziners, dann ein halbes Dutzend Einsatzwagen sowie die ungekennzeichneten Fahrzeuge der Detectives von der Mordkommission vor zwei nur durch den allgegenwärtigen Maschendraht voneinander getrennten Häusern. Auf der Straße eilten die ersten Schaulustigen herbei. Als sie sich der Szene langsam näherte, registrierte sie einen Kleinlaster der Tierüberwachung sowie zwei Tierschutzbeamte in grüner Uniform, lebhaft gestikulierend ins Gespräch mit der Polizei vertieft. Als sie den Wagen abstellte und zu den anderen Beamten stieß, hielt sie niemand auf. Junge weiße Frau, die nicht von der Polizei ist, kann nur eine Staatsanwältin sein. Sie erspähte Detective Gonzales und eilte forsch auf ihn zu. Hey Ricky, schießen Sie los. Oh Miss Terry, tut mir leid, Sie mitten in der Nacht, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, unterbrach sie ihn. Wir tun beide nur unseren Job. Was haben wir? Die Art, wie der Detective langsam den Kopf schüttelte, schien zu sagen, dass er einmal wieder an der Menschheit verzweifelte. Ich dachte, so schnell haut mich nichts mehr um, fing er an und zeigte mit einer wagen Geste auf den Transporter der Tierüberwachung. Einer der Beamten, der in der Nähe stand, öffnete die breite Hecktür und gab den Blick auf zwei Stahlverstärkte Käfige frei, die für wilde Panther und aggressive Alligatoren konzipiert waren. Oder, wie in diesem Fall, für Pitbulls. Zwei von der Sorte. Muskelpakete, vernarbte Köpfe, kräftige Brust, knurrend, Zähnefletschend, Schaum vor dem Maul. Kaum blickten sie ins Freie, warfen sie sich mit einer Wucht gegen die Eisengitter, dass der ganze Wagen wackelte und protestierten mit ohrenbetäubendem Geheul gegen ihre Gefangenschaft. Lieber Gott, platzte Susan heraus, während sie unwillkürlich einen Schritt zurückwich. Was zum Teufel? Und dann erzählte ihr Detective Gonzales eine Geschichte. Es war eine Gruselgeschichte, wie aus der Feder von Edgar Allan Poe oder Ambrose Beers, doch mit dem unverwechselbaren Lokalkolorit von Südflorida. Ein alleinlebender älterer Mann, vor Jahren bei einem Werksunfall verkrüppelt, sodass er mit seinem deformierten Bein stark hinkte, verdiente sich seinen Lebensunterhalt zu einem beträchtlichen Teil damit, Hunde für illegale Wettkämpfe zu trainieren. Unglücklicherweise wurde er von den beiden Jungen von nebenan gnadenlos gehänselt. Als es dem alten Mann zu viel wurde, tüftelte er eine Schnellentriegelungsvorrichtung aus, mit der er von nun an die Zwinger mit seinen Hunden sicherte. Zugleich legte er die Bestien nicht mehr an die Kette. Dabei übersah er die rostigen Laufknoten und die altersschwachen Schlingen seines Maschendrahtzauns. In der vergangenen Nacht schlichen sich die beiden Jungen zu seinem Haus und verfielen auf die Idee, die Hunde in ihren vermeintlich sicheren Zwingern mit Steinen zu bewerfen. Nach einer Weile wechselten sie die Zielrichtung, schleuderten ihre Geschosse gegen die Fenster des alten Mannes und rissen ihn aus dem Schlaf. Er brüllte wüste Beschimpfungen nach draußen. Bis dahin nichts weiter als eine Nacht voller nachbarschaftlicher Gehässigkeiten und eine mörderische Schwüle, die noch Schlimmeres ausbrüten sollte. Der alte Mann ging davon aus, dass der Maschendrahtzaun um sein Haus für die Hunde ein unüberwindliches Hindernis war, also betätigte er das ausgetüftelte Seilzugssystem und ließ zwei Tiere aus ihren Zwingern. Er hoffte, der Anblick der Bestien, über dreißig Kilogramm schwere Kampfmaschinen, die mit gefletschten Zähnen quer über den Hof auf sie zuflogen, würden den Quellgeistern Beine machen, die Hunde kämmen bis zum Zaun, die Jungen mit einem gehörigen Schrecken davon, und er selbst könnte sich mit ein bisschen Schadenfreude wieder schlafen legen. Fast jeder andere an der Stelle des alten Mannes hätte in dieser Gegend zur Waffe gegriffen und den Jungen unmissverständlich gezeigt, wo es lang ging, wogegen die Reaktion des alten Mannes fast von Friedfertigkeit zeugte. Leider ging seine Rechnung nicht auf. Beide Hunde warfen sich mit voller Wucht gegen den Zaun, der Draht beute sich aus, gab nach, und sie wandten sich durch die Öffnung. In Sekundenschnelle holten sie die in Panik flüchtenden Kinder ein. Beide Hunde hatten die Jungen schon zur Strecke gebracht, bevor der alte Mann sie mit Schlingen und Ketten unter Kontrolle bringen konnte. Ende der Geschichte. Susan wurde flau und sie bekam weiche Knie. Grausig. Nicht tragisch, einfach nur krank. Ich sollte dann wohl ersparen sie sich lieber den Anblick der Leichen, sagte Gonzales zu Susan. Bei dem Gedanken an zerfleischte Kinder schnürte es ihr die Kehle zu. Ich muss, wirkte sie heraus. Die Hunde, sagte der Detektiv. Wie haben wir die zu verstehen? Sind das Waffen, die wir beschlagnahmen müssen? Und was für eine Art von Tötungsdelikt ist das überhaupt? Oder fällt das unter Notwehr? Ich meine, immerhin haben die Jungs Steine geworfen. Aber diese Köter, sind die nun Beweismaterial? Jede Menge juristische Fragen, Kanzler, die irgendwie geklärt werden müssen. Wenn es nach mir ginge, würde ich die Bestien auf der Stelle erschießen. Aber ich wollte zuerst ihren Rat einholen. Susan nickte. Am liebsten hätte sie gesagt, sie haben hundertprozentig recht. Erschießen sie die Bestien. Manchmal ist ein bisschen Selbstjustiz gerechtfertigt. Doch sie sagte etwas anderes. Beschlagnahmen sie die Hunde. Die Tierüberwachung soll ihnen lückenlos Bericht erstatten. Damit wir vor Gericht, wie bei einem Messer oder einer Schusswaffe, die am Tatort gesichert wird, eine verwertbare Beweiskette haben. Vergessen sie nicht eidesstattliche Aussagen dieser Beamten über die Gefährlichkeit der Hunde zu protokollieren. Und nehmen sie das da. Sie zeigte mit dem Finger über die Schulter auf die Hunde, die sich auf der Ladefläche des Transporters immer noch gegen das Gitter werfen, auf Video auf. Verhaften sie den alten Mann, verlesen sie ihm seine Rechte und klagen sie ihn wegen vorsätzlichen Mordes an. Sagen sie den Tatorttechnikern, sie sollen diese Schließanlage so erhalten, wie sie ist, damit wir sie vor Gericht präsentieren können. Wir brauchen Fotos von der Stelle im Zaun, an der die Hunde durchgebrochen sind. Sie holte Tiefluft. In einem übermenschlichen Kraftakt klammerte sich Susan an die gewohnte Rolle der nüchternen, unerschütterlichen Staatsanwältin. Gehtiger Himmel, flüsterte sie. Ich habe in meiner Dienstzeit wahrhaftig schlimme Sachen gesehen, sagte Gonzales. Aber das hier, diese Köter gehen ihrem Opfer direkt an die Kehle. Abgerichtete Mordmaschinen. Die sind schlimmer und effizienter als jeder Auftragskiller. Die Jungs hatten nicht die geringste Chance. Viele denken, sind doch nur Hunde, wär doch gelacht, wenn ich damit nicht fertig würde. Aber die haben keinen blassen Schimmer. Er fasste sie am Arm und führte sie zum Leichenfundort. Einer der Toten lag auf dem Hof neben dem Haus, der andere nur wenige Schritte von der Eingangstür entfernt. Susan holte Tiefluft. Der hier hätte es beinahe geschafft, dachte sie. In diesem Moment sah sie den Assistenten von der Gerichtsmedizin. Selbst im Licht der Scheinwerfer konnte sie sein aschfahles Gesicht erkennen. Er beugte sich über einen kleinen Körper. Susan starrte auf die leuchtend blauen Turnschuhe des Jungen. Dann zwang sie sich, den Blick auf seine Kehle zu richten. So hatte der Tag für Susan begonnen. Ein zerfleischtes, halbgefressenes Kind. Der Anblick hatte sie an einer Stelle getroffen, an der sie zu verwundbar war, um dagegen anzukämpfen. Sie strauchelte. Sie versagte. Das Böse schlägt unbeirrbar zu und lässt dir keine Atempause, dachte sie. Jeder Drogensüchtige kennt, wenn er etwas sieht oder etwas erfährt, das ihn aus der Bahn wirft, zwei Telefonnummern im Schlaf. Egal, wie lange er sich in der Gewissheit wiegt, alles im Griff zu haben, droht jederzeit der Absturz. Geschieht etwas Einschneidendes, mit dem er nicht gerechnet hat, stürzt die ganze Fassade der Normalität zusammen und legt die alten Wunden bloß. Man hat die Wahl. Entweder ruft man den Betreuer an, der einen vielleicht wieder zur Vernunft bringt, oder den Dealer, der die Alternative liefern kann. Ich hätte niemals angerufen, wären da nicht diese Bestien und die toten Kinder gewesen. Ich hab mir wahrhaftig eingebildet, ich hätte es geschafft. Ich war wieder die unbeugsame Staatsanwältin mit scharfer Zunge und steinerner Miene. An mir beißt man sich die Zähne aus, dachte ich jedenfalls. Das Dope war in weite Ferne gerückt. Bis heute Abend, nach all dem Blut. Vielleicht wäre alles einfacher für sie, dachte Susan zuweilen, wenn sie ihr Leben mit objektivem Blick betrachten könnte. Als Kind nicht genug geliebt und deshalb später süchtig. Und verprügelt und im Stich gelassen. Wen wundert's also? Und nur einen Moment lang schwach geworden, wenn ich hätte hart bleiben sollen. Mit ein wenig Verständnis und Nachsicht für sich selbst wäre sie gewappnet gewesen. Doch es kam anders. Stunden später kauerte sie in ihrer Wohnung, betrank sich hemmungslos und schwankte zwischen den Alternativen auf ihrem Glastisch. Kugel oder Koks, Koks oder Kugel. Erschießt die Bestien. Erschießt dich selbst. So oder so lief es auf dasselbe hinaus, nur ein wenig zeitversetzt. Als hinter ihr das Telefon klingelte, zuckte sie heftig zusammen. Zuerst herrschte Schweigen. In der Redeemer One blickte Moth in die Gesichter der anderen und bezweifelte, dass die Leute hier jemals eine solche Geschichte zu Ohren bekommen hatten. Im Vergleich zu den Enthüllungen, die er ihnen an diesem Abend zugemutet hatte, nahmen sich die Zwänge und Katastrophen, denen sie alle tagtäglich den Kampf ansagten, harmlos aus. Und so dauerte es nicht lange, bis die Gruppe ihn mit Fragen, Kommentaren, Ängsten und Ratschlägen bombardierte. Binnen Sekunden war das vertraute Ritual von Zuhören und Bekenntnis mitsamt jeder Etikette außer Kraft gesetzt. Einige in der Runde wurden laut, platzten mit ihren Meinungen heraus, fielen einander ins Wort, redeten gleichzeitig, um ihre Meinungen, Argumente, den einen oder anderen Sarkasmus, gelegentlich auch zweifellos zu werden. Melde es der Polizei! Über den Notruf vielleicht, Blödsinn. Dann taucht die gleiche einen Kopf auf und hat keine Ahnung, was er machen soll. Was ist denn mit den Cops, schon bei Eds Tod ermittelt haben? Ja, klar doch, ruf sie her und sag ihnen, wie dämlich sie waren, das macht bestimmt Eindruck. Und was haltet ihr von einem Privatdetektiv? Dann lieber gleich einen Anwalt, der mit dem Privatdetektiv zusammenarbeitet. Durchaus bedenkenswert fragt sich nur, wie viele Anwälte sich auf notorische Rächer und Serienkiller spezialisieren. Findet man diese Sparte in den gelben Seiten? Warte, das haben wir gleich. Ah ja, irgendwo zwischen Alkohol am Steuer, Scheidungssachen und Vermögensrecht. Du musst mit Welche Hilfe soll ich mir von ihnen erwarten? Was hältst du davon, bei Miami Herald anzurufen? Erzähl die ganze Story einem investigativen Journalisten, der sich dem Kerl an die Fersen hängt. Oder bei Zur Fahndung ausgeschrieben. Irgendeine unabhängige Instanz muss der Sache doch auf den Grund gehen. Überleg doch mal, die Presse würde es mit Sicherheit versemmeln. Und hast du in der letzten Zeit mal den Herald gelesen? Es längst nicht mehr, was er mal vor 20 Jahren war. Die sind schon mit einer Sitzung des Stadtplanungsausschusses überfordert. Ich kann Moth nur dringend ans Herz legen, flieg nach New Jersey zurück und übergib den Fall der dortigen Staatspolizei. Und was erhoffst du dir von denen? Hier bei uns sind sie nicht zuständig. Vor allem aber hat Timothy keine Beweise in der Hand. Seine Geschichte stützt sich auf Informationen und Schlussfolgerungen. Die Polizei würde sagen Spekulationen. Er kann ihnen ein Mordmotiv nennen, nur leider ein äußerst bizarres. Und vieles von all dem kann Zufall sein und nichts mit den späteren Morden zu tun haben. Also mir leuchtet seine Theorie ein. Bist du dir sicher? Hat er beinharte Fakten, die ein Gericht überzeugen würden? Ich weiß nicht. Vielleicht sollte Timothy ein Buch darüber schreiben. Tja, großartige Idee. Dafür sollte er dann ein, zwei Jahre veranschlagen. Ich glaube, er will von uns wissen, was er hier und jetzt unternehmen soll. Ich wünschte, Susan wäre hier. Als Profi wüsste sie bestimmt, was zu tun ist. Nach diesem Vorschlag meldete sich Moth zu Wort. Ich kann sie anrufen. Sie hat mir ihre Karte gegeben mit ihrer Privatnummer. Er griff in seine Brieftasche und zog die Visitenkarte heraus. Zum ersten Mal trat in der Runde Stille ein. Fast alle nickten stumm. Sandy kamte aus ihrer Handtasche ihr Handy hervor. Ihr, sagte sie, ruf gleich an, während wir hier alle zusammen sind. Der mütterliche Nachdruck war nicht zu überhören. Darüber hinaus wusste natürlich jeder, dass in dieser Runde auf das Versprechen jemanden anzurufen nicht immer Verlass war. Moth hatte schon die Finger am Touchscreen, um die Nummer zu wählen, hielt jedoch inne, als sich Timothy sagte er bedächtig. Mir kommt da gerade ein Gedanke, den noch niemand geäußert hat. Ich glaube, du hast hier viele gute Anregungen bekommen, begann er, als säße er in einer Institutskonferenz. Ich hege allerdings eine andere Befürchtung. Die wäre, fragte Moth. Wenn dieser Verbrecher, also dieser ehemalige Medizinstudent, den du aufgespürt hast, dieser mehrfache Mörder, also, wenn der Mann tatsächlich so gewieft ist, wie du sagst, jedenfalls fünf Morde, ohne sich erwischen zu lassen, holte er umständlich aus, bevor er zum eigentlichen Punkt kam, naja, kannst du dir dann sicher sein, dass er nicht schon von dir weiß? Grabesstille, die regelmäßigen Mitglieder der Gruppe erstarrten. Also, wie sollte er, stammelte Moth. Auf die Frage, die er nicht zu Ende brachte, wusste niemand eine schlüssige Antwort. Erneutes Schweigen. Ruf sie an, sagte Sandy mit belegter Stimme, doch in entschiedenem Ton. Moth sah sich um. Gespannt beugten sich die anderen zu ihm vor oder saßen, ohne es zu merken, auf der Sesselkante. Fällt ein bisschen aus dem Rahmen, das heutige Treffen, dachte Moth sarkastisch. Während der Professor weitersprach, wählte Moth die Nummer. Und Moth, fügte der Philosoph behutsam hinzu, wenn er von dir weiß, was hat das für Konsequenzen? Ja, Stell auf Freisprechfunktion, sagte jemand. Susan, alle hier hören mit, sagte Moth laut und deutlich. Wieso bist du heute Abend nicht gekommen, fragte der Philosophie-Professor ohne Umschweife. Susan Terry antwortete nicht. Sie hielt das Telefon in der einen Hand, drückte sich die andere an die Stirn und massierte sich die Schläfen, als hoffte sie auf diese Weise den Aufruhr in ihrem Kopf zu besänftigen. In der ersten Schrecksekunde bildete sie sich ein, die ganze Runde in der Redeemer One könnte sehen, was sich auf ihrem Glastisch befand. Im Geist hatte sie die missbilligenden Gesichter vor sich. Sie war gegen eine billige, unbequeme Couch gesackt, zu dem schweißgetränkten weißen Trägerhemd trug sie eine ausgeleierte graue Trainingshose, die passenden Klamotten zum Kokain ziehen, dachte sie. Die richtigen Klamotten, um sich vom Acker zu machen. prüfen will, ob er sich nichts gebrochen hat, wackelte sie mit den nackten Zähnen, bevor sie wagte aufzustehen. Ich wurde fünf Uhr morgens aus dem Bett gerissen, sagte sie. Das entsprach der Wahrheit. Ich war erschöpft und bin eingedöst. Das war gelogen. Fast wie eine religiöse Opfergabe hielt Moth, der als einziger im Kreis der anderen stand, das Handy in die Höhe, damit alle hören konnten, was Susan sagte. Ob ihre Ausrede die anderen überzeugte, erschien ihm fraglich. Jedes Treffen war von einer Mischung aus Zweifel und blindem Glauben geprägt. Eine Mischung, die jeder Logik widersprach, doch irgendwie funktionierte. Susan ran der Schweiß zwischen den Brüsten herunter. Dennoch fand sie zum gewohnt nüchternen sachlichen Ton der Staatsanwältin zurück und nahm mit Erleichterung zur Kenntnis, dass es diese zuverlässige Person noch gab. Sie fragte sich, ob sie in ihrer Verfassung mit kritischen Urteilen klarkommen würde. Wieso rufst du an? fragte sie brüsk. Bevor Moth antworten konnte, meldete sich Sandy zu Wort. Er ruft an, weil wir darauf bestanden haben. Einstimmig, sagte sie energisch wie eine Mutter, die ihre Kinder Ingenieur Fred fügte hinzu. Er hat uns alles erzählt, was ihn zu der Annahme bewogen hat, dass sein Onkel von jemand anderem getötet wurde. Wir finden seine Beweisführung absolut logisch. Zugegeben größtenteils auf Indizien gestützt, aber dennoch schlüssig. Besser gesagt, faszinierend. Als wir überlegt haben, an wen wir uns damit wenden sollen, waren wir uns einig, dich zu kontaktieren. Die Stimmen, die sie in der Leitung hörte, klangen Blechern, fast wie Halluzinationen. Susan lehnte sich zurück. Abgeschlossener Fall. Vielleicht Zweifel. Offener Fall. Vielleicht Zweifel. Der Selbstmord seines Onkels wurde gründlich untersucht und als geschlossener Fall zu den Akten genommen. Timothy und ich haben darüber in aller Ausführlichkeit gesprochen, fing sie an. Er ist nicht der Einzige, fiel ihr Moth scharf ins Wort. Dabei behielt er die anderen im Auge. Susan rutschte mit dem Gesäß ein Stück über den Boden, um den Kopf an die Sofakante zu lehnen. Sie starrte auf die halbleere Whiskyflasche auf dem Tisch und hatte Angst, sich mit ihrer schweren Zunge zu verraten. Der Wunsch, sich über die Glasplatte zu beugen und die letzten Kokain-Lines zu ziehen oder aber nach der Automatik zu greifen und dem, was von ihrem Leben übrig war, ein rasches Ende zu bereiten, wurde unwiderstehlich. Ich sterbe, dachte sie. Ich bin vollkommen allein und daran wird sich auch nichts ändern. Sie kniff die Augen zusammen, hörte jedoch zu ihrem eigenen Staunen eine Stimme, die wie ihre eigene klang, fast als wäre jemand bei ihr im Zimmer. Du meinst, es gab noch andere Selbstmorde? Nein, keine Selbstmorde. Morde, erwiderte Moth. Morde, die so getarnt waren, dass sie nach etwas anderem aussahen, wie Unfälle oder menschliches Versagen. In der Redeemer One war es mucksmäuschen still. Niemand hatte sich von seinem Platz erhoben, doch Moth kam es so vor, als ob sie ihn umringten, langsam näher traten und ihm die Hände auf die Schultern legten. Zum ersten Mal seit vielen Tagen wünschte er sich Andy Candy wäre mit hereingekommen und er könnte sie den anderen vorstellen. Ein verrückter Gedanke, den er schnell wieder verwarf. In dieser Runde war nur Platz für Suchtkranke und sie hatte ihr nichts verloren. Also gut, Timothy, sagte Susan langsam. Setzen wir uns noch einmal zusammen und gehen alles in Ruhe durch. Du erzählst mir, was du Neues erfahren hast. Kannst du morgen in Moth warf einen fragenden Blick in die Runde. Sandy, Fred, der Philosophie-Professor und die anderen schüttelten allesamt den Kopf. Noch heute Abend, flüsterte Sandy so laut, dass es Moth verstehen konnte. Die übrigen nickten. Kein Aufschub, sagte Fred. Wir alle wissen, was passiert, wenn man was wichtiges aufschiebt. Sein Gedanke galt einzig und allein der Sucht. Noch heute Abend, bekräftigte Moth. Na schön, sagte Susan und dachte, dann lebe ich eben ein bisschen länger. Wie viel länger, das stand in den Sternen. Mühsam rappelte sie sich auf. Sie wusste, dass sie sich notdürftig frisch machen musste, um Moth unter die Augen zu treten. Sie starrte auf die letzten Linien Koks. Nicht anhährend genug, dachte sie. Sie hatte immer noch das Handy in der Hand und skräute die Kontaktliste herunter, bis sie den Namen ihres Dealers fand. Triff dich mit Moth. Triff dich mit dem Dealer. Immer noch starrte sie wie gebannt auf den kümmerlichen Rest auf dem Tisch. Mit einem Ruck wurde ihr bewusst, dass sie entscheiden musste, ob sie das Kokain zurücklassen sollte oder die Waffe oder beides mitnehmen sollte. Für eine Frau, die stolz darauf war, in kurzer Zeit umsichtige Entscheidungen zu treffen, war dieses Zaudern die Hölle. Sie hatte Jeremy Hogan's handschriftliche Notizen auf dem Schoß. Wie jeder gute Wissenschaftler hatte er versucht, sie so zu ordnen, dass sie leicht verständlich waren, doch Andy Candy kannte sich auf seinem Gebiet nicht aus und mühte sich redlich damit ab. Nach jedem Gespräch zwischen dem alten Psychiater und seinem Mörder hatte der Professor unter einer Überschrift die Schlüsselwörter auf Notizpapier gekritzelt und sich, teils in Kürzeln, seine ersten spontanen Analysen notiert. Einige Formulierungen hatte er unterstrichen, andere mit einem Sternchen oder Kreis hervorgehoben. Das erste Gespräch mit dem Mann, der ihn später töten sollte, musste kurz gewesen sein. Die Überschrift auf der entsprechenden Seite lautete »Erstes Gespräch«. Darunter stand »Schuld. Letzte Abrechnung. Unter diesen Einträgen folgten weitere Zeilen. Noch andere? Das heißt, ich bin Teil einer Gruppe. Ausschließen »Mörder, gegen die ich ausgesagt habe. Keine Einzeltaten. Es sei denn, Gruppe schließt Staatsanwälte, Polizisten, Richter, geschworene Forensiker ein, das ganze Personal der Strafverfolgung. Wie überprüfen? Ausschließen ehemalige Kollegen, nachhaltige Hassgefühle, akademische Kränkungen, die zum Mord eskalieren? Unwahrscheinlich, aber möglich. Ausschließen Studenten. Hast du jemanden durchfallen lassen? Wahrscheinlich, Wahrscheinlichkeit gering. Alte Unterlagensichten? Wahrscheinlichkeit, den Täter so zu finden, gering. Im Anschluss hatte er geschrieben »Wichtig einschätzen, was für eine Art Mörder er ist.« Dies war der letzte Eintrag auf der ersten Seite. Auf dem nächsten Blatt wirkte Professor Hogan's Handschrift fahrig und Andy vermutete, dass diese Notizen während eines Telefonats entstanden waren. Sie las »Gebildet. Keine Knast- oder Straßenerfahrung. Ivy League? Obsession unter Kontrolle, kann Zwangshandlungen steuern, macht sie sich zunutze, ungewöhnlich. Nicht desorientiert, keine affektiven Einflüsse auf Sprachduktus, keine umgangssprachlichen Wendungen, kein Akzent. Nicht paranoid, organisiert. Bei seinem nächsten Eintrag, den er sowohl dreifach unterstrichen als auch eingekreist hatte, stutzte sie »Soziopath, aber einer, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Auch das Wort »nie« war dreifach unterstrichen. Am unteren Rand der Seite hatte Dr. Hogan in Blockbuchstaben geschrieben »Er wird mir in die Augen sehen wollen, bevor er mich tötet. Sei auf diesen Moment vorbereitet. Meine beste Chance. Sie holte tief Luft, als stünde sie in diesem Moment in seinem Haus und als sähe sie wieder vor sich, wie der tote Psychiater gegen die Wand geschleudert wurde. »An diesem Punkt haben Sie sich geirrt, Doktor, flüsterte sie. Tut mir unendlich leid, aber da lagen sie falsch. Sie überlegte. Oder doch nicht? Vielleicht hatte der Mörder ihn ja schon Sie wagte nicht, den Gedanken zu Ende zu denken. Plötzlich war ihr heiß im Wagen. Sie drehte den Zündschlüssel und öffnete die Fenster. Die schwüle Hitze von draußen war kaum besser als die abgestandene Luft im Auto. Mit Einbruch der Nacht schienen alle Unterschiede zu zerfließen. Die Notizen des Professors hatten sie so verängstigt wie ein verstörender Thriller oder ein brutaler Film. Sie wagte nicht den Kopf zu heben, denn mit Sicherheit hätte sie finstere Gestalten ausgemacht, die durch das Dunkel auf dem Parkplatz huschten und zu gespenstischen Mördern mutierten. Und so konzentrierte sie sich weiter auf die Notizen des Toten. Sie blätterte zur nächsten Seite um. Jeremy Hogan's letzten Eintrag las sie immer und immer wieder. Er hat schon gewonnen. Ich bin so gut wie tot. Timothy, erzähl Susan einfach dasselbe wie uns, möglichst mit denselben Worten, sie wird dir glauben. Zumindest genug, um den nächsten Schritt zu unternehmen, egal was. Sie ist im Staatsdienst. Mein Gott, sie hält sich schon den Rücken frei. Aber Timothy, sei auf der Hut. Du weißt nicht, worauf du dich da eingelassen hast. Als Moth wenige Sekunden später aus der Kirche stürmte und über den Parkplatz rannte, klingelten ihm noch die vielen Ratschläge und Ermahnungen in den Ohren. Kurz bevor er den Wagen erreichte, sah er, wie Andy Candy zu ihm hoch schaute. Sie hatte einen ängstlich lauernden Blick, schien jedoch über seiner Rückkehr erleichtert. Wir haben heute noch einen Termin, sagte er, während er neben mir einstieg. Andy Candy nickte stumm, ließ den Motor an und setzte zurück. Inzwischen hatten auch einige andere ihre Fahrzeuge erreicht, vom kleinen Hybrid des Philosophie Professors bis zu Sandys dickem Mercedes und fuhren nach und nach vom Platz. Dem Wagen, der in dieselbe Richtung abbog wie sie, schenkten sie keine Beachtung. Nein, sagte Susan Terry zur Kellnerin, nur Eiswasser für alle. Außerdem bestellte sie Sushi für den Tisch, auch wenn sie absolut sicher war, dass ihr von dem rohen Fisch bei übel werden würde. Die Kellnerin ging und korrigierte wahrscheinlich nach dem Wegfall alkoholischer Getränke ihr längsten Blick, zu dem sie sich aufraffen konnte. Und erzählt mir keinen Mist, fügte sie hinzu. Das hier ist kein Spiel und auch keine Seminararbeit. Vergeudet also nicht meine Zeit. Moth durchschauerte die Pose, sagte jedoch nichts. Andy blickte auf die Blätter mit Jeremy Hogan's Notizen, die sie zusammengerollt in der Hand hielt. Moth rutschte auf seinem Stuhl hin und her. Beiden fiel kompetenten Autoritätsperson zu tun, mit der er das letzte Mal in ihrem Büro zusammengesessen hatte. Dass Susan dennoch glaubwürdig in die alte Rolle schlüpfen und in sachlichem gebieterischem Ton mit ihnen reden konnte, verstärkte nur den Kontrast. Moth durchschaute augenblicklich, was die Veränderung zu bedeuten hatte. Andy Candy kam eine schreckliche Erinnerung hoch. Sie sieht so aus wie ich vermutlich, als ich aus der Abtreibungsklinik kam. Für einen Moment herrschte Schweigen und Moth versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Zum Auftakt seiner Enthüllungen fand er Worte, die, wie er hoffte, ihre Wirkung nicht verfehlen würden. Vor vier Tagen wurden Andy und ich in New Jersey Zeugen eines Mordes, sagte er. Student Nummer fünf hasste Sushi und so war er, nachdem sich das Tejo an einen Tisch gesetzt hatte, Fast-Food-Restaurant gegangen, um sich ein Sandwich auf die Hand zu besorgen. Er war ein Ernährungsfanatiker und es kam nur selten vor, dass er irgendetwas von einer Theke oder aus einer Fritteuse anrührte. Doch an diesem Abend war vieles nicht so wie sonst und das diffuse Gefühl, sich von einem Moment auf den anderen auf viele Veränderungen einstellen zu müssen, verdarb ihm die Stimmung. Die Tüte in der Hand lief er zu einer Bank auf der anderen Straßenseite gegenüber dem Sushi-Restaurant, von der aus er den Eingang im Auge hatte. Die Schwüle war erdrückend, er bekam nicht richtig Luft. Auch wenn er von draußen nicht sehen konnte, wie Andy Candy und Moth mit der dritten Person redeten, konnte er sich ungefähr denken, was sie zu besprechen hatten. Nur dass er bis Entscheidung zu treffen. Habt die Frau zwar noch nie gesehen, dachte er, doch ich wette 3 zu 1, dass sie gefährlich ist. Das Brot in seinem Mund war so staubtrocken, dass er es kaum herunter bekam. Jede Tomate, jedes Salatblatt hatte einen fauligen Geschmack, die Diät Limo war wässrig und flach. Nach wenigen Bissen war für sein Sandwich weg. Student Nummer fünf bewegte sich auf dem Boden seiner Suite im Biltmore Hotel in Coral Gables mit gestrecktem Körper auf und ab. Es war kurz vor Mitternacht, er konnte nicht schlafen und so absolvierte er nackt auf seinem Teppich einhändige Liegestütze. Zehn mit der rechten Hand, zehn mit der linken, zehn mit der rechten, zehn mit der linken. Ihm brannte der Schweiß in den Augen. Im Hotel fand gerade eine Konferenz junger Start-ups im Technologiebereich statt und auf einer Terrasse im Park spielte eine Rockband Hits aus den Sechziger Jahren. Nicht ganz passend für das Jungfolg der Juppies, dachte er. Statt modernem Hip-Hop oder Rap wurde ihnen die Suppe von gestern serviert, von Jefferson Airplane über Steppenwolf bis zu den Rolling Stones. Kreischende E-Gitarren und ekstatischer Gesang halte in sein Zimmer mit Blick auf den riesigen Pool und den angrenzenden Golfplatz. Zwischen seinen Liegestützen im Takt der hämmernden Musik flüsterte er keuchend »Das seht ihr richtig can't get no satisfaction « trifft den Nagel auf den Kopf. An Dilemma dachte er. Das beschreibt exakt meine Situation. Dilemma zum Kotzen. Er hatte sich immer als intellektuellen Killer verstanden, als in sämtlichen psychologischen Aspekten der sparte Mord bewandert war und die emotionalen Abgründe, die ganze Skala an Gefühlen, die das Töten eines anderen Menschen zum Klingen brachte, ergründet hatte. Töten hat etwas mit Höhlenforschung gemein, dachte er, während er sich die letzten Liegestütze abrang. Dunkle Höhlen, unerforschtes Territorium und mit jedem Schritt dränge ich weiter in Niemandsland vor. Das Töten aus Rache hatte ihn nicht nur befreit, sondern im Lauf der Jahre auch seinen psychologischen Horizont erweitert. Er verstand sich als eine Art Buddhist, ein Zen-Meister des Todes mit einer Prise James Bond, der Romanheld wohlgemerkt, nicht der in den Actionfilmen, der mit einer Walter PPK seinen Entscheidungen Nachdruck verlieh. Für ihn war Mord ein Prozess und keine Kurzschlusshandlung. Eine Salve aus einem fahrenden Auto, ein spontaner Schuss, um die Kasse in einem Laden oder einer Tankstelle einzusacken, war noch nie mein Ding. Für ihn war das Töten mitsamt den akribischen Recherchen und der geduldigen Planung, die dem letzten Akt vorausgingen, eine Form von Kunst. Vergleichbar dem Maler, der nach dem Bild vor seinem geistigen Auge die Farbe auf die Leinwand unnötige Grausamkeit. Genau aus diesem Grund passten seine Morde in keine der üblichen Kategorien und konnten streng genommen nicht einmal als Mord bezeichnet werden. Was er im Laufe seines neuen Lebens vollbracht hatte, entzog sich jeder gängigen Definition. Im Töten hatte er die Kunst des Maßhaltens und der angemessenen Form zur Meisterschaft entwickelt. Andere würden vielleicht gern dasselbe tun, wenn es ihnen nur möglich wäre. Wie oft ist jemandem schon der Satz herausgerutscht Ich könnte den Kerl erwürgen und aus gutem Grund. Aber das war's dann auch schon. Wunschdenken, weiter nichts, grenzenlos dumm. Du hast die Wahl, dein ganzes Leben darunter zu leiden, was die Andere angetan haben, oder das Heft selbst in die Hand zu nehmen. Hoch, runter, hoch, runter, 31, 32, 33, weiter. Bei 50 ließ er sich keuchend auf den Teppich fallen. Er spürte jeden einzelnen Muskel und blieb ein paar Minuten liegen, bevor er aufstand und sich wieder an seinen Laptop setzte. Bei Google Earth studierte er drei Adressen aus der Vogelperspektive und in der Straßenansicht, die des Neffen, die der Freundin, die der Staatsanwältin. Es hatte ihn einige raffinierte, aufwendige Internetrecherchen gekostet, um an Informationen über die Frau zu kommen, die er bis zu dem Gebäude mit ihrer Eigentumswohnung verfolgt hatte. Susan Terry hatte er bis tief in die Nacht hinein beschattet. Über den kleinen Abstecher in die Drogenwelt auf ihrem Heimweg hatte er nicht schlecht gestaunt. Er hatte sich die Adresse notiert, sie mit Kaufbelegen und Umsatzsteuerlisten der letzten Wochen abgeglichen und war auf diesem Umweg an ihren Namen gekommen. Und diese Susan Terry wartete mit weiteren Überraschungen auf, denn sie fand in mehreren Artikeln des Miami Herald Erwähnung. Nachdem er alle gelesen hatte, sagte er, wenn ich das richtig sehe, junge Dame, sind Sie beruflich gerade auf dem absteigenden Ast? Strengen Sie sich gefälligst ein bisschen mehr an, schließlich kommen wir Steuerzahler für Ihr Gehalt auf. Meinen Sie wirklich, die kleine Prise Schnee kann Ihre Karriere beflügeln? Schwerkriminalität Das war ihr Dezernat und selbst wenn sie so inkompetent und zugedröhnt war, wie er vermutete, konnte sie zumindest kein Totalversager sein. Jedenfalls wäre es nicht ratsam, sie zu unterschätzen. Davon abgesehen gehörte er nicht zu der arroganten Sorte von Mördern, die wie selbstverständlich die gesamte Kripo und Staatsanwaltschaft für eine Ansammlung von Vollidioten hielt, bis sie sich unglaublich einem Kopf mit Notizblock und Aufnahmegerät gegenüber sah. Er trat ans Fenster und starrte in die Nacht hinaus. Das ferne Lichtermeer von Coral Gables und Süd Miami warf über die dunkle leere Fläche des Golfplatzes, der wie eine Bucht erschien, einen schwachen Schimmer. Auf der Terrasse unter ihm verstummte endlich die Musik Don't you want somebody to love Don't you need somebody to love Mit diesen Worten verklang der letzte Song und die Party löste sich auf. Nein, sagte er, brauche ich nicht. Jetzt könntest du schlafen gehen, dachte er, doch damit log er sich nur in die Tasche. Kein Schlaf, bis die anstehenden Entscheidungen gefallen waren. Nimm die Sache in die Hand, ermahnte er sich, verschaffe dir ein Bild, analysiere deine bisherigen Informationen. Was passiert, wenn du den Neffen tötest, selbst umfassende Mordermittlungen, und zwar unverzüglich. Mit einem Schlag wird man seinen Verdacht in Bezug auf den Tod des Onkels ernst nehmen, unvermeidlich Schlagzeilen und Fernsehbericht erstattung. Was passiert, wenn du die Freundin tötest? Läuft aufs selbe hinaus. Unerwünschter Nebeneffekt, der junge Timothy ist noch mehr auf mich fixiert. Was passiert, wenn du die Staatsanwältin tötest? Du rufst das FBI auf den Plan, und dann erzählen die Freundin und der Neffe den Ermittlern, wo sie ansetzen müssen. Diese Spürhunde werden nicht locker lassen, bis sie mich gefunden haben. Und wenn ich einfach so verschwinden würde? Das muss ich sowieso. Er starrte auf den Schweiß, der ihm immer noch die Brust hinunter lief. Aber solange das Problem mit diesem Trio nicht gelöst ist, hätte ich niemals die absolute Gewissheit, dass ich frei bin. Ich müsste sie ständig beschatten, verdammt noch mal. Er zermartete sich das Hirn und nach und nach nahm eine Idee vage Gestalt an. Auge um Auge locke sie in deine Nähe, nah genug, um sie zu erledigen. Aber wie? Indem du sie verängstigst und schwächst. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass Angst den Fluchtinstinkt auslöst und die Leute wegrennen und sich verstecken. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Er ging ins Bad, blickte sich im Spiegel in die Augen und nickte. Er sah überall Gefahren und fragte sich vor allem, ob ihm genügend Zeit für die sorgfältige Planung bliebe. Auf seine akribischen Vorbereitungen für einen plötzlichen Tod hielt er sich einiges zugute. Außerdem machte es den wesentlichen Reiz seiner Arbeit aus. Ihm kam eine fantastische Idee. Im selben Moment entspannte er sich in seinem Sessel und beschloss endlich ins Bett zu gehen. Für heute hatte er seinen Soll erfüllt. Andy Candy hatte das unbehagliche Gefühl, sich zu verspäten, auch wenn keine Zeit vereinbart war, und so raste sie in einem aggressiven Slalom zwischen den Fahrspuren den Dixie Highway entlang. Die Vermutung, dass Susan Terry sie heraushauen würde, falls sie ein Staatspolizist ein Strafmandat verpasste, bereitete ihr Vergnügen. Bei der Vorstellung, für ihre Pflegelei am Steuer straffrei auszugehen, musste sie grinsen. Und so lachte sie noch immer, als ihr Handy klingelte. Sie hatte eine Freisprechanlage in ihrem Wagen und brauchte nur eine Taste auf der Armatur zu drücken. Sie rechnete damit, dass Moth in der Leitung war, um ihr Direktiven für die nächste Unterredung mit Susan Terry zu geben. Hey, ich bin auf dem Weg, sagte sie vergnügt. Bin jeden Moment da. Du magst unterwegs sein, Andrea, sagte eine unbekannte Stimme kalt. Aber dein Ziel wirst du nicht erreichen. Um ein Haar wäre sie von der Spur gerast. Wer spricht da? fragte sie schwell. Na, was glaubst du? Ich weiß nicht. Und ab. Vor wenigen Tagen sind wir uns im Haus unseres gemeinsamen Freundes Jeremy Hogan sehr nahe gekommen. Eine Sekunde rieselte ihr eine eises Kälte durch den ganzen Körper. Im nächsten Moment stand sie innerlich in Flammen. Ihr Herz raste und sie hatte das Gefühl, die Kontrolle über den Wagen zu verlieren, bis sie begriff, dass der High Bay trocken war und sich ihr nur im Kopf alles drehte. Wie kommen sie an meine ... stammelte sie. Nummer ging unter. Nicht weiter schwer. Sie bekam einen so trockenen Mund, dass sie zwar die nächsten Worte mit den Lippen formte, jedoch keinen Ton herausbrachte. Ich muss dir ein oder zwei Fragen stellen, Andrea, fuhr die Stimme fort. Oder darf ich dich wie alle deine engen Freunde Andy Candy nennen. Sie brachte ein unartikuliertes Krächzen hervor. Mein Spitzname! Er kennt meinen Spitznamen! Hilflos blickte sie im dichten Verkehr zu den anderen Fahrzeugen hinüber, als könnte sie sich von irgendjemandem Hilfe erhoffen. Sie saß in der Falle. Es gab keinen Ausweg. Sie war am Boden zerstört. Erste Frage, schlicht und einfach. Hast du schon mal mit einem Mörder gesprochen? Ich stockte der Atem. So ähnlich musste es wohl sein, wenn sich einem eine Boa Constrictor um die Brust schlingt und zudrückt. Nein, brachte sie heise heraus. Hab ich das gerade gesagt? Klang wie jemand anderes. Das hier ist also neu für dich. Okay. Zweite Frage, deutlich höherer Schwierigkeitsgrad. Bist du bereit, für deinen Exfreund zu sterben? Sie war kurz vor dem Ersticken. Am Rande bekam sie mit, wie die Fahrzeuge vor ihr das Tempo drosselten und in letzter Sekunde zwang sie sich auf die Bremse zu treten, sodass sie mit quietschenden Reifen einen Auffahrunfall vermeiden konnte. Wie in einem Fiebertraum hatte sie, als sie ruckartig zum Stehen kam, das Gefühl, in halsbrecherischem Tempo weiter setzte, merkte sie, dass niemand mehr in der Leitung war. Warten Sie, rief sie ins Leere. Hinter ihr ertönten die ersten Hupen. Sie wusste nicht, ob sie aufs Gas treten oder sich nicht von der Stelle rühren sollte. Andy Candy öffnete den Mund zu einem Schrei. Eine Sekunde lang glaubte sie, sie hätte geschrien und sei plötzlich taub geworden, weil sie nichts hörte. Sie wusste nicht mehr ein noch aus. Staatsanwaltschaft County Dade, neun Uhr morgens. Susan Terry an ihrem Schreibtisch. Ein Moment der Ruhe, um zu überlegen, was der Tag für sie bereit hielt. Lautes Klopfen an der Tür. Susan? Herein? Hallo Susan. Sie stand auf, fester Handschlag. Es kam nicht alle Tage vor, dass der Dezernatsleiter sie persönlich beehrte. Hallo Larry. Entschuldigen Sie das Chaos. Ich stecke mitten in der Arbeit und habe nicht mit Besuch gerechnet. Eine warnende Geste mit erhobener Hand brachte sie zum Schweigen. Das ist nicht von Belang. Kurzes beklommenes Schweigen. Mit derselben Hand wies er sie an sich zu setzen, während er sich selbst an den Stuhl heranzog und Platz nahm. Nach kurzem Zögern ein bohrender Blick. Dieser Blick spricht Bände. Leider kann ich keine Gedanken lesen, dachte Susan. Susan, haben Sie in letzter Zeit mal in den Spiegel geguckt? Hatte sie und darin dasselbe gesehen wie vermutlich er, doch sie sagte nichts. Muss ich mehr sagen? Ich nein, stammelte sie. Sie wissen so gut wie ich, dass dies nicht das erste Mal ist. Dieses Büro kann unter keinen Umständen jemanden mit illegalem Drogenkonsum beschäftigen, das muss ich Ihnen doch wohl nicht weiter erklären. Verdammt noch mal Susan, es liegt in unserer Zuständigkeit, Drogenkriminalität zu verfolgen und die Bösen hinter Gitter zu bringen. Es tut mir leid, aber Sie sind mit sofortiger Wirkung suspendiert. Bitte, kein Bitte, keine Entschuldigungen, keine Diskussionen, suspendiert. Und Sie können von Glück sagen, dass ich sie nicht gefeuert habe. Gestern Nacht hat die Drogenfahndung einen sehr ungewöhnlichen anonymen Tipp bekommen und hat einen Mann verhaftet, der Ihnen bekannt sein durfte, bestens bekannt. Denn als die Fahnder bei ihm eintrafen und ihn gerade dabei erwischten, wie er ein Kilo Koks in Tütchen packte, war Ihr Name der erste, der ihm einfiel. Der Mann ist eine ehrliche Haut, oder? Sie können sich die Antwort sparen, erzählen Sie mir keinen Scheiß. Und dieser überaus glaubwürdige Herr hat ausgesagt, Ihnen ein Tütchen für schlappe zehn Dollar verhökert zu haben. Er konnte sich präzise erinnern. Und dann noch ein weiteres letzte Nacht, woraus ich messerscharf schließe, dass die letzte Charge alle war. Auch das war eine rhetorische Frage. Genau das hat das arrogante Arschloch diesen Cops zu Protokoll gegeben. Und Das ist, fing sie an, besann sich jedoch eines Besseren. Mit jedem Wort, das sie jetzt sagte, würde sie sich nur noch weiter hineinreiten. Woher stammte der Tipp? fragte sie sich, bis ihr dämmerte, dass es darauf jetzt auch nicht mehr ankam. Wollen Sie Ihren Job behalten? Ja. Also schön, dann haben Sie die Wahl. Melden Sie sich entweder bei einer Entzugsklinik an oder gehen Sie regelmäßig zur Selbsthilfe treffen und suchen sich einen auf Sucht spezialisierten Seelenklempner oder meinetwegen ein ambulantes Programm. Was Sie machen, ist mir scheißegal, solange Sie sich strikt daran halten und es funktioniert. Sie lassen sich beurlauben, sagen wir für einen Monat, vielleicht auch zwei. Das wird sich zeigen. Dann können Sie unter Aufsicht und unter routinemäßig angekündigten Pissproben wieder zur Arbeit kommen. Mehr kann ich beim besten Willen nicht für Sie tun. Oder Sie kündigen hier und jetzt, hängen ein Praxisschild raus und fangen als Anwältin an. Ich meine, vielleicht stehen ja manche Leute darauf, sich eine Anwältin zu nehmen, die in ihrer Freizeit kokst. Man weiß ja nie. Oder sie werden Junkie. Ihr Bier. Betrieffene Sarkasmus ging ihr unter die Haut. Meine Fälle werden delegiert. Bedeutet zwar für ihre Kollegen noch mehr Arbeit, aber die schaffen das schon. Sie nickte. Jedweder Kontakt mit diesem Dezernat ist ihnen untersagt. Wir müssen jetzt mit ihrem Drogenpuscher einen Scheiß Deal aushandeln, damit er die Schnauze hält. Und das geht mir gewaltig gegen den Strich. Wenn das hier an die Presse käme. Was für ein Schlamassel. Ich sehe die Schlagzeile vor mir. Behörde vertuscht Drogenmissbrauch im eigenen Haus. Gott bewahre. Lange Rede kurzer Sinn, packen sie ihre sieben Sachen und dann sehen wir wie es weitergeht. Soll ich raus hier? Sie haben eine Stunde Zeit. Ich lasse mir irgendeine Erklärung einfallen. Sie hätten einen Spezialauftrag von mir oder so etwas in der Art. Natürlich werden die Leute das durchsichtige Manöver durchschauen, aber es klingt zumindest vernünftig. Ich rette ihnen den Arsch und wahre damit mein Gesicht. Sie wollte etwas sagen, presste jedoch die Lippen zusammen. Das wäre alles. Ach und Susan? Ja. Ich hoffe wirklich, sie kriegen sich in den Griff. Brauchen sie eine Liste von Entzug Spezialisten. Die kann ich ihnen geben. Außerdem möchte ich, dass sie sich einmal die Woche bei mir melden. Nur bei mir. Rufen sie mich zu Hause an. Bis Ende der Woche habe ich ihren Entzugsplan auf dem Tisch verstanden. Ende nächster Woche will ich hören, wie es läuft. Ich will die Namen der Psychiater, Betreuer und so weiter wissen, damit ich sie anrufen und mich persönlich vergewissern kann. Haben sie mich verstanden? Ja. Susan, wir alle hier halten den Kopf für sie hin. Auch ohne, dass er es ausdrücklich sagte, hieß das, enttäuschen sie uns nicht noch einmal. Sie wünschte sich, ihr Chef wäre aus der Haut gefahren, hätte sie wütend angeschnauzt, hatte er aber nicht. Mehr als irgendetwas sonst hatte er müde und resigniert geklungen. In der einen Stunde, die ihr blieb, ordnete sie ihre laufenden Fälle auf ihrem Schreibtisch, um sie möglichst übersichtlich zu hinterlassen. Zusätzlich schrieb sie für die Kollegen, die sie übernehmen würden, einige Notizen, damit sie nicht von vornherein hoffnungslos damit überfordert waren. Schließlich nahm sie ihre Dienstmarke wie auch ihre Handfeuerwaffe und steckte sie in ihre Tasche. Die einzige Akte, die sie nicht zurückließ, trug die Aufschrift Ed Warner Selbstmord. Am Gesicht, kalter Schweiß, zittrige Stimme, bebende Hände, ein Blick in Andy Candys Augen und ihr Gesicht, auf ihre ganze Erscheinung, und Moth fühlte sich an das Delirium Tramens nach einer versoffenen Nacht erinnert oder an die Leichenbläße eines Kokainabhängigen nach einer zweitägigen Crack-Orgie. Für die physischen Auswirkungen von Drogenmissbrauch jedweder Art hatte er einen geübten Blick. Die Wirkung von Panik war ihm weniger vertraut. Mit bebender weinerlicher Stimme sagte Andy, was machen wir jetzt bloß? Er weiß, wer wir sind. Was meinst du, was hat er jetzt vor? Dabei schwirrte ihr ein einziger Gedanke durch den Kopf. Bring ihn um, Moth. Tu es für mich. Doch aus irgendeinem Grund behielt sie den Wunsch für sich, obwohl es ihr als die einzige Lösung erschien. Einerseits hatte Moth das Bedürfnis, wie ein General bei der Planung einer Belagerung wild entschlossen in der Wohnung hin und her zu laufen. Andererseits hätte er sich am liebsten zu Andy Candy gesetzt, den Arm um sie gelegt und ihren Kopf an seine Schulter gedrückt. Andy barg das Gesicht in den Händen und sehnte sich nach Trost. Doch was gab es Tröstliches zu sagen? Moth musste genauso ratlos sein wie sie. Im Nachhinein wunderte sie sich darüber, dass sie Heil bis zu seiner Wohnung gekommen war, während ihr die Worte des Mörders noch in den Ohren klangen. Sie schwankte zwischen Heulkrampf und eiskalt entschlossenem Widerstand. Der Wille, sich zu wehren, statt sich kampflos zu ergeben, verblüffte sie selbst. Zwar traute sie ihrer Kehrtwende noch nicht ganz über den Weg, hoffte jedoch, dass ihre neu gefundene Standhaftigkeit sie nicht wieder im Stich ließ. Sie hob den Kopf und sah Moth an. Er hat Angst um mich. Er war untröstlich, vermutlich so wie sie an dem Tag, als ihr Vater die tödliche Krebs Diagnose erfuhr. Keine tapferen Worte, keine Durchhalteparolen nach dem Motto, wir schaffen das schon, nur keine Bange, dachte sie. Sie und Moth hatten es mit einer anderen Bedrohung zu tun, die vielleicht schon in diesem Moment unten an der Haustür lauerte. Krebs, Abtreibung und Mord verschwammen in ihrem Kopf, als handelte es sich dabei nicht um drei verschiedene einschneidende Erfahrungen in ihrem Leben, sondern um ein einziges Geschehen, das unaufhaltsam seinen Lauf nahm. Also, sagte Moth in ruhigem, sachlichem Ton, wir reden mit Susan Terry und hören uns an, was sie sagt. Er raffte sich zu einem zaghaften Lächeln auf, um Andy Candy Mut zu machen. Rufen wir die Kavallerie, am besten die Marines, alles, was uns vor diesem Mistkerbe schützt. Susan weiß mit Sicherheit, was wir machen müssen. Wusste sie nicht. Gütiger Gott, platzte Susan heraus. Sie standen zu dritt auf dem Parkplatz der Bezirksstaatsanwaltschaft. Es war später Vormittag und die Sonne brannte unbarmherzig vom Himmel, während sie sich gegen das Dröhnen des Verkehrs Gehör verschaffen mussten. Moth sah den Schweißfilm auf Susans Stirn, ihr Gesicht war aschfahl, als sei sie krank oder hätte nicht geschlafen. Andy hätte allen Grund dazu gehabt, vielleicht auch er selbst. Ihre Bedrohung war real. Doch ausgerechnet Susan wirkte mitgenommen, weit mehr noch als am Vorabend im Sushi-Restaurant, als wäre sie völlig aus dem Lot. Er brauchte nicht lange nach der Erklärung zu suchen, verkniff sich jedoch eine Bemerkung. Ob Andy Candy die deutlichen Zeichen sah, die nur einen Schluss zuließen? Kokain? Gehen wir alles noch einmal durch, sagte Susan, weil er nichts anderes einfiel. Er hat gefragt, ob ich schon mal in meinem Leben mit einem Mörder gesprochen hätte. Natürlich nicht, hat meine Höllen Angst eingejagt. Andy Candy gab sich große Mühe, nicht hysterisch zu klingen. Wenigstens den äußeren Anschein von Selbstbeherrschung wollte sie wahren. Jagt mir immer noch eine Höllenangst ein. Susan, was machen wir bloß? Morth hatte bisher geschwiegen. Als Susan sie bat, sich draußen mit ihnen zu treffen, hatte er seine Verwunderung überspielt. Doch jetzt nahm er die Sache in die Hand und erstellte seine Forderungen in demselben kompromisslosen Ton, den sie sonst von Susan kannten. Hör zu, Susan, wir brauchen Schutz. Zum Beispiel Bodyguards rund um die Uhr. Jetzt ist die Polizei an der Reihe. Der Kerl muss zur Fahndung ausgeschrieben werden. Wir müssen ihn finden, bevor er uns findet. Alles weitere erübrigte sich und Morth ersparte es, sich auszusprechen, wozu der Killer fähig war. Susan nickte, erwiderte jedoch, ich weiß nicht, ob ich helfen kann. Für einen Moment herrschte eisiges Schweigen. Soll das ein Witz sein? platzte Andy Candy heraus. Susan blickte den beiden ins Gesicht. Die Wahrheit sagen? Sich eine Ausrede einfallen lassen? Sie schluckte. Timothy weiß, ob so was los ist, dachte sie. Einen anderen Süchtigen mache ich nichts vor. Ich bin suspendiert. Ich soll mich ganz darauf konzentrieren, Moth fiel ins Wort, clean zu werden. Ja. Verdammt, ich hab's gewusst, sagte Moth und wandte sich ab, damit Andy nicht sah, wie frustriert er war. Aber sie könnten jemanden anrufen, richtig, sagte Andy. Jemand anders, der uns helfen kann. So einfach ihre Frage war, ging die Gleichung für Susan nicht auf. Sollte sie vielleicht ihren Boss anrufen? Um ihm was genau zu sagen? Tut mir leid, dass ich suspendiert bin, aber die Sache ist die, da läuft dieser Killer frei herum, das heißt, vielleicht auch nicht, denn eigentlich habe ich den zu Ende gesprochen hatte. Ich bin kontaminiert. Jeder wird einen großen Bogen um mich machen. Nein, sagte sie gedehnt, uns bleibt nur eine Wahl. Wir nehmen das selbst in die Hand. Zumindest so lange, bis ich wieder … Sie sprach nicht weiter. Wieder was? Was Dümmeres hätte sie kaum sagen können. Doch etwas Besseres fiel ihr nicht ein. Okay, sagte Moth. Was schlägst du vor? Was ist unser nächster Zug? Nach kurzem Zögern fügte er hinzu. Wenn möglich etwas, das uns alle am Leben hält. Er zermartete sich das Hirn nach einer Strategie. Genau, sagte Susan, ohne dass ihr irgendein Schachzug vorschwebte. Andy Candy bestürmten düstere Gedanken. Dr. Hogan konnte sich nicht in Sicherheit bringen. Onkel Ed Wir sollten tun, was er gemacht hat, sagte sie plötzlich. Wie meinst du das? fragte Moth. Wir können nicht mal wie er ebenso in eine andere Haut schlüpfen. Andy Candy sah ihn an. So meinte ich das nicht, sagte sie und nahm seine Hand, als wollte sie ihn ermuntern, sie in die Arme zu schließen. Sie wollte den Gedanken, der er gerade gekommen war, logisch formulieren, doch dann überschlugen sich ihre Worte. So viel wissen wir. Jemand, der vor 30 Jahren Medizin studiert hat, erlitt einen psychotischen Schub, wurde rausgeschmissen, kam in die geschlossene Anstalt, kam wieder raus, stürzte sich angeblich in den East River, nur dass es nicht so war, und hat es sich von da an zur Lebensaufgabe gemacht, Morde zu begehen, die nicht wie Morde aussahen. Fünf Menschen hatte auf dem Gewissen, also hat dieser Killer nicht nur sein früheres Leben beendet, sondern er muss bis heute ja auch irgendjemand sein. Es muss eine Spur geben und wir müssen sie finden, nur dann können wir uns vor ihm schützen. Sieh mal irgendwo muss er einen Fehler gemacht haben, kann gar nicht anders sein, irgendwo. Ich meine kein Verbrechen ist perfekt und kein Verbrecher ist ständig ein Genie. Habe ich recht, Susan? Susan nickte, obwohl sie diese kleine ermutigende Geste selbst als Lüge durchschaute. Moth stimmte Andys Analyse zu. Auch ihre Schlussfolgerung war korrekt, aber nur schwer, wenn überhaupt umzusetzen. Zwei Häuserblocks entfernt gingen Student Nummer fünf etwa die gleichen Gedanken durch den Kopf, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Hinterlasse eine künstliche Spur, der sie folgen können, bis du sie an deiner Haustür hast. Fliegenfänger hängt verführerisch an der Decke, der ideale Landeplatz für die Fliege, nur leider tödlich. Irgendwann musste sich Student Nummer fünf geschlagen geben. Er war erschöpft und überhitzt, auch ein wenig gelangweilt, nachdem er sich stundenlang dem Neffen, der Freundin und der Staatsanwältin an die Fersen geheftet hatte. Am wolkenlosen Himmel brannte ihm die tropische Sonne unablässig auf den Kopf. Dabei hatte er nicht das Gefühl, irgendetwas Wesentliches zu erreichen. Die drei verbrachten allzu viel Zeit in Moth's Apartment. Es folgte ein Einkauf in einem Geschäft für Bürobedarf, ein weiterer in einer Apotheke. Am Spätnachmittag war Andy Candy herausgekommen und mit zwei großen Tüten zurückgekehrt, Essen zum Mitnehmen, wie vorhersehbar. Andererseits erschien es ihm unerlässlich, der Beute zu folgen wie ein Jagdunter Fährte, nachdem er den Fuchs gewittert hat. Und so parkte er, als die drei Zielpersonen, so nannte er sie inzwischen, sich zur Abendsitzung in der Erlöserkirche einfanden, weit entfernt an einer schattigen Stelle, wo die Freundin, die auch diesmal draußen wartete, ihn nicht sehen konnte. Er wartete, bis der letzte Junkie oder Saufbold in der Kirche verschwunden war, sah ein letztes Mal nach der Freundin, die sich auf dem Sitz zusammenkauerte und stieg aus. Zügig überquerte er im Schutz der Dunkelheit den Platz und folgte seiner Neugier, ohne zu wissen, dass er damit auf Andy Candys Spuren wandelte. Der sakrale Ernst der Kirche machte auf Student Nummer Fünf wenig Eindruck wer da ist, fang mich, wenn du kannst, bevor er weiter zur Rückseite lief, wo die Sitzung schon im Gange war. Wie zuvor Andy Candy blieb er draußen stehen und spähte hinein, um sich die Gesichter einzuprägen. Als er Schritte hinter sich hörte, drehte er sich um. Es war der Ingenieur, ein wenig zu spät und in Eile. Er blieb abrupt stehen und lächelte Student Nummer Fünf zu. Das Lächeln benimm dich wie ein Süchtiger. Ich denke, ich bleibe lieber hier stehen und höre nur zu, sagte er. Wir können Ihnen helfen, versicherte ihm der Ingenieur. Dieser erste Schritt ist der schwerste, das wissen alle hier. Danke, erwiderte Student Nummer Fünf. Ich überleg's mir. Gehen Sie schon mal vor. Sicher, wie Sie wollen, aber wenn Sie Hilfe brauchen, da drin sind Sie rechtig, unterstrich der Ingenieur sein Angebot, lebhaft, gastfreundlich, optimistisch. Ich weiß, antwortete Student Nummer Fünf. Als der Ingenieur an ihm vorbeigegangen war, trat er in einen dunklen Winkel zurück. Ich weiß es wirklich, dachte er. Ja, der erste Schritt ist der schwerste, beim Töten. Köstliche Ironie. Er wollte nicht riskieren, noch mehr Leuten sein Gesicht zu zeigen, und so lenkte er seine Schritte lautlos zurück durch die Kirche. Bis er wieder am Wagen war, sprühte er vor Ideen. Im Märchen legen Hänsel und Gretel im Wald eine Spur aus Brotkrumen, um den Heimweg wiederzufinden. Doch als die Vögel, die ihnen folgen, alles auffressen, ist nichts mehr davon da. Genau so eine Spur muss ich legen, eine, die sie kaum übersehen können und die sich hinterher in Luft auflöst. Er spähte in die Dunkelheit, als könnten seine scharfen Augen Bäume gestrüpp, das dichte Straßennetz, Häuser und Menschen erkennen, die ganze nächtliche Metropole. Hier geht das nicht. Wir kennen sie zu viele, sie genießen Heimvorteile, auch wenn sie angeschlagen sind, Familie, Freunde, Cops, verflucht sogar diese Leute in diesem Junkie-Verein, Ressourcen, die nicht zu unterschätzen sind. Wo hätten sie selten? Aber in welcher davon? Es ging nicht anders. Er musste eine seiner sorgfältig konstruierten Identitäten opfern, so schwer es ihm auch fiel. New York mit seiner wundervollen Anonymität aus seinem Leben zu streichen, kam nicht in Frage. Sie dort auszuschalten, wäre ein verhängnisvoller Fehler. Einen mit allen Wassern gewaschenen Ermittler, einen Winnie mit italienischem Nachnamen oder einen Patrick O'Dingsbums an einen wahrlich einmaligen Tatort zu locken, eine Armee beschlagener Forensiker im Schlepptau, wäre gelinde gesagt eine Schnapsidee. Die Cops in New York verstehen ihr Handwerk, jede Menge Erfahrung, jede Menge Tricks im Ärmel. Die bringt so schnell nichts aus der Fassung, unbeirrbar und nicht so leicht hinters Licht zu führen. Außerdem liebte er die Stadt. Den Lärm, die Energie, das Selbstbewusstsein, den Erfolg. Ich denke nicht daran, das aufzugeben. Leider hing er auch an seinen beiden anderen Domizilen. In Key West hatte er sich gerade erst für teures Geld eine neue Küche einbauen lassen und aus ökologischen Gründen eine Solaranlage auf dem Dach installiert. Sobald die ganze Geschichte hier vorbei war, würde er sich hier einen wohlverdienten Urlaub gönnen. Blieb also das alte Wohnmobil mit dem Fluss und den Bären. So gerne er dort lebte, bot sich Charlemont für seine Zwecke an. Die Berufserfahrung der örtlichen Polizei beschränkte sich auf jugendliches Komasaufen, rücksichtslose Fahrweise und kleine Diebstahl-Delikte, etwa das spurlose Verschwinden eines Schneemobils aus dem Schuppen neben einem kleinen Mietshaus. Bis dort die Staatspolizei mit professionellen Ermittlern auf dem Plan erschien, wäre er längst im sonnigen Süden. Es ärgerte ihn, dass er sich gezwungen sah, eine solche Wahl zu treffen. Es war nicht fair, und so gab er die Schuld dem Neffen, der Staatsanwältin und der Freundin. Es würde seinen Hass gegen sie schüren und es ihm leichter machen, sie zu liquidieren. Ihr drei habt mir in die Suppe gespuckt, sagte er bitter, aber auslöffeln dürft ihr sie selber. Er spähte zu der Freundin hinüber. Aus dieser Entfernung aus. Danke, Hänsel und Gretel. Er griff zu einem der vielen Wegwerfhandys, die er sich gekauft hatte und dachte, während er eine Nummer wählte, keine Sorge, Andy Candy Line, diesmal klingelt das nicht bei dir. Das war nämlich Krumen Nummer eins. Konntest du natürlich nicht wissen. Ich hab noch mehr im Köcher. Hallo, sagte er so beschwingt, wie er konnte, als die Gesprächspartnerin sich meldete. Ich würde gerne für morgen einen Termin machen. Während er sprach, behielt er die Freundin im Blick. Plötzlich zuckte er vor Aufregung zusammen. Sie steigt aus. Wieso? Am Telefon ließ er sich nichts anmerken, sondern brachte sein Gespräch in gleichmütigem umgänglichen Ton zu Ende, während er Andy Candy im Dämmerlicht in seine Richtung kommen sah. Unterdessen war das Treffen in der ungeordneten Stimmengewirr ausgeartet. »Yes, es ist Maria und Josef, brüllte Fred der Ingenieur Moth an. Ist dir eigentlich klar, in welcher Gefahr ihr schwebt? Oder jedenfalls möglicherweise, korrigierte ihn jemand anders. Wir wissen es nicht. Das weiß keiner von uns verflucht nochmal. Aber sie müssen um Himmelswillen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Ach ja, als da wären. Der Hilfspfarrer, der die Treffen leitete, reckte wie zu einem Bittgebet die Arme in die Höhe. Kinder, bitte vergesst nicht, wo ihr seid. In der Kirche wollte er damit sagen, nachdem die Namen der Heiligen Familie und des Erlösers schon mehrfach missbraucht worden waren. Doch seine beschwörenden Worte gingen im Getümmel unter. Susan stand noch immer vor ihrem Sessel, Moth neben ihr. Bei dieser Sitzung hatte sie mit der üblichen Floskel den Anfang gemacht. Hi, ich bin Susan und ich bin Drogensüchtig. Ich bin jetzt einen Tag nüchtern, das heißt noch keine 24 Stunden. Der Philosophie Professor war ihr ins Wort gefallen, was bei diesen Runden als schlechtes Benehmen galt, unter den gegebenen Umständen aber ohne Murren hingenommen wurde. Als wir gestern Abend bei dir angerufen haben, Susan nickte beschämt, war ich hi oder kurz davor. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Jetzt geht es darum, dass Timothy höchstwahrscheinlich in Bezug auf den Tod seines Onkels Recht hat. Diese Erklärung erntete verhaltenes Gemurmel, das jedoch augenblicklich verstummte, als Susan fortfuhr. Also ja, vielleicht läuft da draußen tatsächlich ein Serienkiller frei herum. An dieser Stelle hatte sie geschwiegen und den nächsten Gedanken für sich behalten. Der seltsamste Serienmörder, der mir je untergekommen sie wie eine Schauspielerin auf der Bühne, ihre böse Vorahnung mit möglichst eindringlichen Worten zu vermitteln. Und mir sind die Hände gebunden. Ich kann absolut nichts dagegen tun. Dieser Schluss ihrer kurzen Vorstellung brachte das Fass zum Überlaufen. In einem Raum, in dem üblicherweise einer nach dem anderen immer hübsch im Uhrzeigersinn ruhig und besonnen seine persönlichen Krisen mit der Runde teilte, hatten plötzlich die Polizei einschalten. Du kannst doch nicht tatenlos zusehen, wie ein Mord, ein nächstes Opfer umbringt. Wieso meinst du, dass du das nicht tun kannst? Sie pickte sich die letzte Frage heraus, um darauf zu antworten. Weil ich rückfällig geworden bin und suspendiert wurde. Mir ist ausdrücklich untersagt, mit irgendjemandem in irgendeiner Strafverfolgungsbehörde in Kontakt zu treten, bis ich clean bin. Stille. Susan sah sich um. Vielleicht will jemand von euch diesen Anruf übernehmen. Diesmal wehrte das Schweigen eine gefühlte Ewigkeit und Susan bildete sich ein, im Raum gingen die Lichter aus und sie stünde im Dunkeln. Zu guter Letzt meldete sich der Philosophie Professor. Du hast nicht zufällig einen Freund im Morddezernat, an den du dich vertraulich wenden könntest? Sie schüttelte den Kopf. Im Moment sitzen meine einzigen Freunde hier, sagte sie, obwohl sie nicht einmal darin sicher war. Der Philosophie Professor, hellbraunes Haar, altmodische Brille mit Drahtgestell, feingliedrig, schmales Gesicht, ein Mann, der bei einem tropfenden Wasserhahn im Haus oder einem Hundehaufen auf dem besten Teppich vermutlich erst einmal Ursachenforschung betrieb, statt den Schaden zu beheben, nickte mit einem Enthusiasmus, als hätte ein brillanter Student gerade eine überaus scharfsinnige Bemerkung gemacht. Demnach sind die beiden ganz auf sich gestellt. Präziser könnte man die Situation nicht definieren. Aus dem Augenwinkel heraus sah sie, wie Moth nickte. Der Professor beugte sich vor. Obwohl er zu Susan sprach, richteten sich seine Worte an jeden im Raum. Dann sag uns bitte, wie wir euch unterstützen können. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Ich hätte da die eine oder andere Idee. Er räusperte sich. Zwei grundlegende Voraussetzungen. Er rutschte auf seinem Sessel nach vorn und senkte die Stimme, während er Susan mit einem durchdringenden Blick im Visier behielt. Als sie sich umsah, stellte sie fest, dass alle Augen mit ungeteilter Aufmerksamkeit auf sie gerichtet waren. Moth stand dicht neben ihr. Was für Voraussetzungen, fragte er in scharfem Ton. Zum einen Abstinenz. Lasst nicht zu, dass Drogen oder Alkohol diesem Serienmörder die Arbeit abnehmen, sagte der Professor. So abgedroschen seine Worte klingen mochten, rief sich die Gruppe diese Binsenweisheit allabendlich mit allem Nachdruck ins Gedächtnis. Moth nickte, das allgemeine Raunen bekräftigte die Worte des Professors. Moth blickte taktvoll an Susan vorbei. Und noch ein wesentlicher Grundsatz, fuhr der Philosoph fort. Im Raum wurde es mucksmäuschen still. Stellt euch darauf ein, notfalls zu töten, bevor es euch selbst erwischt, sagte er in brutaler Offenheit. Der Wortschwall, der augenblicklich losbrach, ging wie ein Sturzbach auf Moth nieder. Im Hin und Moth nur einen ironischen Gedanken fassen, Faustrecht in Wildwestmanier, ausgerechnet von einem akademischen Philosophen. Vermutlich dachte Susan etwas Ähnliches, auch wenn ihr Moth in ihrer gegenwärtigen Verfassung nicht zutraute, den Rat in die Tat umzusetzen, jedenfalls nicht so wie er. Ich ersticke noch an dieser Karre, dachte Andy Candy. Sie öffnete die Wagentür wie die eines Käfigs. Der Parkplatz lag im schwachen Schimmer der wenigen Straßenlaternen, die in unregelmäßigen Abständen scharf begrenzte Lichtkegel auf den Asphalt warfen, sodass die Dunkelheit dazwischen umso undurchdringlicher und gefährlicher erschien. Die Beleuchtung an der Eingangsseite der Kirche hingegen versprach ein wenig Sicherheit. Sie schritt so entschlossen aus, als eilte sie mit beträchtlicher Verspätung zu einem Termin. Dann blieb sie abrupt stehen, zögerte und fuhr zuerst nach rechts, nach links herum, als hätte sie sich verlaufen und die Orientierung verloren. Hör mit der endlosen Grübelei auf! Am liebsten hätte sie sich Kopfhörer aufgesetzt und sich das Hirn mit betäubendem Hardruck zugedröhnt. Instinktiv hatte sie das Bedürfnis, im Zickzackkurs zwischen den Lichtkegeln hin und her zu sprinten, eine Minute, zwei, Minuten, drei, einfach so lange, bis sie sich verausgabt hatte und sämtliche Ängste in ihrem Kopf der totalen Erschöpfung wichen. Die Neugier hingegen zog sie in die Kirche. Da drinnen sind sie in Sicherheit, dachte sie, auch wenn sie wusste, dass es sich bei der Gruppe um eine Notgemeinschaft handelte, die sich aus Angst vor dem ständig drohenden Rückfall zusammentat. Eine andere Art von Gefahr. Sie haben Angst vor sich selbst. Ich habe Angst vor jemand anderem. Andy Candy fühlte sich so schwach, dass ihr beinahe die Knie einknickten. Unwillkürlich stützte sie sich mit einer Hand am Kofferraum des nächstbesten Fahrzeugs ab. Die Herausforderungen, denen sie sich gegenüber sah, verlangten stählerne Nerven und unbeugsame Willenskraft. Sie hatte beides, in Reserve sozusagen, tief in ihrem Inneren, von Sorgen und Zweifeln überlagert. Hoffentlich konnte sie diese Kraftreserve anzapfen, wenn es darauf ankam. Ob es etwas Sie pumpte die Lungen mit der schwülen Nachtluft voll, um dieses mulmige Gefühl einer unmittelbaren Gefahr an den Griff zu bekommen und ihren rasenden Puls zu beruhigen. Da ist nichts, sagte sie sich immer wieder. Jedenfalls war nichts zu sehen. Und in dieser Sekunde traf sie die Erkenntnis wie ein Schlag, ich kann nicht mehr zurück. So beunruhigend der Gedanke auch war, fühlte sie sich zugleich befreit. Die Karten lagen auf dem Tisch und sie verzog das Gesicht zu einem trotzigen Grinsen. Als sie aufblickte, sah sie, wie Moth aus der Kirche kam und sie atmete langsam aus. Auch Student Nummer Fünf erspähte Moth. Na, alle Sünden gesöhnt, spottete er. Andy Candy war ihm so nah, dass er sie fast hätte berühren können. Im Rückspiegel sah er, wie sie sich an seinem Wagen abstützte. Völlig reglos blieb er sitzen und widerstand der Versuchung, die Hand nachher auszustrecken. Nur eines ist so intim wie die Liebe, dachte er. Der Tod. Dass sie ihn nicht entdeckt hatte, grenzte an ein Wunder. Der Schutzpatron für Mörder schien es wieder einmal gut mit ihm zu meinen. Er wagte kaum zu atmen, während er zusah, wie Andy sich von der Seite seines Leihwagens löste und zum Mörth hinüberlief. Wie Liebhaber, die ernahm dann noch einer langen Trennung entgegen allen. Mit jedem Schritt, den sie sich von ihm entfernte, wagte er tiefer einzuatmen, bis sich sein Herzschlag beruhigte. Als die Gefahr vorüber war, sog er die Nachtluft ein. Wilde Stifte, Blumen, Moschus in der schwarzen, feuchten Luft, in der sich keine Brise regte. Handgelenke lockern, Finger beugen, Rücken gerade. Sie müssen gerade sitzen. Beide Daumen berühren leicht das eingestrichene Zeh. Spielen sie erst alle Zehn Noten mit der rechten von der tiefsten bis zur höchsten und dann mit der linken umgekehrt. Pflichtschuldig hörte Student Nummer Fünf auf der sich gleichzeitig seine Umgebung ins Gedächtnis einbrannte, ohne die freundlichen Ermahnungen von Andys Mutter zu ignorieren. Sie sagten, Sie sitzen das erste Mal am Klavier? fragte sie. Ja, richtig, antwortete er. Das war gelogen. Zwar war der Unterricht in seiner Kindheit eine Ewigkeit her, doch gelernt war gelernt. Ich bin beeindruckt. Sie machen das gut. Er versuchte sich an einer einfachen Tonleiter und stellte zu seinem Erstaunen fest, dass er dem Instrument so etwas wie Musik entlocken konnte. Wie das Leitmotiv eines Soundtracks zum Mord. Kein anschwellendes Orchester, sondern ungeschönte, einzelne, gezielte Töne. Dabei spielte die eigentliche Musik in seinem Kopf. Er registrierte die Fotos an der Wand, den Zuschnitt der Wohnung und jedes Detail, das ihm etwas darüber verrät, wer Andy Candy war. Die Halbtonschritte standen dabei für die Zukunftspläne des Mädchens eine Häufung von Dissonanzen. Leben Sie allein hier? fragte Student Nummer fünf in voller Absicht unverblümt. Er wollte die Mutter verunsichern und seine Rechnung ging auf. Sie schnappte leise nach Luft. Konzentrieren Sie sich bitte auf die Noten. Bemühen Sie sich um eine fließende Bewegung. Als Klavierlehrerin müssen Sie jedem diese Impertinenz, während er sich zu dem Blatt mit den einfachen Noten vorbeugte. Selbst wenn plötzlich Ted Bundy oder Hannibal Lecter ihre musikalische Ader entdecken würden. Er brauchte die Mutter nicht anzusehen, um sich die Wirkung dieser Namen vorzustellen. Wie sie plötzlich auf ihrer Bank hin und her rutschte, sprach Bände. Ich an ihrer Stelle fände es furchtbar, jeden Tag mehrere Stunden mit Fremden Ist gar nicht so abwegig, wie es klingt. Er genoss seine fürsorgliche Rolle, während er zugleich in die Tasten haute. Oder haben sie sich genügend abgesichert? Vermutlich nicht. Mit dem Kopf deutete er auf ein Kruzifix an der Wand. Da hilft vermutlich nur der Glaube. An diesem Punkt hatte Student Nummer 5 sein Pulver verschossen und genau die kalkulierte Wirkung erzählt. Noch Oktaven. Haben sie eine Waffe im Haus? Sie hüstelte, antwortete jedoch wieder nichts. Kaum verwunderlich, auch wenn ihr vermutlich mehrere Antworten durch den Kopf gingen. Ja, ich habe ständig so eine Dirty Harry Magnum griffbereit. Oder Nein, aber mein Nachbar ist bei der Polizei und passt auf mich auf. Oder Ich habe scharfe abgerichtete Hunde, die auf Kommando angreifen. Er amüsierte sich. Der Unterricht dauerte eine halbe Stunde. Als Student Nummer fünf, Andy Candys Mutter, schließlich die Hand schüttelte, reichte sie ihm ein Anfänger Lehrbuch und mehrere Übungsaufgaben für seine nächste Stunde, sagte jedoch stockend, Wissen Sie, ich unterrichte an sich keine Erwachsenen, sondern Kinder und Jugendliche. Soll ich Ihnen jemanden empfehlen, bei dem Sie weitermachen können? Dabei komplimentierte sie ihn entschlossen zur Tür hinaus. Sind Sie sicher, dass ich nicht bei Ihnen bleiben kann? Es hat mir richtig Freude gemacht. Ich habe sofort gemerkt, dass die Chemie zwischen uns stimmt. Ich würde gerne wiederkommen. Trotzdem, sagte sie, und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich erwarte jeden Moment meinen nächsten Schüler. Aber auf ihrer Webseite steht Kinder und Erwachsene. Direkt vorne an, beharrte er. Ich glaube, sie wären bei einem versierteren Lehrer besser aufgehoben, erwiderte sie in einem Ton, der suggerierte Ende der Diskussion. Je strenger ihr Tonfall, desto nervöser ihre Mimik und Gestik, genau das, was er bezweckte. Wieder ein Krumen. Verstehe, sagte er zögerlich. Wirklich schade. Ich hatte das Gefühl, dass wir uns gerade kennenlernen. Betonung auf Kennen. Gruseliger geht's nicht, vermutete er. Dann griff er mit einer blitzschnellen Bewegung, bei der Andy Candys Mutter zusammenzuckte, in die Tasche, als wollte er ein Messer oder eine Waffe zücken, um sie auf der Stelle zu foltern, zu missbrauchen und abzumurksen. Dies gehörte zu seinem Repertoire an Taschenspielertricks. Houdini hätte den Hut gezogen. Er hielt ihr drei 20-Dollar-Noten hin und ließ scheinbar aus Versehen seinen Führerschein aus Massachusetts fallen, direkt zu ihren Füßen. Wie die meisten höflichen Menschen, selbst wenn sie verängstigt waren, bückte sie sich und hob ihn auf, nur um diesen unangenehmen Eindringling so schnell wie möglich aus dem Haus zu bekommen. Doch er fummelte mit gesenktem Kopf an seiner Brieftasche herum und ignorierte den Führerschein in ihrer ausgestreckten Hand, um ihr Zeit zu geben, einen Blick darauf zu werfen. Massachusetts ist aber ziemlich weit weg, Mr. Monroe, sagte sie, während sie den Führerschein fixierte, halte sie lange genug auf, damit sie sich den Namen einprägt und vielleicht sogar Charlemont, die Stadt, aus der die Zulassung stammt. Hatten sie nicht gesagt, sie hießen, sie führte den Satz nicht zu Ende, sondern fügte noch hinzu, und sie wären von hier? Er riß ihr den Führerschein aus der Hand, als hätte der Feuer gefangen. Wieder trat sie unwillkürlich zurück. Was für eine Darbietung. Reif für den Broadway. Die halbe Nacht hindurch parkte Student Nummer fünf einen halben Block von seinem Ziel entfernt. Es war eine Gegend mit bescheidenen Häusern aus Betonziegeln, mit roten Flachziegeldächern und so viel Maschendraht Zäunen, wie es Palmen gab. Er wartete. Als erstes stand aus seiner Tagesordnung, sich zu vergewissern, dass keine Cops in der Nähe waren. Er wollte auch nicht, dass seine Stimme von einer Wanze in einer Deckenleuchte oder einer Abhörvorrichtung am Telefon mitgeschnitten wurde. Genauso wenig, wie es in seine Pläne gepasst hätte, von einer versteckten Infrarotkamera erfasst zu werden, die hübsche Erinnerungsfotos von ihm machte. Er brauchte ein paar ungestörte Momente. Geduldig starrte Student Nummer Fünf auf ein einziges Haus. Was würde ich für meine Sicherheit tun, überlegte er, wenn ich Drogendealer wäre, besonders nachdem ich gerade festgenommen und wieder freigelassen worden bin. Ich hätte Überwachungskameras an der Haustür und eine Hightech-Alarmanlage am Hintereingang. Mit dem Stahl springen lassen und mir die beste Gegensprechanlage auf dem Markt besorgt. Jede Menge Elektronik in einem unauffälligen bescheidenen Haus. Was noch? Eine ansehnliche Waffensammlung an strategischen Stellen im Haus. Pistole, Flinte, Kaliber 12, vielleicht eine AK 47, kann nie schaden. Bodyguard? Schlägertyp? Nein, nicht für die üblichen Transaktionen. Für brenzlige Situationen hätte ich ein paar Nummern auf dem Handy gespeichert, um in wenigen Minuten überzeugende Verstärkung zu holen, zum Beispiel wenn es bei einer Lieferung oder beim Geldeintreiben Schwierigkeiten gäbe und ich meinem Standpunkt Nachdruck verleihen müsste. Doch ansonsten würde ich mich auf meine Elektronik und mein hochmodernes Schließsystem verlassen. Als nächstes stellte sich Student Nummer 5 die Frage, in welchem Ausmaß die Polizei bei ihrer Razzia nach dem anonymen Tipp letzte Nacht diese Vorrichtungen beschädigt oder beschlagnahmt Aber verlass dich nicht drauf. Außerdem arbeiten Reparaturdienste in dieser Sparte rund um die Uhr. Ein Blick nach rechts und links, um sich ein letztes Mal davon zu überzeugen, dass ihn niemand beobachtete, dann stülpte sich Student Nummer 5 eine billige Perücke über den Kopf. Eine kastanienbraune Baseballkappe mit den Lettern New Mass und einem Helden aus dem Kolonialkrieg geschmückt, eine äußerst seltene, einprägsame und verräterische Requisite zog er sich so fest über die Perücke, dass sie ihm nicht herunterfiel. Eine Pilotensonnenbrille rundete das Ganze ab. Er stieg aus dem Wagen und überquerte die Straße. An der Haustür klingelte er und wartete. Mit einiger Verzögerung kam die Antwort von drinnen. Zurzeit keine Geschäfte. Ich bin wegen etwas anderem hier, erwiderte Student Nummer 5. Pause. Nennen Sie Ihren Namen, nehmen Sie die Kappe und die Sonnenbrille ab und schauen Sie in die Kamera links über Ihrer Schulter. Nein, erwiderte Student Nummer 5 mit fester Stimme. Dann mach dich gefälligst vom Acker. Willst du nicht wissen, wer dich letzte Nacht verpfiffen hat? Bei dem Köder musste er anbeißen. Pause. Eine blecherne Antwort durch die Gegensprechanlage. Ganz Ohr. Dann ruf folgende Nummer an. 413 55 56161 Verwende ein sicheres Telefon, dass die Kopf nicht angezapft haben. Geh vorsichtshalber davon aus, dass alle deine Leitungen einschließlich der Handys, die du heute im Einkaufszentrum gekauft hast, überwacht werden. Macht den Anruf also nicht von zu Hause, du hast 30 Minuten Zeit. Das mit den Handys war geraten. Gesenkten Haupt des Tatstudent Nummer 5 den Rückzug an. Er wird sich nicht weit aus dem Haus wagen, um diesen Anruf zu machen. Er gibt eine ganze Palette an Drogenpuschern. den Hip-Hop-Typ mit Goldkettchen, stets von ein paar bulligen Typen umringt, die er in der Gosse aufgelesen hat, den Weißkittel Pharmazeuten, der sich sein Taschengeld aufbessert, und diesen Vogel hier. Abgebrochener BWL-Student, der glaubt, er könnte richtig Knete machen und unter dem Radar fliegen, indem er sich porzige Schlitten und langbeinige Frauen verkneift und sich in dieser billigen Hütte verschanzt. Aber in einem sind diese Typen alle gleich. Sie sind clever genug, um sich eine Glock 9 Millimeter in den Hosenbund zu stecken. Er ist zwar kein Kubaner, aber wetten, dass er trotzdem ein loses Guayabera-Hemd trägt, damit man die Waffen nicht zieht. Und er wird höllisch auf der Hut sein, aber auch höllisch gespannt. In einer Welt, in der man sich auf hatte Student Nummer 5 die Gegend in einem Umkreis von etwa zehn Häuserblocks erkundet und vier altmodische Münztelefone ausgemacht, die noch in Betrieb waren. Er geht entweder in die Mobiltankstelle in der Cayo Orcho oder in den McDonald's in der Douglas Road. Beide sind bis spätnachts gut beleuchtet und frequentiert. Er wird sich dort sicher fühlen. Verkehrte Welt, dachte Student Nummer 5 grinsend. Der Kriminelle mit der Knarre fühlt sich bedroht. Der hilfreiche Samariter, das bin ich, ist Herr der Lage. Bei genauerer Überlegung schied auch McDonald's aus, in dem wahrscheinlich zu viele Cops ihren Kaffee schlürften. Seine Annahme erwies sich als richtig. Als er sah, wie der Dealer in die Tankstelle einbog, stellte Student Nummer 5 seinen Wagen in einer Seitenstraße ab. Binnen nicht vergessen. West Massachusetts. Okay, ich höre, kam der Drogendealer sofort zur Sache. Sichere Leitung, erzähl mir also keinen Scheiß. Was ist dir der Name wert? Was willst du? Cash und etwas Koks. Wie viel jeweils? Wie wichtig ist dir der Name? Ich will den Namen, aber wie kann ich mir sicher sein, dass er stimmt? Kannst du nicht, tut er aber. Leckmäch, ich glaub dir kein Wort, hat mich umsonst aus dem Haus gescheucht. Student Nummer fünf amüsierte sich, ein gewitzter Schlagabtausch. Der Dealer kannte sich mit den Regeln des Verbrechens aus, nur nicht so gut wie Student Nummer fünf. Nicht umsonst, widersprach er. Ist du ein Bulle, wollte der Dealer wissen. Das ist mit Verlaub eine dumme Frage. Egal, ob ich Ja oder Nein sage, wirst du mir nicht glauben. Laut Gesetz musst du dich ausweisen. Ich halte mich eigentlich nicht an viele Gesetze, sagte Student Nummer fünf, was natürlich auf viele Leute zutrifft, die Guten, die Bösen und sogar skrupellose Polizisten. Der Dealer zögerte. Meinetwegen, sagte er. Lass hören, wie die Sache laufen soll. Student Nummer fünf schwieg einen Moment, als müsste er erst seinen Plan aushacken, obwohl er sich in Wahrheit alles längst zurechtgelegt hatte. Er wollte einen gierigen Eindruck erwecken. Zwei Unzen und fünf Riesen Cash. Das ist eine Menge. Nicht wirklich. Das Koks ist eine Kleinigkeit und selbst wenn ich dich bescheißen würde, cuttest du deine nächste Partie eben entsprechend und holst es wieder rein. Und das Bargeld? Keine große Summe, Gott, bei einem Manager mit einer teuren Flasche Wein und wenn du deinen Steuerbescheid kriegst, hat der Staat ein Drittel der Zeche bezahlt. Sieh es einfach von der wartet, dann kannst du es dir leisten, selbst wenn ich lüge. Okay, falls ich mitspiele, wieder genau da, wo du jetzt stehst, in 20 Minuten. Ich rufe dich unter der Nummer an. 20 Minuten ist viel zu kurz, zu Blödsinn. Ich nehme mal an, die Kohle hast du zu Hause rumliegen. Dann sei ja nicht so blöd, jemanden mitzubringen, selbst wenn du es schaffen würdest, ein Muskelpaket aus dem Bett zu holen und anzuschleppen. Verschleunigst nach Hause, schnapp dir das Koks, schnapp dir die Kohle und komm zurück. Diese Transaktion ist in zehn Sekunden erledigt. Ich kriege von dir einen Umschlag und du von mir einen Namen. Du siehst mich nie wieder. Der Dealer war unschlüssig. Klingt nach Beschiss. Ich denke, du kannst mich mal. Liegt bei dir. Aber was meinst du? Wie viele Leute wissen wohl, dass sie dich gerade am Arsch hatten und wieder haben laufen lassen so schnell, dass dir schwindlig wird? Nicht viele, denke ich mal. Wer außer den Bullen, dem Typ, der dich verpfiffen hat und mir weiß von deiner Stiebvisite im Bezirksknast. Schätze mal, du behältst dieses kleine Echozeichen auf dem Radarschirm der Polizei lieber für dich. Sonst kommt vielleicht der eine oder andere Kunde auf die Idee, dir lebewohl zu sagen. Danke noch mal für alles war nett mit ihnen und sich jemanden zu suchen, der diskreter ist. Dieses Argument zog mit Sicherheit. Die erste Lektion im Drogengeschäft in Miami, es gibt immer einen, der die Lücke schließt. Weißt du was, sagte der Dealer misstrauisch, ein Riese, kein Koks, du gibst mir den Namen, wenn er stimmt, kriegst du den Rest. Also wer muss hier wem vertrauen, fragte Student Nummer Fünf. Nicht dumm, der Bursche, räumte er ein. So Drogenfahndung bin. Cash zu übergeben ist dagegen kein Problem. Mein Anwalt kommt auch so an den Namen des Informanten ran. Wenn er das könnte, hätte er das längst getan. Jetzt pass mal auf, sagte Student Nummer Fünf. Eine Unze, zwei Riesen, nicht mehr. Genügt mir für eine kleine Party. Das mit dem Koks läuft nicht, entgegnete der Dealer. Muss ich dir doch wohl nicht sagen. Als die Bullen hier aufgekreuzt sind, haben sie meine ganzen Vorräte beschlagnahmt. Die Bude ist leer geräumt, deshalb nur Cash für den Namen. Student Nummer Fünf zögerte, als müsse er überlegen, obwohl er mit dem Einwand gerechnet hatte. Also gut, sagte er. Zwei Riesen und eine Kostprobe. Oxy, Gras, irgendwas für die Party. Wo treffen wir uns? Da, wo du gerade stehst. In zwanzig Minuten an derselben Stelle, sagte der Dealer. Zwölfhundert und was ich noch zusammenkratzen kann, Deal? Bei der Kostprobe würde es sich um eine sehr bescheidene Menge von irgendwelchen obskuren Pülverchen handeln, darunter etwas, das wie Oxycontin aussah, aber keines war. Wahrscheinlich ein rezeptfreies Antihistamin. Egal. Abgemacht, sagte Student Nummer Fünf. Die Zeit läuft. Ende des Gesprächs. Dealer steigt ins Auto, schwarzer Mercedes in Miami so allgegenwärtig wie die Palmen, fährt los, schnell, aber nicht so schnell, er unerwünschte Aufmerksamkeit erregt. Sieben Minuten warten. Kurzer Gang zur Mobil Tankstelle, im toten Winkel des Tankwarts drinnen hinter der Theke zur Telefonzelle hinüber, Baseball Kappe auf den Betonboden unter dem Telefon fallen lassen Erwählte, erwählte die Nummer und sah, wie der Dealer nach dem Hörer griff. Du kommst zu spät, sagte er. Blödsinn, erwiderte der Dealer. Was soll's, sagte Student Nummer Fünf. Und jetzt pass auf, siehst du die Kappe auf dem Boden? Ja. Gut, du packst alles, worauf wir uns geeinigt haben, in diese Kappe und drehst sie dann um, sodass niemand sieht, was drin ist. Aber zuerst halte gut sich bei das Geld hoch. Und du solltest wissen, dass ich von der Stelle aus, von der ich dich beobachte, die Seriennummern auf den Scheinen erkennen kann. Student Nummer Fünf sah, wie der Dealer lächelte. Du klingst wie jemand, der das nicht zum ersten Mal macht. Was mich auf den Gedanken bringt, dass du mich verscheißerst. Mach nicht, die Dummheit, alles Ja. Der Dealer stieß ein kurzes Lachen aus. Demnach gibt es kein Treffen. Legst du Wert darauf? Wieder verzog der Dealer den Mund zu einem flüchtigen Grinsen. Eigentlich nicht. Dann holte der Mann einen Umschlag aus der Tasche und fächerte einige Scheine vor der Brust auseinander. Hunderte. Zufrieden? Gut, sagte Student Nummer Fünf. Und jetzt in die Kappe. Das Logo vorne Massachusetts Minutemen Logos kriegt man in Süd Florida nicht oft zu Gesicht. Alligatoren von der Florida University, Seminolen von der Florida State, aber nicht Minutemen. Markant prägt sich ein. Erledigt. Er sah, wie der Dealer die Baseball Kappe mit dem Fuß in einen schattigen Winkel schob. Der Name, forderte der Dealer. Timothy Warner. Schweigen. Wer? Wer soll das sein? Nie von dem gehört. Student Nummer Fünf war mit sich hochzufrieden. Lass den Namen gegenüber deiner Kundin Susan Terry fallen und pass auf, wie sie reagiert. Er trennte die Verbindung und beobachtete den Dealer. Er sah, dass der Mann hin und her gerissen war und nur äußerst widerstrebend die Pseudodrogen und die echten Scheine auf dem Boden liegen ließ. Gehörst du zu denen, die Nach kurzem Zögern und einem letzten Blick über die Schulter kehrte der Dealer zu seinem Wagen zurück und brauste davon. Student Nummer Fünf beobachtete noch die nächsten drei Autos, die an den Zapfsäulen vorfuhren, um zu sehen, ob einer der Fahrer die Kappe vom Boden aufhob. Möglich, aber nicht von Belang. Er stieg in den Leihwagen, legte den Gang ein und fuhr langsam los. Es war nie seine Absicht gewesen, irgendetwas von dem Dealer zu bekommen, doch das Falschen hatte ihm Spaß gemacht. Irgendjemand wird über den unerwarteten Fundtuch erfreut sein, dachte er, vielleicht der hoffnungslos unterbezahlte Tankwart. Der Dealer wird die Staatsanwältin nicht vor Morgen früh anrufen, aber viel länger wartet er nicht. So wie ich wird er den Namen im Internet recherchieren, bevor treuen. Zwei Anrufe und ein Streit. Beides zu sich genommen irritierend genug. Der erste Anruf kam am Vormittag. Moth dachte, es wäre Andy Candy, die eigentlich längst da sein sollte. Hastig griff er zum Handy, doch auf dem Display stand unbekannter Anrufer und er zögerte, bevor er abnahm. Sein erster Gedanke war, dass der Mörder sich nach dem entsetzlichen Telefonat mit Andy jetzt bei ihm meldete und er überlegte, wie er am besten reagieren sollte. Er fühlte sich plötzlich nackt, brachte es jedoch nicht fertig, es klingeln zu lassen. Ja? Timothy? Die Stimme erschien ihm vage vertraut, da er konnte sie nicht sofort unterbringen. Ja? Hier spricht Martin vom Büro ihrer Tante. Kalt, ausdruckslos. Moth war verblüfft. Ja, Martin, was kann ich ich dachte, ihre Tante hätte sich neulich mehr als deutlich ausgedrückt. Deutlich? Ja, ihren Standpunkt, damit es keine Missverständnisse gibt. Moth riss sich zusammen. Ja, sie hat sich jeden weiteren Kontakt verbeten, besonders im Zusammenhang mit Ed. Ich denke, sie meinte nicht nur Ed, sondern auch jeden anderen. Ja, okay, Martin, aber ich verstehe immer noch nicht. Tiefer theatralischer Seufzer gefolgt von eisigem Schweigen. Schließlich Ihre Tante gefällt es nicht, wenn man ihr droht. Jetzt verstand Moth gar nichts mehr. Droht? Ja, droht! Martin, ich habe keine Ahnung. Martin, der Einkäuferassistent, der Sexbutler, das Mädchen für alles, holte zu einem Monolog aus, in den er seine ganze aufgesetzte Empörung legte und den er entweder auswendig gelernt hatte oder vom Blatt ablas. Dann muss ich mich wohl deutlicher ausdrücken, damit es nie wieder zu Missverständnissen kommt. Kurz nachdem wir heute Morgen die Galerie geöffnet haben, bekamen wir einen Anruf von einem Gangster. Ich zitiere seine Worte im Originalton, damit sie ermessen können, wie verärgert wir sind. Sag deinem Scheißneffen Timothy, er soll sich ja nicht nochmal in meine kann ich auch noch ganz anders. Geschnallt! Netter Ausklang von jemandem, mit dem man noch nie das Vergnügen hatte. Geschnallt war übrigens das Ende des Zitats. Moth traf fast der Schlag. Er suchte krampfhaft nach einer passenden Antwort für den widerwärtigen Assistenten, doch nach dem Schock konnte er keinen klaren Gedanken fassen. Und deswegen hat mich ihre Tante Cynthia gebeten, ihnen Folgendes auszurichten. Es ist mir vollkommen egal, wie tief sie sich in diesen ganzen Drogen- und Alkoholsumpf hineingeritten haben, aber ziehen sie verdammt nochmals hinter nicht mit hinein, sonst hören sie das nächste Mal von ihren Anwälten, die ihnen ein Kontaktverbot unter die Nase halten und jede Menge andere Mittel und Wege finden, um ihr erbärmliches Leben noch um einiges erbärmlicher zu machen. Irgendwelche Fragen? Okay, komm runter, dachte Moth. Angesichts der wirklichen Gefahr, der sie sich gegenüber sahen, war die Drohung seiner Tante geradezu harmlos. Keine Schusswaffen oder Messer, sondern nichts weiter als juristisches Säbelrasseln, typisch für seine Tante. Sie ahnte nicht, wie lächerlich ihr verbaler Warnschuss im Vergleich zu dem Sumpf war, in dem er bis zum Halse steckte. Er hakte Synthers Drohung ab, um sich auf diesen seltsamen anonymen Anruf einen Reim zu machen. Er wünschte sich, Andy Candy wäre da. Ohne ihre Gabe eine verworrene Situation rational aufzudröseln und die größeren Zusammenhänge dahinter zu erkennen, fühlte er sich blind. Sieht nach einem Plan aus. Kann gar nicht anders sein. Diese naheliegende Vermutung war alles andere als beruhigend. Du musst erst mal herausbekommen, was dahinter steckt. Moth holte tief Luft. Ja schon, aber Martin, noch irgendwelche Fragen? Nein. Dann wäre das wohl geklärt. Martin, bitte, haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte, von wem dieser Anruf kam? Der Assistent überlegt eine Sekunde. Sie meinen, Timothy, es gibt mehr als eine Person, die so sauer auf sie ist, dass sie da draußen herumläuft und unbescholtenen Leuten droht? Dies in einem gespielt ungläubigen Ton. Martin, bitte, helfen Sie mir nur in diesem einen Punkt, damit ich dafür sorgen kann, dass derjenige Tante Cynthia nie wieder belästigt. Ein kühnes Versprechen. Eine Sekunde lang huschte ihm der gemeine Gedanke durch den Kopf, den Killer seiner Tante auf den Hals zu hetzen, um ihn von sich und Andy abzulenken. Mach sie fertig, wie du es ihnen versprochen hast. Das wäre toll. Martin schien tatsächlich einen Moment lang zu überlegen. Nein, das heißt, eine Sache vielleicht. Und was? Der Akzent. Akzent? Richtig. Dieses Gangstergequatsche hätte ich von einer anderen Sorte erwartet, fing Martin an. Moth konnte den Assistenten gut genug, um ihn für einen ausgemachten Rassisten zu halten und zu verstehen, was mit dem Wörtchen anders gemeint war. Latino oder Afroamerikaner. Es jogte Moth in den Fingern dem blonden Lackaffen, seine ganze Verachtung gegenüber ihm und seiner Tante an den Kopf zu schmeißen, doch er nahm sich zusammen. Verstehe, antwortete Moth. Der Mann stammte definitiv nicht von hier. Die Aussprache hat mich eher an... Morton dachte nach. Dann glaubte Moth, das Achselzucken in der Leitung zu hören, bevor der Assistent fortfuhr. An meine Zeit in Harvard erinnert. Verschluckt das R offene Vokale. Sie wissen schon, Park the car. Eindeutig Neuengland-Akzent. Könnte Maine, New Hampshire, Vermont oder Massachusetts sein, aber ganz bestimmt nicht Miami oder irgendwo sonst in den Südstaaten. Offit, das hilft ihnen, die Zahl ihrer Verdächtigen etwas einzugrenzen. Wie auch immer, hiermit ist das Gespräch beendet. Morton trennte die Leitung. Moth sah den aufgeblasenen Gesichtsausdruck des Schönlings leibhaftig vor sich. Doch ebenso schnell verflüchtigte sich das Bild und er lief unter dem Ansturm quälender Fragen rastlos in seiner Wohnung hin und her. Der nächste Anruf fiel nicht weniger schroff aus. Susan Terry kam gerade aus der Dusche und trocknete sich die Haare, während sie mit Unbehagen dem Tag entgegensah und verzweifelt überlegte, was sie wegen Moth und Andy Passend zu ihrem Erscheinungsbild in Unterwäsche und unfrisierten nassen Haaren meldete sie sich in lässigem Ton. Ja, Susan Terry? Miss Terry, mein Name ist Michael Stern, ich vertrete Sie wusste, wen der Anwalt vertrat. Den Mann, der ihr Drogen verkaufte und der sich seine Freilassung damit erkauft hatte, sie bei den Detektives anzuschwärzen. Ja, sie rufen unter meiner Privatnummer an, sagte sie und nahm wie ein Soldat bei der Parade Haltung an. Ihr Dezernat hat mich davon in Kenntnis gesetzt, sie seien mit einem Spezialeinsatz betraut. Ich bin nicht befugt, ihnen darüber Auskunft zu erteilen. Auch wenn sie neugierig war, wie dieser Anwalt dazu kam, sie am frühen Morgen anzurufen, zielte ihre Bemerkung darauf ab, das Gespräch so schnell wie möglich zu beenden. Zweifellos war der Mann über ihren schnippischen Ton verärgert, denn für einen Moment herrschte Schweigen in der Leitung. Aber vielleicht hätten sie die Güte, mir zu verraten, wer Timothy Warner ist, sagte er in sarkastisch zu vorkommendem Ton. Natürlich kann ich mich auch bei ihrem Vorgesetzten erkundigen, wenn ihnen das lieber ist. Hat dieser Warner vielleicht zufällig etwas mit der University of Massachusetts zu tun? Oder steht er einfach nur auf deren Baseball Kappen? Susan machte den Mund auf, brachte jedoch keinen Laut heraus. Es dauerte eine Weile, bis sie unter wiederholtem Reuspern krächzte. Wie bitte? Was für Kappen? Wovon reden sie? Timothy Warner, der Informant, der meinen Klienten mit Anschuldigungen belastet hat, die sich, wie Sie wissen, als vollkommen haltlos erwiesen haben. Moment, wie kommen Sie an diesen Namen? Ich bin nicht befugt, Ihnen darüber Auskunft zu erteilen, mockierte sich der Anwalt. Susan fasste sich. Ebenso wenig wie ich, sagte sie. Sämtliche Fragen, die sie auf der Zunge hatte, schluckte sie herunter. Ich finde diese Unterhaltung unerquicklich, sagte sie und setzte dabei einen überheblichen Ton auf, der, wie sie hoffte, ihre wahren Gefühle kaschierte. Wie in aller Welt kann Moth etwas über meinen Dealer wissen, dachte sie. Wie sollte er überhaupt an den Namen kommen? Blitzschnell überlegte sie, ob sie den Namen des Pushers auch nur ein einziges Mal in der Redeemer One erwähnt hatte. Und wieso zum Teufel sollte Moth bei der Drogenfahndung anrufen? Was hätte er davon, mich zu verpfeifen und mir mein Leben zu verpfuschen? Verdammt, und was soll dieses Gefasel von einer Baseball Kappe und Massachusetts? Sie war noch nie im Leben in Massachusetts gewesen. Soweit sie sich entsann, kannte sie auch niemanden von dort. Doch ganz offensichtlich hatte dieses Detail etwas zu bedeuten, auch wenn sie nicht den leisesten Schimmer hatte, was. Ihr fiel kein plausibler Grund ein, und genau das beunruhigte sie am meisten, denn möglicherweise taten sich ihr Abgründe auf, von denen Wut hochkam und gab sich keine Mühe, sie zu unterdrücken. Der Streit fing ganz harmlos an. Eine Unterhaltung, die Bemerkung ihrer Mutter, ich hatte einen schrecklichen Tag an, absolut unangenehmer Mensch, der bei mir Unterricht nehmen wollte. Ein hilfloser Versuch, durch den meterdicken Schutzwald zu dringen, hinter dem sich ihre Tochter seit Tagen verschanzte. Jedes Thema war ihr Recht, ihre Klavierschüler, das Wetter oder die Politik, wenn es nur dabei half, Andy Candy etwas über Moth, über die Gründe für ihr nervöses Verhalten, ihre Geheimniskrämerei und ihre weiteren Pläne mit dem Studium zu entlocken. Irgendetwas darüber, wie es für sie weitergehen sollte. Andy Candys Mutter spürte mit sicherem Instinkt, dass ihre Tochter in irgendwelche mysteriösen Aktivitäten verwickelt war, auch wenn sie nicht die leiseste Ahnung hatte, in welche Gefahr sie sich damit brachte. Andy ihrerseits fühlte sich wie auf einem Höllentrip, doch die einzige Möglichkeit, die sie sah, ihre Mutter vor Schaden zu bewahren, war absolutes Stillschweigen über alles, was mit den Morden zusammenhing. Ihr Leben schien aus zwei Teilen zu bestehen, die nicht das geringste miteinander zu tun hatten. Auf der einen Seite die sichere Zuflucht, ihr Zuhause, ihre Mutter, die Hunde, die flauschige Steppdecke auf ihrem Bett, die glücklichen Erinnerungen an ihre Kindheit. Auf der anderen der Tod, die Universität, die Vergewaltigung, Moths ermordeter Onkel, der vor ihren Augen erschossene Professor Hogan, der Killer, der nur einen Anruf von ihr entfernt war und immer engere Kreise um sie zog. Diese beiden Bereiche auseinander zu halten, erschien ihr überlebenswichtig. Wie meinst du das, absolut unangenehmer Mensch? fragte Andy wie vom Schlag gerührt. Seit dem Anruf des Mörders stand sie wie unter Strom. Der Kerl ruft wie aus weiterem Himmel an, will sofort zur ersten Stunde kommen, versucht mir weißzumachen, erspiele zum ersten Mal und dann stellt er mir eine unangemessene Frage nach der anderen. Leben sie allein oder haben sie eine Waffe? Und ich habe ihn dabei ertappt, wie er ständig auf dein Foto an der Wand gestarrt hat, als wollte er es sich ins Gedächtnis einbrennen. War richtig unheimlich der Typ. Aber keine Sorge, ich habe mich geweigert, ihn weiter zu unterrichten. Keine Sorge? Für Andy Candy bittere Ironie. Was war das für ein Typ? Ich meine, wie hieß der Mann? Achso, ja, da hat er auch gelogen. Andy Candy explodierte. Schrill und wut entbrannt bombardierte sie ihre Mutter mit Fragen, um herauszubekommen, hatte und warum. Jede Antwort, die sie bekam, fachte ihren Zorn noch weiter an und trieb sie haltlos in die Ungewissheit, die sich wie ein gähnendes schwarzes Loch unter ihren Füßen auftat. Nachdem sie alles erfahren hatte, was es zu erfahren gab, Monroe, Führerschein, irgendeine Stadt im Norden, die mit CH anfing, stürmte Andy Candy, ohne sich zu entschuldigen, aus dem Haus, um zu Moth zu fahren und ließ ihre Mutter konfus und den Tränen nahe zurück. Als Andy Candy mit quietschenden Reifen das Stoppschild überfuhr, versuchte sie mit aller Macht, doch vergebens, sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass es keinen sicheren Hort mehr für sie gab. Egal, wo sie sich versteckte, sicher war sie nirgends. Sie tröstete sich damit, dass wenigstens Moth verstand, in welcher Gefahr sie sich befanden, auch wenn er nichts dagegen machen konnte. Student Nummer Fünf beschloss, erster Klasse nach Norden zu fliegen. Redlich verdient, sagte er sich. Er bezahlte mit einer Kreditkarte auf den Namen seines Alias in Key West, eine kleine Extravaganz, die ihm nicht wehtat und eine kleine Belohnung dafür, dass er verdammt gute Arbeit geleistet hatte. Die Expertise, die er sich bei der jahrelangen Planung seiner anderen Morde erworben hatte, zahlte sich bei seinen improvisierten Morden keine Fehler unterliefen. Er dachte an einen Sportler, der jahrelang formgerecht und mit sauberer Technik seine Muskeln trainiert und im entscheidenden Moment, wenn er auf dem Platz seinen Ball pitchen muss, in Bruchteilen von Sekunden sein ganzes Repertoire abrufen kann. Gelernt ist gelernt. Die Spur, die er Krume für Krume gelegt hatte, würde der Staatsanwältin, der Freundin und dem Neffen nichts Konkretes verraten. Die einzige Botschaft lautete, ich bin euch ganz nahe, zum Greifen nahe. Er hatte für gehörigen Zoff zwischen den dreien gesorgt, aber auch für Verwirrung und hoffentlich panische Angst. Die Gefühle, in die er sie manövriert hatte, dienten einem einzigen Ziel. Sie werden glauben, dass sie mich zur Strecke bringen können. Die kommen nie auf die Idee, dass es in Wahrheit umgekehrt ist. Die Flugbegleiterin fragte ihn, ob er etwas zu trinken haben wollte. Er wollte. Scotch on the rocks. Genüsslich ließ er sich die scharf süße Flüssigkeit die Kehle hinunter rennen. Ein Schluck zwei. Die Maschine hob ab und ließ die strahlende Skyline von Miami hinter sich. Als sie die Reiseflughöhe erreichten, schloss er die von Brathähnchen und Chitterlings, Erzählungen aus dem unbeschwerten alten Süden, den es so nie gegeben hatte, voll von kaum verholenem Rassismus. Eine Geschichte war psychologisch besonders raffiniert. Meister Lampe ist dem Fuchs auf den Leim gegangen oder besser gesagt auf den Teer. Je mehr er versucht, das Teerpüppchen, den Köder seines Widersachers zu besiegen, indem er es mit den Fäusten Stimme, in der sich Student Nummer Fünf in diesem Moment selbst wieder erkannte, den Fuchs anfleht genau das, was er sich als seine einzige Rettung verzweifelt wünscht, nicht zu tun. Bitte wirf mich nicht ins Dornengestopp. Moth und Andy Candy lagen in Löffelchenstellung eng aneinander geschmägt auf seinem Bett. Sie waren vollständig bekleidet, berührten sich aber, als hätten sie gerade miteinander geschlafen. Andy zwischen ihren Brüsten, Moth legte den Kopf an ihren Rücken. Ihr flacher Atem war der bangen Ungewissheit geschuldet, und wenn sie sich wie jugendliche Liebhaber, die sie einmal gewesen waren, etwas ins Ohr flüsterten, so sagten sie sich Dinge, die zu ihrer innigen Umarmung in schroffem Widerspruch standen. Was machen wir nur, flüsterte Andy, eine rhetorische Frage, auf die sie längst die Antwort wusste. Worauf es von Anfang an hinaus lief, antwortete Moth, haben wir eine Wahl? Was hätte er sonst antworten sollen? Was diese Unausweichlichkeit für sie bedeutete, davon konnte sich keiner von beiden eine Vorstellung machen, und beiden gingen mehr oder weniger dieselben Gedanken durch den Kopf. Was als unüberlegtes Draufgängertum und als Rachefantasie begonnen hatte, war nach und nach Realität geworden und holte sie unerbittlich ein. Sie hatten einen Mann sterben gesehen und wussten, dass jetzt jemand anders sterben musste. Zwischen der verbalen Drohung, jemanden umzubringen und der Tat, lagen Welten. Sie schwankten zwischen Momenten, in denen sie es für möglich hielten, und anderen, in denen sie der Mut verließ. Die konnten auf keine militärische Ausbildung, keine Mafia-Methoden zurückgreifen. Sie waren keine Psychopathen oder Soziopathen, die einen Mord verüben, wie man ein lästiges Insekt vom Ärmel schnippt. Sie waren normal, auch wenn sie sich, Moth wegen seines Alkoholismus, Andy Candy wegen des Traumas der Vergewaltigung und der Abtreibung nicht so fühlten. Insgeheim sehnten sich die beiden nach der Unbeschwertheit ihrer Jugend zurück, die ihnen unter den Füßen weggezogen worden war. Wir haben eine Schusswaffe, sagte Moth, und wir haben jemanden auf unserer Seite, der sich mit Mord und Totschlag auskennt, zumindest intellektuell. Andy Candy zuckte zusammen, bis sie begriff, dass Moth sich auf Susan Terry bezog. Juristen wissen, die nachträgliche Analyse eines Verbrechens im Rahmen der Strafverfolgung, Keine Ahnung. Was wird nur aus uns? fragte sie. Moth lächelte und streichelte ihr über das Haar. Wir stehen das durch, werden alt, fett und glücklich und verschwenden kein Gedank mehr daran, versprochen. Er sagte nicht zusammen und Andy Candy zweifelte an dem Wort versprochen. Zumindest wissen wir, was passiert, wenn wir nichts unternehmen, beharrte sie. Bist du dir sicher? fragte Moth. Sie lösten sich aus ihrer Umarmung und setzten sich nebeneinander auf den Bettrand. Vielleicht terrorisiert er uns nur, um uns zum Schweigen zu bringen. Andy Candy nickte. Ich wünschte, du hättest recht. Aber selbst dann, woher sollen wir das wissen? Und für wie lange will er uns zum Schweigen bringen? Er hat sich jahrelang Zeit gelassen, um seine Kommilitonen einen nach dem anderen zu töten. Wer garantiert uns, dass wir nicht in 15 Jahren irgendwo in einem gemütlichen Haus in der Vorstadt als Fußballmom und Trainer Dad plötzlich in die Mündung einer Knarre blicken? Peng! So hat er es mit den anderen gemacht. Was hätten wir oder meinetwegen auch er überhaupt davon, wenn wir schweigen? Moth stand vom Bett auf und marschierte hin und her. Weißt du, die bekannten Figuren der Geschichte, die sahen sich alle vor schwierige Entscheidungen gestellt. Die konnten nie mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, ob die Richtung stimmt, die sie einschlagen. Aber eins stand für die wenigstens zu versuchen. Andy Candy lächelte wehmütig, als sie Moth dabei zusah, wie er durchs Zimmerschritt und jedes Argument mit lebhaften Gesten unterstrich. Sie fühlte sich an den versonnenen, doch energiegeladenen Moth aus der Highschool-Zeit erinnert, jetzt als Erwachsener vertraut, aber doch verändert. Moth verfiel gerne ins Dozieren. Der geborene Hochschullehrer, dachte sie, wenn er das hier überlebt. Aber was bedeutet Scheitern für uns? Ihre Frage ging wie ein kalter Luftzug durch den Raum. Im Grunde dasselbe wie für sie, antwortete Moth und rang sich ein schwaches Lächeln ab. Diese Leute haben eine Menge aufs Spiel gesetzt, ihren Ruf, die Freiheit oder das Leben, verloren am Galgen durch ein Erschießungskommando, was weiß ich. Jedenfalls ging es um viel, häufig um alles oder nichts. Wie bei uns, bestätigte Andy Candy. Totschlag mit Fahrerflucht, vorgetäuschter Selbstmord, Jagdunfall. Eben. Was glaubst du, lässt er sich für uns einfallen? Moth antwortete nicht, ihm schwirrte der Kopf von den unterschiedlichsten Szenarien, eines beängstigender als das andere. Sie schwiegen eine Weile und die pragmatische Andy Candy gewann langsam wieder die Oberhand. Müsste Miss Terry nicht längst da sein? Ja. Susan Terry blieb draußen vor Moths Apartment im Wagen sitzen. Sie schwankte zwischen rasender Wut und abgrundtiefer Verzweiflung hin und her. Welche der beiden Emotionen die Oberhand gewinnen würde, war zu diesem Zeitpunkt offen. Sie hatte nur einen Wunsch, sich noch mehr zuzudröhnen und alles zu vergessen, was in den letzten Tagen geschehen war. Nach dem Telefonat mit dem Anwalt hatte sie am Morgen die letzten Reste Koks gezogen. Die Frage, wieso sie das Zeug nach ihrer Suspendierung und ihrem Geständnis in der Redeemer One nicht sofort die Toilette hinunter gespült hatte, blinkte nur für den Bruchteil einer Sekunde auf ihrem Radarschirm auf. Sie holte tief Luft. Geht mir doch am Arsch vorbei, was ich den Idioten versprochen habe, versuchte sie sich meist zu machen. Der Sirenen Gesang des Kokains verhieß Seliges Vergessen. Zur Hölle mit deinem Job und deiner Karriere. Zur Hölle mit diesem Killer Phantom. Zur Hölle mit allem, was du je in deinem verpfuschten Leben irgendwem versprochen hast. Und zur Hölle mit dem schlechten Gewissen. In ihrer Handtasche auf dem Beifahrersitz lag ihre Halbautomatik. Hast du mich verpfiffen, Timothy? Was liegt dir daran, mir mein Leben kaputt zu machen? Die vage Einsicht, dass dieser Verdacht gegen jede Logik sprach, konnte ihren Zorn nicht bremsen. Susan hing in der Luft, zwischen der nüchternen rationalen Staatsanwältin, die sich von Fakten und Beweisen leiten ließ, und dem zugedröhnten bösen Mädchen, das die Grenze zur Kriminalität überschritten hatte. Welche Seite die Oberhand behalten würde, stand in den Sternen. Für den Augenblick jedenfalls siegte der Zorn. Sie schnappte sich ihre Tasche, stieg aus und stapfte entschlossen die Treppe hoch. Als sie an seine Wohnungstür klopfte, machte Moth törichterweise auf, ohne zuvor einen Blick durch den Spion zu werfen. Im selben Moment starrte er in die Mündung von Susans Automatik. Sie hatte den Hahn gespannt, während sie ihn mit den Worten begrüßte. Du mieser kleiner Scheißkerl! Fassungslos taumelte Moth zurück, doch Susan schnellte vor, sodass der Lauf der Pistole trotz seines panischen Rückzugs aus nächster Nähe auf seine Stirn gerichtet blieb. Was? Bitte! wirkte überlegte, ob er versuchen sollte, an die eigene Waffe heranzukommen und sich zu verteidigen, doch sie lag ungeladen auf einer Kommode. Die Wahrheit, sagte Susan in schneidendem Ton, Schluss mit den Spielchen! Andy Candy stieß einen spitzen Schrei aus und saß wie erstarrt auf dem Bett. Ihr erster Gedanke war ähnlich wie bei Moth. Moment mal, irgendwas läuft hier falsch. Susan ist doch nicht der Killer. Wahrheit? fragte Moth. Es klang, als hielte er beim Reden die Luft an. Unbewusst hob er die Hände, teils um sich zu ergeben, teils um den Schuss abzuwehren, mit dem er jede Sekunde rechnete. Die Angst saß ihm wie ein Kloß in der Kehle und zog ihm den Magen zusammen. Wieso hast du mich verpetzt? Eine fast kindliche Ausdrucksweise für jemanden, der den Finger am Abzug hat. Moth wich weiter zurück, bis er mit dem Gesäß gegen seinen Schreibtisch stieß. Was? keuchte er. Ein Blick auf Susan Terry genügte, um zu sehen, dass es für die Frau mit dem wirren Haar, dem erweiterten Pupillen, dem wütenden Ton, dem Zittern in den Händen und einem Gesichtsausdruck, aus dem die blanke Panik sprach, nur ein winziger Schritt vom rationalen Denken zu einer bedrohenden Kurzschlusshandlung war und sein Leben in diesem Moment am seidenen Faden hing. Die zerknirschte Susan, die ihn erst gestern zum Treffen in der Kirche begleitet hatte, um mithilfe der Gruppe von den Drogen loszukommen, war nicht wiederzuerkennen. Doch auf den ersten Schock folgte die Erkenntnis, dass ihm die Furie, die vor ihm stand, nicht so fremd war, wie es auf den ersten Blick schien, sondern nur die andere Seite ein und derselben Person, eine Verwandlung, die ihm nur allzu vertraut war. Er atmete einmal tief durch und rang um Fassung. Was um Himmels Willen habe ich deiner Meinung nach getan? fragte er mit schiller Stimme. Wieso hast du bei den Bullen angerufen? Ihnen meinen Namen und den Namen meines Dealers verraten, ist dir klar, was du mir damit angetan hast? Moth spannte sämtliche Muskeln an, als könnte er mit schierer Willenskraft seinen rasenden Puls zur Ruhe bringen. Er strafte die Schultern, versuchte die Pistolenmündung zu übersehen und antwortete Ich habe nichts dergleichen getan. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon du sprichst. Susan Terry sah rot. Sie wollte Blut fließen sehen, auch wenn sie die Frage, wessen Blut derzeit überforderte. Sie starrte Moth an. Wer dann? Er schlugte den Kloß im Hals herunter. Du weißt wer! Sie spürte, wie sich ihr ganzer Körper und besonders der Finger am Abzug spannte. Die Geräusche in ihrer Umgebung dröhnten ihr wie ein Düsenflugzeug in den Ohren, bis sie plötzlich feststellte, An entscheidet dich! Doch sie wusste nicht wer. In einem verzweifelten Versuch, das Blatt zu wenden, besann sich Moth auf die Strategien, die er in der Redeemer One gelernt hatte. Susan, ist dir klar, was du da gerade machst? In einem gewaltigen Kraftakt senkte sie die Waffe. Die Wahl war getroffen. Tut mir leid, sagte sie. Der Druck. Ein dehnbarer Begriff, der alles schickte, während in Wahrheit unter dem bröckelnden Putz die tiefen Risse und Sprünge in ihrem Leben zutage traten. Den Moment des Zögerns nutzte Andy Candy. Los! Und bevor sie registrierte, was sie tat, sprang sie auf und trat zwischen Susan, Terry und Moth. Was ist hier eigentlich los? herrschte sie Susan an. Ich hätte allen Grund Angst zu haben. Mich hat der Susan Terry trat zurück, lehnte den Kopf an die Wand. Ich glaube, ich brauche etwas Kaltes zu trinken. Wasser, sagte Moth. Mit Eis. Erstaunlich dachte er, wie viel Nachdruck man in ein so harmloses Wort wie Wasser legen kann. Romanzen mit Happy End, viktorianische Romane mit Verbeugungen und Knixen, mit endlosen emotionalen Drehungen und Wendungen, russische Literatur aus derselben Zeit von epischer Breite Krieg und Frieden, Hemingway und Faulkner, John Dos Passos und Steinbecks Die Früchte des Zorns, Sitten Romane, Thriller über Spione, die aus der Kälte kamen, Melodramen über Paare, deren Liebe unter einem schlechten Zeichen steht. In Hoffnung auf einen Geistesblitz aus dem Kanon großer Werke ließ Andy Candy all die Titel Revue passieren, die sie im Studium gelesen hatte. Fehlanzeige. Sie spähte zu Susan Terry hinüber, die mit nach vorn gesackten Schultern am Tisch saß, sich mit beiden Händen an ihrem Glas festhielt und plötzlich ins Leere starrte. Der unfokussierte Blick eines Soldaten nach traumatischer Dissoziation, so lautete der Begriff dafür, auf den Andy Candy zum ersten Mal in den Memoiren von Vietnam Veteranen gestoßen war. Moth war zu seinem Schreibtisch gegangen, wo er in Papieren kramte, dann sah er auf. Wenn ihr mich fragt, ist das Hauptproblem, mit dem wir uns herumschlagen, dass alles, was wir über ihn wissen, in der Vergangenheit liegt und alles, was er über uns weiß, in der Gegenwart. Andy nickte. Nicht ganz, sagte sie dann. Ich meine, ein bisschen wissen wir schon. Er weiß, wer wir sind, wo wir wohnen und was wir machen. Susan war noch nicht in die Gegenwart zurückgekehrt. Andy Candy stand auf, ging zu ihrem improvisierten Arbeitsplatz und griff zu einem der Notizblöcke, die sie verwandte, um Informationen zu ordnen und Verbindungen zu erkennen. Es war eine Krücke, um ihrem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Wir haben einen Namen, selbst wenn er getürkt ist, den meine Mutter gesehen hat. Außerdem hat sie einen Blick auf seinen Führerschein geworfen, Massachusetts. Endlich blickte Susan wieder auf. Die Vorwahl der Rufnummer, 413 und eine Baseballkappe mit einem Logo der UMass. Statt sie zu fragen, was sie mit diesen Einzelheiten sagen wollte, dachte Andy Candy weiter laut nach. Der Name der Stadt, meine Mutter gesehen hat, fing mit CH an. Moth saß jetzt am Laptop. Chicope, Cheshire, Chesterfield, Charlmont, rattete er leise herunter. Charlmont, sagte Andy, wie Charlemagne, nur … Sie sprach nicht weiter. Susan schüttelte den Kopf. Wie kommt er darauf, dass er sich dort auffällte? Vorausgesetzt, er lebt tatsächlich in einer dieser Städte. Er könnte in diesem Moment irgendwo da draußen auf uns lauern. Offenbar macht es ihm Spaß, in Miami zu Moth zu Bord. Wieso sollten wir seelenruhig abwarten, bis er uns zur Strecke bringt? Die anderen beiden sahen ihn an. Falls wir ihn aufspüren wollen, können wir ebenso gut dort anfangen. Wo sonst sollten wir ihm zuvorkommen? Susan nickte, ohne zu wissen, warum. Andy Candy trat neben Moth und drückte ihm die Hand. Auch wenn sie ihn nicht zum Beschützer oder Helden zumindest früher einmal. Und sie hoffte, dass sie sich damit nicht nur etwas vorgaukelte. Im selben Moment fiel ihr doch noch etwas ein, wonach sie in ihrem Literaturkanon gesucht hatte. Dumas und Edmond Dante, der Graf von Monte Christo, abgehakt. Stattdessen Beowulf. Zuerst lauert der Held Grendel auf. Er weiß, dass es nicht ohne Blutvergesen abgehen, dass es vielleicht ihn selbst das Leben kosten wird, aber er sieht keine andere Möglichkeit, es mit ihm auszufechten. Aber selbst nach der offenen Feldschlacht, nachdem er dem Widersacher den Arm abgerissen und den Sieg davongetragen hat, muss er feststellen, dass es einen noch bedrohlicheren Gegner gibt, mit dem er nicht gerechnet hat. Und den muss er in seine eigene Höhle locken. Er hielt sich nicht für einen ausgesprochen grausamen Menschen, auch wenn es natürlich als Folge all dessen, was er vollbracht hatte, für die Kinder und anderen Angehörigen, vielleicht sogar die Freunde der Leute, die er getötet hatte, zunächst einmal hart war. Das lag auf der Hand, schließlich besaß er Mitgefühl. Aber so schlimm war es nun auch wieder nicht. Beerdigungen mit Tränen, Trauerreden, feierlichem Schwarz, das Leben muss weitergehen. Bei dem Gedanken an Timothy Warner allerdings stieg ihm die kalte Wut hoch. Er bekam Herzklopfen, ein rotes Gesicht, bis die Zähne zusammen, doch kurz vor dem Siedepunkt riss er sich jedes Mal zusammen. Für wen hält sich dieser verdammte Grünschnabel, mich in eine solche Situation zu bringen? Ich hätte mit dem Töten abgeschlossen und endlich nach vorn schauen können. Vollidiot! Wärst du nur nicht so neugierig, würdest du am Leben bleiben. Vollidiot! Du reißt noch deine Freunde mit ins Verderben. Vollidiot! Wärst du mir bloß nicht in die Quere gekommen. Vollidiot! Mich zu jagen ist glatter Selbstmord! Für Andrea Martin oder Susan Terry brachte er nicht denselben Hass auf. Das ließ sich nicht erzwingen, was ihn nicht daran hindern sollte, sie zu töten, in einem spektakulären Co. Kollateralschaden nennt man sowas beim Militär. Die Sache brachte ihn auf Trab. In Eile besorgte er alles Nötige, plante so genau, wie es die Umstände gestatteten, die Dramaturgie. Was er sich für die Freundin, den Neffen und die Staatsanwältin überlegt hatte, war ausgefeilter als seine bisherigen Morde. Am Ende würde er ein Meisterwerk vollbringen, das beinahe mehr mit Kunst als mit Mord zu tun hatte, auch wenn wohl nur ein anderer Mörder seines Formats den Unterschied zu würdigen wüsste. Wenn er in New York war, ging er manchmal in Late-Night-Shows oder wenig bekannte schmuddelige Kunstgalerien im East Village und sah sich Performance-Künstler an, die versuchten Theater und Malerei, Film und Skulptur zu einem Gesamtkunstwerk zu verschmelzen oder mit anderen experimentellen Mitteln eine einzigartige visuelle Erfahrung zu erzeugen. Sehr avantgardistisch, das musste man ihnen lassen. Einmal war er mit seinem Pick-up zum Massachusetts Museum of Contemporary Art gefahren und hatte sich in verwaschenen Jeans mit ungepflegtem Haar und erdverkrusteten Arbeitsstiefeln angesehen, was innovative Künstler schufen. Auf Key West ging er von Zeit zu Zeit zu einer der Transvestiten-Shows in der Duval Street, wo er bei einem Sunset Ale nicht nur den Varité-Gesang, die Broadway-Tanzeinlagen und die exotischen Kostüme genoss, sondern auch die Fähigkeit dieser Leute, sich wie ein Chamäleon in einen völlig anderen Menschen zu verwandeln. Ob sie zu würdigen wüssten, was ich hier auf die Beine stelle? Student Nummer Fünf fuhr ein bisschen zu schnell, als er rings um Charlemont ein halbes Dutzend weit verstreute Baumärkte abklapperte, um überall dieselben Kanister und Flaschen zu kaufen, jedes Mal in Bar bezahlt. Als nächstes würde er in einem Elektronikgeschäft einen altmodischen Kassettenrekorder besorgen, danach standen auf seiner Liste Elektroschalter und Kabel, ein großer Standventilator, Sprühdosen, Geruchstilger, Bungee-Seile, Klettband und schließlich Angelschnur mit 30 Kilo Hubkraft. Ein typischer Bedarf für jemanden, der hier draußen auf dem Lande lebte. Student Nummer Fünf war besorgt, dass er für seine Vorbereitungen nicht genügend Zeit einkalkuliert hatte, daher ging er, während er seine Liste abhakte, Unterhaltungen aus dem Weg und verkniff sich die üblichen Nettigkeiten. Mit der Baseball-Kappe tief in der Stirn und der Sonnenbrille mochte ihn ruhig eine Überwachungskamera filmen, doch ansonsten legte er den größten Wert darauf, es mit der Vorsicht lieber zu übertreiben, als sich eine einzige Nachlässigkeit zu erlauben. Er konnte es sich nicht leisten, irgendein winziges Detail außer Acht zu lassen und den ganzen Plan zu gefährden. In einem Kajak, das orangefarbene Boot passte bequem zusammen mit der übrigen Ausrüstung auf die Ladefläche seines Pickups. In einem Jagdgeschäft kaufte er sich das billigste Modell einer Schrotflinte, das er im Angebot fand und musste schmunzelnd an Professor Hogan denken, der sich völlig umsonst ein Spitzengewehr zugelegt hatte. Er buchte einen Flug, er buchte einen Leihwagen, den kleinsten, den es gab, bei einer Firma, die mit dem Spruch warb, wir holen sie ab. Er versprach, den Wagen am Flughafen stehen zu lassen. Wie lange wird es dauern, bis Sie hier sind? Das war die eine Frage, die ihm zu schaffen machte. Und die zweite Herausforderung, in meinem Wohnwagen muss ich Ihnen als ein anderes Ich entgegentöten und dieses Ich müssen Sie als Ihr Geheimnis in die ewigen Jagdgründe mitnehmen. Die Antwort auf die Frage, wann, lautete bald. Er hatte in Miami genügend Krumen ausgestreut, um sie nach West Massachusetts zu lotsen, ein Kinderspiel, den Führerschein, die Baseballkappe und die Telefonvorwahl zusammenzubringen. Seine Spur zielte darauf ab, Angst zu erzeugen, und zwar so, dass die Betroffenen nicht schreiend vor der Gefahr davonliefen, sondern ihr nicht widerstehen konnten. Du zeigst jemandem eine Tür und bittest ihn herein. Simple Psychologie, hypnotischer Zwang. Er baute darauf, dass Timothy Warner je näher erkam, der Versuchung erliegen und die Konfrontation suchen würde. Wiege dich in dem Glauben, du könntest mich zur Strecke bringen, und hinter dieser Tür findest du die Antwort auf all deine Fragen. Halte immer schön an dem Irrsinn fest, du müsstest um jeden Preis da rein und das Ziel sei zum Greifen nahe. Ist es auch, nur etwas anders, als du denkst. Ein einziges Element seines Plans war weniger berechenbar als der Rest. Sein alter Ego stellte definitiv eine Herausforderung dar. Immerhin wusste er, wo er nach einem Doppelgänger zu suchen hatte. Keiner von ihnen packte mehr als das Nötigste ein. Eine Garnitur Unterwäsche, zwei, drei Paar Socken, eine Handfeuerwaffe. Am internationalen Flughafen Miami kam Moth der seltsame Gedanke, dass er auf den Spuren seiner Zielperson wandelte. Vielleicht hatte er am selben Check-In- Schalt der Schlange gestanden und auf die Frage, ob er etwas aufzugeben hätte, mit mehr oder weniger dem selben Scherz geantwortet, nein, nichts außer meiner Vernunft und meinem Verstand. Andy Candy hingegen bedrückte das Gefühl, weit mehr als eine Stadt zurück zu lassen und mit jedem Schritt tiefer in ein und durchdringliches Dickicht zu geraten. Susan Terry Waffen in ihrem kleinen Reisekoffer hatte, Moth Magnum 357 und ihre eigene Halbautomatik 25. Ungläubig hatte sie zur Kenntnis genommen, wie Moth seine Waffe aus New Jersey nach Miami eingeschleust hatte. Die Kleinigkeit, dass Susan suspendiert und ihre Dienstmarke somit nicht gültig war, behielt sie für sich und zu ihrer Erleichterung flog sie auch bei der routinemäßigen Computersuche nicht auf. Sie gingen an Bord und saßen schweigend nebeneinander. Moth fand es aufschlussreich, dass sie alle drei weder zum Reden noch zum Lesen oder zum Fernsehen auf den kleinen Monitoren an der Rückenlehne vor ihnen aufgelegt waren. Keiner von ihnen verspürte das Bedürfnis, sich von den Gedanken abzulenken, die ihnen im Kopf herumschwerten. Andy starrte den gesamten Flug hindurch aus dem kleinen Fenster in die Nacht, deren unergründliches Dunkel ihre Gemütsverfassung entsprach. Gelegentlich griff sie neben sich nach Moths Hand, als wollte sie sich vergewissern, dass er noch an ihrer Seite war. Irgendwo auf halber Strecke wurde ihr klar, dass sie nicht die Nacht, sondern die Zweifel bedrohlich fand, die sie belagerten. Mehr oder weniger zur gleichen Zeit hockte Student Nummer Fünf auf einer kleinen Anhöhe mit Blick über den Parkplatz eines Schnellrestaurants. Am hinteren Ende des Platzes führte eine schmale Straße zu einem Supermarkt. Dort, wo sie die Hauptstraße kreuzte, befand sich eine kleine Verkehrsinsel mit einer Ampelanlage. Die Insel zog die Gestrandeten der Gegend an, von Arbeits- und Obdachlosen bis hin zu Alkoholikern und Junkies, die handgeschriebene Pappschilder hochhielten. Ich kann zupacken, jede noch so kleine Hilfe, obdachlos und allein, Gott segne sie. An diesem Abend war nur ein einziger Mann auf dem Posten, der den vorbeifahrenden, mit Lebensmitteln beladenen Autos Die meisten ignorierten ihn. Einige kurbelten die Scheibe herunter und reichten ihm ein paar Münzen oder auch mal einen Dollarschein. In jeder Stadt, in jedem Land, rund um den Globus gibt es solche Verkehrsinseln, dachte er. Student Nummer fünf wartete, bis der Fahrzeugstrom vom Supermarkt versiegte. Der Tag ging zur Neige, doch was er dem Mann vorschlagen wollte, erschien ihm immer noch plausibel. Er Sitz, eine mit Scotch, eine mit Gin, außerdem ein Kasten mit dem billigsten Bier, das er hatte auftreiben können. Er fuhr zu dem Mann hinunter, der gerade sein Schild sinken ließ, als gäbe er es für diesmal auf und überlegte, wo er ein warmes Plätzchen zum Schlafen finden würde. Student Nummer fünf kurbelte die Scheibe herunter und sagte zu dem Mann, Hey, Lust dir fünfzig Dollar zu verdienen? Und ob, erwiderte der Obdachlose eifrig, was soll ich dafür machen? Die Arbeitswilligkeit des Mannes reichte vermutlich vom Rasenmähen bis zum Blowjob. Student Nummer fünf hatte bei jemandem, der bereits ein Opfer war, ein Opfer der Gesellschaft, seiner eigenen Sucht, psychischer Erkrankung oder auch einfach nur seines Schicksals, mit solchem Enthusiasmus gerechnet. Seine Not machte ihn verwundbar. Ich hab Schnittholz auf meinen Trakt zu verladen. Ich bin schon den ganzen Tag damit zu Gang, aber meine Schultern wollen nicht mehr. Noch ein, zwei Ladungen, dann ist es geschafft. Du lädst auf und kriegst von mir die fünfzig, okay? Alles klar, Boss, sagte der Mann. Er warf sein Schild weg, riss die Beifahrertür auf und sprang hinein. Student Nummer fünf sah, wie der Mann den Alkohol erspähte und große Augen machte. Er blickte sich kurz um und stellte fest, dass sie allein waren. An dieser Kreuzung gibt es keine Überwachungskameras. Weit und breit niemand zu sehen, der sich für die kleine Aktion interessieren könnte. Hey, Lust auf ein Bier oder auch zwei? Greif zu, solange der Vorrat reicht, sagte Student Nummer fünf schlossen sich in einem billigen Motel in der Nähe des Flughafens zu übernachten, nachdem Susan Terry ihnen klar gemacht hatte, dass es nicht besonders klug sei, weit nach Einbruch der Dunkelheit am Haus eines Mörders aufzutauchen, der mutmaßlich mehrere Menschen auf dem Gewissen hatte. Außerdem sei dieser Killer offenbar im Umgang mit Waffen versiert, in die Enge getrieben wie ein wildes Tier sei ihm alles zuzutrauen. Moth und Andy hatten noch mit keinem in die Enge getriebenen wilden Tier Bekanntschaft gemacht und so assoziierten sie Susans Mahnung mit einem Naturfilm. Susan hatte, als sie einige Jahre zuvor den Job bei der Staatsanwaltschaft antrat, eine obligatorische Kampfausbildung bei der Polizei absolviert, wohingegen Andy Candy und Moth keinerlei Erfahrung mit Schusswaffen oder sonstige Kampferprobung vorzuweisen hatten, die ihnen waren, auch wenn sich hin und wieder Zweifel meldeten, zu allem entschlossen. Sie wussten, dass sie am Ziel ihrer Reise ein äußerst gefährlicher Mann erwartete, der schon viel zu tief in ihr Leben eingedrungen war. Jedem von ihnen war klar, dass es kein Spaziergang würde. Moth klammerte sich an seine Fantasien von Rache und Gerechtigkeit, die, wie er sich insgeheim eingestand, immer mehr verblassten. Ihm fiel nur nichts Besseres ein, um seinen Mut zu befeuern. Bei Andy Candy gingen Angst und Wut so fließend ineinander über, dass sie einfach nur hätte um sich schlagen können. Mehr als irgendetwas sonst sehnte sie sich nach Sicherheit, auch wenn sie keine Ahnung hatte, was sie im Erfolgsfall damit anfangen würde. Susan Terry hoffte auf ein Szenario, bei dem sie dem Mistkerr mit knallharten Fragen ein Geständnis entriss und ihn anschließend verhaften ließ. Ein so spektakulärer Zugriff würde nicht nur ihre Widerstandskraft mobilisieren und ihr angeknackstes Selbstvertrauen kitten, sondern auch ihren Chef daheim in der Bezirksstaatsanwaltschaft gnädig stimmen. Hallo Sir, ich habe mich nicht nur fest im Griff, sondern wie Sie sehen auch noch einen wirklich einmaligen Serienkiller ergriffen. Vielleicht der geeignete Moment, um über eine Gehaltserhöhung zu reden? Das kleine schäbige Zimmer, in dem sie sich einquartierten, war mit zwei Betten ausgestattet. Anfänglich teilten sich Susan und Andy Candy eines, während Moth auf das zweite sank. Die Anspannung zehrte an ihren Kräften und sie waren alle erschöpft. Doch als Andy Candy auch nach Stunden noch keinen Schlaf finden konnte, stand sie lautlos auf und kroch aber nie eine Nacht gemeinsam in einem Bett verbracht. Sie waren stets heimlich zusammen gewesen, im Auto, zu Hause, wenn sie für wenige Stunden sturmfreie Bude hatten. Eine Weile genoss sie seinen regelmäßigen Atem und die Berührung seiner kühlen Haut, doch bald schlief sie ein und hoffte nicht, aus einem Albtraum aufzuschrecken. Student Nummer fünf mustete sein Wohnmobil und räumte innerlich ein, dass sein Plan für eine so simple Angelegenheit ziemlich kompliziert aussah. Schließlich hätte er es sich auch einfacher machen können. Peng, Wumm, alle tot. Doch er glaubte alles bedacht zu haben und so fragte er zufrieden im langgezogenen Arbeiterslängen Na, was meinst du Kumpel, haut das rein? Der Obdachlose gab einen Laut von sich, keinen Schrei, doch mehr als ein Grunzen, ein hilfloses Gurgeln, bei dem eine gewisse Panik nicht zu überhören war. Denke schon, sind ja nicht allzu viele bewegliche Teile. Wusstest du, dass ich die kleine Anlage aus Filmen und Büchern abgekupfert hab? Von Mafia-Thrillern und Horrorstreifen? Wenn man sich mit Knoten und Seilen auskennt eigentlich kein Kunststück, aber egal. Ich hab's angewandt und ein wenig improvisiert. Du musst zugeben, das Ding ist genial. Er wechseln, nicht zappeln. Am besten hältst du absolut still, sonst, naja, siehst du ja selbst. Der Obdachlose wimmerte. Eine den Umständen angemessene Reaktion, räumte Student Nummer Fünf ein. Der arme Tropf war an einen billigen Holzstuhl gefesselt, Hände und Füße mit paraffin getränkten Baumwollstreifen so eng verknotet, dass sie ihm ins Fleisch schnitten. Den Mund hatte er ihm mit einem Stück Isolierband verklebt. Der Mann saß mit dem Rücken zur einzigen Tür im Raum und durch das einzige Fenster drang die erste Morgendämmerung herein. Es war eine lange Nacht gewesen und sehr früh am Morgen. Es standen immer noch Erledigungen an. Mach schnell, aber überhaste nichts, ausruhen kannst du dich später. Jetzt ist äußerste Wachsamkeit geboten. Der Obdachlose starrte mit leicht gesenktem Kopf in den Lauf einer Flinte. Sie war im spitzen Winkel so an Kanthölzern befestigt und mit Büchern und Kissen verkeilt, dass die Richtung stimmte. Eine einstrengige Angelschnur war am Hahn verknotet, anschließend durch eine kleine Seilrolle geführt, wie man sie zum Öffnen und Schließen von Gardinen benutzt, und schließlich an einem Tisch verklebt. Am dann auch noch so ein mieser Abgang. Ich weiß deine Hilfe bei der Sache hier zu schätzen und ich finde es auch selber schade, dass du dabei drauf gehst, aber wenn es dich tröstet, du bist nicht der Einzige, gleich beißen noch ein paar andere Leute ins Gras. Doch das sagte er nicht. Vielmehr riss er dem Mann das Isolierband vom Mund. Der Obdachlose schnappte nach Luft und stammelte heiser. Bitte Mann, ich hab nichts getan. Doch das ließ ihn kalt. Immer dieselbe Leier. Niemand kommt je auf den Gedanken, hätte den Tod verdient, wo im Allgemeinen das Gegenteil zutrifft. Er antwortete, sieh mal Kumpel, ich verstehe ja, dass dich bei dieser Sache keine Schuld trifft. Ich könnte dir erklären, worum sich das Ganze hier dreht, aber das ist eine lange Geschichte und ich will die kurze Zeit, uns noch bleibt, nicht damit verplempern. Der Mann beobachtete jede kleine Bewegung seines Peinigers. Das heißt, ein bisschen Zeit haben wir schon noch, kann nur nicht genau sagen, wie viel. Wird sich zeigen. Jedenfalls wäre es nicht klug, diese Minuten zu vertun, indem wir traurige Geschichten austauschen. Sicher ganz interessant, aber was bringt uns das? Student Nummer fünf schwieg einen Moment, um sich psychologisch zu präparieren. Nimm diesen Mann nicht persönlich, schärfte er sich ein. Objektiviere ihn. Auch wenn er es nicht weiß, geht er eines Tages in die Kriminalgeschichte ein. Student Nummer fünf grinste innerlich. Wenn ich neunzig bin und meine Memoiren schreibe. Er überprüfte nochmals seine Knoten. Aus langjähriger Erfahrung wusste er, dass er ein bestimmtes Maß an Ungewissheit, Konfusion und Bangen aufrecht erhalten musste. Diese drei Elemente waren gewissermaßen die Hintergrundmusik. Sein Plan ging auf, solange der Obdachlose nur begriff, was er vor Augen hatte. Flinte tot. Er rückte ein kleines Mikrofon zurecht, das er ihm ans Hemd geklemmt hatte und sagte, ich möchte, dass du Folgendes sagst und deine Worte ununterbrochen wiederholst. Dabei musst du den Tonfall wechseln, betteln, schreien, heulen, alles, was dir einfällt. Du musst dich richtig ins Zeug legen, Kumpel, nur keine Hemmungen. Und sieh zu, dass es glaubhaft klingt. Schätze, das ist der einfachste Teil deiner Vorführung. Vor Entsetzen taten dem Mann fast die Augen aus den Höhlen. Stell dir Ich möchte, dass du um Hilfe schreist. Ich möchte, dass du rufst hier drinnen und dann bitte helft mir und Hilfe, Hilfe. Ich will, dass es jemand draußen vor der Tür hört und augenblicklich hereinstürmt. Nichts weiter. Ruf einfach nur um Hilfe. Verstanden? Der Obdachlose schien verwirrt. Du musst für jemanden, der draußen vorbeikommt, überzeugend klingen. Der Mann wollte immer noch nicht begreifen. Pass auf, fügte Student Nummer fünf hinzu. Willst du, dass dich jemand hier rausholt? In Kürze kommen Leute her, die dich losschneiden können. Tu, was ich dir sage, das ist deine einzige Chance, ihr Leben rauszukommen. Wohlgemerkt, die einzige Chance. Du musst alles daran setzen, dir selber zu helfen. Du schaffst das. Ich weiß, dass du das schaffst. Ich versuche nur, dir die Sache zu erleichtern. Natürlich gab es keine Hoffnung. Er wusste, dass die Wahrheit dem Obdachlosen erst im allerletzten Moment dämmern durfte. Denn wenn die Leute die Hoffnung verloren, verhielten sie sich unberechenbar und kooperierten nicht mehr. Sie machten dicht, gaben auf und fügten sich in den Tod. Dazu durfte es nicht vorzeitig kommen. Wahren wir also den Schein. Der Obdachlose hatte spröde Lippen und Student Nummer fünf wusste, dass ihm vor Angst die Kehle ausgedörrt war. Als er ihn am Abend aufgelesen hatte, bedurfte es keiner großen Überredungskünste, um ihn bis zur Bewusstlosigkeit betrunken zu machen. Dieses Detail in seinem Plan entbehrte nicht der Ironie, da Timothy Warner dieser Dämmerzustand zweifellos bestens vertraut war. Es zeugte von Witz, das bei seiner kleinen Inszenierung ein Trinker den anderen tötete. Er köpfte eine weitere Flasche Bier und hielt dem Mann die kalte Flasche an die Lippen. Der Obdachlose schluckte gierig. Besser? Der Mann nickte. Was Scharfes hinterher? Student Nummer fünf hielt eine große Flasche billigen Whisky hoch. Wieder nickte der Gefesselte und Student Nummer fünf goss ihm einen soffen? Wahrscheinlich das Vernünftigste, was er machen kann. Laut sagte er, tu, was ich dir sage, und es gibt noch mehr davon. Trotz seiner prekären Lage sah ihn der Obdachlose begierig an. Eine gute Vorstellung, das erwarte ich von dir. Ich will, dass du fünf, nein, mindestens zehn Minuten durchhältst. Ich weiß, das klingt lang, aber mach einfach nur weiter, keine Pausen. Hast du verstanden? Zur Bestätigung kniff der Mann die Augen zusammen. Sieh's mal so, du rufst um Hilfe. Diese Hilfe ist deine Rettung. Also, ich an deiner Stelle würde da nicht kleckern, sondern klotzen. Ich sag dir, mach was draus. Der Obdachlose schien sich der Herausforderung zu stellen. Okay, Achtung, fertig, los. Student Nummer fünf drückte die Aufnahmetaste an seinem Kassettenrekorder und sah auf die Armbanduhr. Rau wie Schmirgelpapier kam das erste Hilfe heraus. Mit ausladenden Gesten entlockte Student Nummer fünf dem Mann, wie ein Dirigent im Orchester, die ersten Töne, bis ihm die Worte aus der Kehle strömten. Aufrichtig, herzzerreißend, voller Panik, eine Arie der Verzweiflung. Die Fahrt vom Motel in der Nähe des Flughafens außerhalb von Hartford, Connecticut, nach Charlmont, Massachusetts, dauerte fast zwei Stunden. Doch nicht deshalb verging Andy Candy die Zeit wie im Schneckentempo. Es lag an der Landschaft, durch die sie kamen. Seit etwa zwanzig Minuten verlief die Strecke parallel zum Deerfield River, der in der frühen Morgensonne glitzerte. Morth hätte einiges von dem Massaker zu erzählen gewusst, zu dem es nicht weit von hier im 18. Jahrhundert gekommen war und bei dem die Ureinwohner aus dieser Gegend einige weiße Siedler auf unschöne Art niedergemacht hatten, doch schließlich wurde ihm klar, dass sich an diesem Morgen das Interesse an brutalen Gemetzeln aus grauer Vorzeit in Grenzen hielt. Sie kamen durch eine hügelige Gegend, in der sich Weideflächen mit Fichtenwäldern abwechselten und in der Ferne die Green Mountains von Vermont aufragten. Das krasse Gegenteil von Miami mit seinen Neonlichtern, der Mischung Verband. Andy Candy überlegte, was diese Landschaft so einmalig machte. Doch das einzige, was sich in Worte fassen ließ, war das beklemmende Gefühl, sich immer weiter von jeder Zivilisation zu entfernen und schutzlos ausgeliefert zu sein. Ideal, um abzutauchen, dachte sie mit wachsendem Unbehagen. Charmond war noch kleiner als erwartet. Eine heruntergekommene Tankstelle, eine Pizzeria, ein Kramladen, eine Kirche. Der Charme, den man etwas größeren alten Städten in New England nachsagte, ging diesem Ort gänzlich ab. Kein grüner Anger, keine stattlichen weißen Schindelhäuser aus dem 19. Jahrhundert. Nichts weiter als ein Straßendorf, das sich parallel zum Fluss hinzog, mit ein paar auf Wildwassersport spezialisierten Geschäften und einem nahegelegenen Skilift, der sich außerhalb der Saison als Seilrutsche anbot. Ein Kaff am Arsch der Welt. Susan Terry saß am Steuer. Sie fuhr auf einen Parkplatz vor einem roten Backsteingebäude mit einem hohen altmodischen zentralen Glockenturm, dem markantesten Bauwerk im Ort, und Sitz der Stadtverwaltung. Überlass das Reden einfach mir, sagte sie, als sie in eine Lücke einbog. Drinnen war es düster und kühl. Einem Verzeichnis mit den einzelnen Behörden entnahm sie, wo das Polizeirevier zu finden war. Susan stellte fest, dass die Flusspatrouille angehörte und wahrscheinlich darüber wachte, dass die Leute beim Kanufahren Schwimmwesten trugen. Auf dem Revier trafen sie auf zwei Polizisten, beide in Uniform, einen Mann in mittleren Jahren und eine Frau. Als Susan Terry mit Moth und Andy Candy im Schlepptau auf der Bildfläche erschien, sahen die beiden Beamten auf. Was kann ich für sie tun? fragte der Mann freundlich. Andy Candy vermutete, dass die Station inoffiziell auch als Touristeninformation fungierte und behilflich zu sein. Ab Oktober wimmelte es hier wahrscheinlich von Laubbeobachtern, die das grandiose Farbenspiel der herbstlichen Wälder lockte. Susan Terry zückte ihre Marke. Sie sprach freundlich, mit einem gewinnenden Lächeln, kam jedoch sofort zum Punkt. Bitte entschuldigen Sie, dass wir hier ohne Vorwarnung so hereinschneien, sagte sie, aber wir bräuchten ein bisschen Unterstützung. Ich bin bei der Bezirksstaatsanwaltschaft Dade County und ein Bewohner ihrer hübschen Stadt ist ein potenzieller Zeuge bei einer schweren Straftat, in der wir ermitteln. Möglicherweise wird er versuchen, eine Aussage zu umgehen und ich glaube, wir sind darauf angewiesen, dass uns ein Beamter ihrer Station zu seinem Haus begleitet, damit wir ihn gründlich befragen können. Die Lügen gingen ihr leicht über die Lippen. Nach Moths einschlägiger Erfahrung entwickelte man diese Fähigkeit bei Alkohol- oder Drogensucht. War es einem erst zur zweiten Natur geworden, sich selbst in die Tasche zu lügen, machte man auch anderen locker etwas vor. Der Polizist von Charlemont nickte. So eine Ersuchen haben wir nicht alle Tage, sagte er. Sind Sie sicher, dass Sie sich nicht lieber an die Staatspolizei wenden wollen? Die haben hier gar nicht weit eine Kaserne. Aus juristischer Sicht ist die örtliche Behörde vorzuziehen. Ja, verstehe. Um was für eine Straftat geht es denn? Um Mord. Für einen Moment verschlug es dem Mann und der Frau die Sprache. Wir hatten hier noch nie einen Mord. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste, sagte der Mann. Soweit ich mich entsinne, nicht einmal jemanden, der in einen Mord verwickelt gewesen wäre. In Miami ist das unser täglich Brot, sagte Susan beschwingt. Und wer sind diese beiden jungen Leute? fragte der Polizist und deutete auf Morth und Andy. Die anderen Zeugen. Wir brauchen eine Gegenüberstellung mit dem Burschen da oben. Ist der tatverdächtig? Nicht direkt, aber für die Lösung meines Falls unverzichtbar. Rechnen Sie damit, dass er Schwierigkeiten macht? Susan zuckte lächelnd die Achseln. Wer ist schon scharf darauf, bei Ermittlungen zu einem Kapitalverbrechen zu helfen, besonders wenn es in einem anderen Bundesstaat begangen wurde? Beide Polizisten nickten, das leuchtete ein. Sie möchten also, dass wir mit uns rüberfahren, ja, an die Tür klopfen, mir, falls nötig Rückendeckung geben, ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, falls sich der Bursche da als maulvoll erweist, die Muskeln spielen lassen weiter nichts. So wie sie es schilderte, klang die Sache nach einer kurzen Diskussion über ein nichtbezahltes Strafmandat für Geschwindigkeitsübertretung, während sie im Kopf blitzschnell die verschiedenen Komplikationen durchging, mit denen zu rechnen war. Flucht oder Abwesenheit, vielleicht auch Aussageverweigerung und eine zugeknallte Tür. Ein Schusswechsel? In Wahrheit hatte sie keine Ahnung, was sie erwartete. Doch es konnte in keinem Fall Schaden, einen uniformierten Polizisten dabei zu haben. Eine beharrliche Stimme in ihr wünschte sich sogar ein Einsatzkommando der Marines. Im Lauf ihrer Dienstjahre hatte sie jede Menge Kriminelle zu Gesicht bekommen, allerdings stets in einer Situation, in der sie am längeren Hebel saß, sei es im Gerichtssaal oder wenn der gelinquent bereits hinter Gittern war. Immerhin hoffte sie, das Überraschungsmoment und die Überzahl auf ihrer Seite zu haben. Sie ahnte nicht, wie falsch sie mit dieser Einschätzung lag. Ja, können wir gerne machen. Wo soll's denn hingehen? Der Name des Burschen lautet Monroe, wohnt draußen in einem dieser Wohnmobile in der Zor Road, beliebte Stelle zum Forellen Angeln. Wir kennen die Gegend, meldete sich die Polizistin zu Wort. Sie kennen den Mann? Nicht direkt, nahm ihr der Kollege das Wort aus dem Mund. Andy Candy vermutete, dass sie verheiratet waren. Von Zeit zu Zeit sieht man den Mann in seinem Truck. Wir sind eine kleine Stadt, da kennt jeder jeden. Lässt sich nur sporadisch hier blicken, wohnt vermutlich die meiste Zeit wo anders, auch wenn er nicht Ich auch nicht, pflichtete die Frau bei. Ich hasse diese Wohnmobile. Feuerfallen und riesige Satellitenschüsseln, absoluter Schandfleck in der Landschaft. Ich wünschte, die Stadtverwaltung würde denen einen Riegel vorschieben. Wenn wir überhaupt mal da raus müssen, dann wegen häuslicher Streitlichkeiten. Sie wissen schon, Daddy hat über den Durst getrunken und trischt auf die Frau und die Kinder ein. Die meisten Der Mann nickte. Also unser Kollege, der Neue, fährt gerade Streif und langweilt sich wahrscheinlich zu Tode. Ich ruf ihn mal an. Donnie ist gerade erst zwei Wochen bei der Polizei. Wir sind insgesamt ja nur zu viert. Aber die Erfahrung kann ihm nicht schaden. Das wäre großartig, sagte Susan Terry. Sie konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der junge Donnie vorerst für die So hatte ich mir den Ausgang nicht gedacht. Aber nach allem, was passiert ist, sehe ich keinen anderen Weg. Das war alles nicht meine Schuld. Aber diejenigen, die Schuld waren, haben bekommen, was sie verdienten. Student Nummer fünf hatte jedes Wort mühselig mit links geschrieben, bevor er das Blatt auf das Armaturenbrett seines Pickups legte. Ein gewiefter forensischer Handschriften-Experte würde den Trick vermutlich durchschauen, doch er bezweifelte, dass es sich die örtliche Polizei mit ihrem kümmerlichen Budget leisten konnte, eine Koryphäe aus der Großstadt hinzuzuziehen. Bevor er in das Wohnmobil zurückkehrte, nahm er sich die Zeit auf dem Boden seines kleinen Lasters, ein dutzend leuchtend rote Pseudo-Ephedrin-Tabletten zu verstreuen und auf dem Beifahrersitz ein leeres Päckchen Backsoda zu hinterlassen. Aus dem Schlafzimmer hörte er gedämpftes Husten, doch er sah sich nicht danach um, sondern fixierte den Weg, auf dem sie kommen mussten. Er hatte überlegt, wie er eine Art Frühwarnsystem installieren könnte, doch etwas Verlässliches war ihm nicht eingefallen und so blieb ihm nichts anderes übrig, als sich auf die Lauer zu legen, obwohl er müde war und von der Knochenarbeit wie auch von der nervlichen Anspannung jeden Muskel einzeln spürte. Timing war zweifellos der alles entscheidende Faktor. Drei Minuten, vielleicht auch vier, oder auch etwas weniger, oder mehr? Unwahrscheinlich. Sie fahren vor, halten an, steigen aus, inspizieren die Vorderseite, treten heran. Während er sich die Szene bildlich vorstellte, zählte er die Sekunden. Dann ging er noch einmal akribisch den ganzen Ablauf durch. Das Ganze hatte etwas von der Planung eines Spielzugs im Football. Du läufst in diese Richtung, du da drüben außen herum, so wie wir es abgestimmt haben. Offensives Spiel, Verwirrung bei der gegnerischen Verteidigung. Er schmunzelte. Football-Trainer hämmerten ihren Spielern unablässig ein, da, wo sie hingestellt waren, ihr Bestes zu geben. Alle auf einer Wellenlänge, lautete das abgedroschene Sprüchlein. Student Nummer Fünf hatte jede Aktion, mit der errechnete pantomimisch inszeniert und die Zeit gestoppt. Am Ende kam er auf vier Minuten. Das Einzige, was ihn ein wenig nervös machte, war der Umstand, dass ihm kein Spielraum für unvorhergesehene Zwischenfälle blieb. Wenn ihn seine Morde eines gelehrt hatten, dann, dass man immer mit dem Unerwarteten rechnen musste. Du hast alles sorgfältig vorbereitet, redete er sich gut zu. Es wird genauso ablaufen wie geplant. Am Kauft. Hinzu kamen ein halbes Dutzend 15 Liter Benzinkanister aus Kunststoff, etliche Flaschen aus Glas und einige Meter Plastik Schlauch. Alle Anschaffungen hatte er über das ganze Wohnmobil verteilt, dass sie auf Anhieb nicht zu sehen waren. Der große Standventilator diente dem Zweck, Gase und Gerüche in kürzester Zeit im gesamten Innenraum zu verteilen. Der Wohnwagen wird scheinbar zum Meth-Labor umfunktioniert, einfach und wirkungsvoll. Eine naheliegende Idee für jemanden, der in dieser gottverlassenen Gegend haust. In seinem Kopf blitzte eine Szene aus Sprung in den Tod auf, in der James Cagney auf dem Dach eines brennenden Öltanks steht und ruft »Ich hab's geschafft, Ma!« Als er wieder aufblickte, sah er in einiger Entfernung zwei Fahrzeuge, die näher kamen, einen Streifenwagen der örtlichen Polizei, gefolgt von einem kleinen, unscheinbaren Pkw, in dem er drei Gestalten erkennen konnte. Jetzt, ohne auch nur einen Moment zu zögern, trat er in Aktion. Der junge Donnie im Streifenwagen war in Charmant aufgewachsen und hatte vor gerade einmal vier Wochen die Polizeischule abgeschlossen, nachdem er unversehrt von zwei Einsätzen der Armee in Afghanistan zurückgekehrt war. Die Entscheidung, beim Revier seiner Heimatstadt anzuheuern, statt eine ambitioniertere und abwechslungsreichere Laufbahn bei der Staatspolizei anzustreben, war ihm nicht leicht gefallen. Er konnte immer noch nicht sagen, ob er die Weichen richtig gestellt hatte. In ihrem kleinen Team lief sein Job im Wesentlichen darauf hinaus, Ortsunkundigen, denen entging, dass in Charlemont ein 25-Meilen-Tempolimit vorgeschrieben war, Strafzettel auszustellen. Nicht selten musste er Schülerklicken, beim Grasrauchen in einem dunklen Winkel hinter der Kirche aufscheuchen und ab und zu bei einem alkoholisierten Ehestreit den Schiedsrichter geben. Wenn er sich seine Zukunft vorstellte, sah er einen kontinuierlich wachsenden Talienumfang, ein bescheidenes Haus, eine Ehefrau, die als Tagesmutter die Familienkasse aufbesserte, zwei Kinder und Jahr ein Jahr aus dasselbe einerlei. Bei dieser Aussicht kam keine Freude auf. Als er überfunk den Beglückwünschte er sich. Endlich etwas nach seinem Geschmack, so wie er sich die Arbeit als Gesetzeshüter vorgestellt hatte. Er war noch nie in Miami gewesen. In seiner Vorstellung war die Metropole von ewiger Sonne, schwüler Hitze und jeder Menge Kriminalität geprägt, sodass sich die dortige Strafverfolgung tagtäglich mit den rätselhaftesten Verbrechen herumschlug und es sich für die Cops gar nicht erst lohnte, ihre Seitenholz dazuzuschnallen. keine Langeweile auf. Die TV-Serien-Version entsprach zwar nicht ganz der Realität, lag aber auch nicht allzu weit daneben. Er nahm sich vor, die Staatsanwältin nach Stellenangeboten in County Day zu fragen, wenn sie mit der Befragung des Tatzeugen im Wohnmobil fertig war. Raus aus dem verschlafenen Nest, der verruchte Süden ruft. Er fuhr extra langsam, damit das Trio im Wagen hinter ihm mitkam. Über Funk meldete er sich im Hauptquartier. Hey, Sergeant, sagte er forsch. Wir treffen soeben am Zielort ein. Verstanden, kam die lakonische Antwort. Endlich geht was ab, dachte er. Ventilator einschalten, Wechseldrehung, ein surrendes Geräusch wie erwartet. Benzinkanister ausschütten, Flüssigkeit über den Boden verteilen, Propangasflaschen bis zum Anschlag öffnen, das Gas, das zischend austritt. Kontrolllampen am Herd ausschalten, den Schlauch herausreißen, durch den aus dem großen alten Tank draußen hinter dem Wohnmobil noch mehr Gas einströmt, Küche kurz vor der Explosion, wie der geölte Blitz mit einem Vier-Liter-Krug hochprozentigem Wodka ins Schlafzimmer rennen, dem Obdachlosen über den Kopf schütten, die Propangasflasche im Rücken des Obdachlosen, wo er sie nicht sehen kann, öffnen, weiter alles mit Benzin begießen, den Boden, die Wände. Schnell, schnell, schnell. Also, Kumpel, aber noch ehe der Mann einen Mucksa von sich geben konnte, stopfte ihm Student Nummer Fünf einen benzingetränkten Lappen in den Mund und knäbelte ihn. Jetzt dämmert es dir. Keine Chance. Von Anfang an nicht vorgesehen. Er ersparte sich den Anblick der Panik im Gesicht des Mannes und drehte sich um. Er nahm vier Votivkerzen, zündete sie an einem Streichholz an und hoffte, dass die Dämpfe, die sich bereits im ganzen Raum ausbreiteten, vorerst keine Explosion auslösten. Als er sah, dass seine Prognose richtig war, atmete er erleichtert auf. Die Kerzen stellte er dem Mann auf die schlotternden Knie. An deiner Stelle würde ich die nicht umkippen lassen, riet ihm Student Nummer Fünf. An dieser Aufgabe würde jeder scheitern, dachte er. Mach dir nichts daraus, du kannst nichts dafür. Er schaltete das Tonbandgerät ein, jammervolle Hilferufe halten durch den Raum. Schließlich nahm er die Linte verknotete Angelschnur, befestigte das andere Ende sorgfältig an der Klinke der Schlafzimmertür und schob die Tür vorsichtig zu. Nichts wie weg. Die stürmen die Bude an der Vorderseite. Eine Minute oder zwei, drei. Er kam mit dem Zählen durcheinander und hoffte, dass seine Testläufe dem Realfall entsprachen. Fast fühlte er sich wie ein 100-Meter-Sprinter vor dem Startschuss. Stunden, Tage, wochenlange Vorbereitungen, jahrelanges Training für noch einmal um. So geräuschlos wie möglich huschte er zur Hintertür hinaus. Kein Knarren, keine quietschenden Scharniere, keine eiligen Schritte auf der Holzterrasse. Heimlich und verstohlen. Das war der einzige Moment, den er gefürchtet hatte. Er baute darauf, dass die Besucher nicht daran dachten, die Rückseite zu sichern. Für jeden Profi wäre das eine Selbstverständlichkeit. Doch nicht für einen Geschichtsstudenten und seine Ex-Freundin. Sie waren keine Mörder, ebenso wenig Bullen. Allenfalls war es der Staatsanwältin zuzutrauen, vorausgesetzt, sie traf mit einem gewaltigen Polizeiaufgebot ein. Tat sie aber nicht. Quer über das Grundstück ins Gebüsch, rechtslang, bleib geduckt, mucksmäusenstill, unsichtbar. Er musste an den unverhofften Besuch des Bären denken. Nicht so tapsig, wenn ich bitten darf. Er bahnte sich durch dornige Zweige und spitzes Geäst, an denen er mit den Kleidern hängen blieb, seinen Weg. Finde den Kajak in dem Versteck im Gebüsch unten am Fluss. Paddle stromabwärts bis zu dem Picknickplatz, wo dein Leihwagen steht. Wisch dich sorgfältig von unten bis oben, mit parfümierten Reinigungstüchern sauber, bis der Benzingestank weg ist. Pack deine ganze Kleidung, besonders die Schuhe, in einen extra starken Plastiksack. Vergiss nachher nicht, ihn in den großen Müllcontainer am McDonald's kurz vor der entgegengesetzter Richtung an dir vorbei jagen werden. Auf nimmer Wiedersehen, Mr. Monroe. Hat Spaß gemacht, so viele Jahre lang du zu sein. Aber deine Zeit ist um. Dein Haltbarkeitsdatum ist abgelaufen. Auf nimmer Wiedersehen, altes, klabriges Wohnmobil. Und auf nimmer Wiedersehen, Neffe, Freundin und Staatsanwältin. Akte geschlossen. Jetzt fängt ein neues Kapitel an. Im Auto lud Susan Terry durch. Sie hegte einen heiligen Zorn auf den Mann in dem alterswachen Wohnmobil, der ihr ohne Not das Leben ruiniert hatte und den sie jeden Moment hops nehmen würde, nachdem er jahrzehntelang ungestraft kaltblütig gemordet hatte. Bei dem Gedanken an die bevorstehende Konfrontation mischte sich Triumph in die Empörung. Duckt euch hinter die Autos, sagte sie. Bleibt, wo ihr seid, egal was passiert. Falls ihr mit eurem Verdacht richtig liegt, dann trifft er auch aus großer Entfernung, bietet ihm keine Zielscheibe, verstanden. Was hast du vor? fragte Andy Candy heise. Rausfinden, mit wem wir es zu tun haben, erwiderte Susan, und ihn in Untersuchungshaft nehmen, und dann kann er was erleben. Auch wenn ihre Antwort für einen Plan zu abstrakt klang, schwelgte Moth noch in dem Gefühl, dass bei dem, was er in Gang gesetzt hatte, endlich etwas Entscheidendes geschah. Doch in dem Moment, als die Ergreifung des Mörders unmittelbar bevorstand, verschlug es ihm die Sprache. Was hätte ein Mann vom Format eines Washington oder Jefferson oder Lincoln oder auch Eisenhower an seiner Stelle getan? Keiner der vier klugen Köpfe steuerte irgendeine Erkenntnis oder einen Ratschlag bei, oder half auch nur, seine Nerven zu beruhigen. Und noch etwas, sagte Susan. Sie klang aufgesetzt kühl. Sollte das hier gründlich in die Hose gehen, fordert über das Funkgerät im Streifenwagen Hilfe an. Egal was passiert, der Kerl darf uns nicht durch die Lappen gehen. Sie sah ihnen beiden in die Augen. Alles klar, fragte sie in einem Ton, der keinen Zweifel daran ließ, dass die Aufforderung ein Befehl war. Sie stiegen aus. Der Polizist Donnie stand bereits neben seinem Streifenwagen und blickte zur Vordertür des breiten Wohnmobils hinüber. Es herrschte eine solche Stille, dass sein erster Gedanke war, die Hütte steht leer. Doch im selben Moment schlug das Frühwarnsystem, das er sich in Afghanistan erworben hatte, Alarm. Er fuhr zu Susan herum und sah die Pistole in ihrer Hand. Oh Scheiße, brachte er heraus. Was zum Teufel? Dieser Mann könnte gefährlich sein. Sagten Sie nicht Zeuge? Schon. Vielleicht aber auch mehr als das. Donnie zückte die eigene Dienstwaffe und lud durch. Wenn Sie damit rechnen, dass es hier Probleme gibt, sollte ich Verstärkung anfordern. Haben Sie ein Haftbefehl? Susan schüttelte den Kopf. Das hier ist meine Show, die lasse ich mich nicht stehlen. In wenigen Minuten ist mein Leben wieder auf Kurs. Es sei denn, es kommt anders. Wir klopfen da jetzt an, sehen einfach, was kommt, aber seien sie verdammt auf der Hut. Donnie sah sie mit großen Augen an und schüttelte den Kopf. Ich weiß nicht recht, brachte er nur heraus. Wir sind hier und wir ziehen die Sache durch, entgegnete sie. Wenn wir jetzt den Schwanz einziehen, sehen wir den Kerl vielleicht nie wieder. Nach ihrer Erfahrung ballerten Mörder nicht gleich um sich, wenn sie reelle Aussichten hatten, sich herauszureden. Dieser Killer wusste genau, dass es so gut wie keine Beweise gegen ihn gab. Und das würde ihn zur Arroganz verleiten und ihm die Zunge lösen. Vor allem aber hatte der Sie warf einen letzten Blick über die Schulter. Morth und Andy Kandy duckten sich hinter den kleinen Wagen und auch wenn sie die Magnum 357 in Morth Hand nicht sehen konnte, vermutete sie stark, dass er ihn im Anschlag hielt. Dorni, dem Army-Veteranen, wurde in diesem Moment bewusst, dass es nirgends Deckung gab, was er gar nicht lustig fand. Er war bei seinen Einsätzen an klare eindeutige Befehle gewöhnt, aus dem Mund von Offizieren mit langjähriger Kampferprobung und so kam er sich plötzlich wie der letzte Dorftrottel vor, weil er sich auf ein Abenteuer einließ, das ein paar Nummern zu groß für ihn war. Andererseits blieb ihm offensichtlich keine Wahl. Er wollte auf Susan unbedingt einen guten Eindruck machen und agieren wie ein erfahrener alter Fuchs in Miami. Und so tat er erst einmal das einzige Vernünftige, was ihm in dieser irrwitzigen Lage einfiel. Er meldete sich bei seinem Sergeant in der kleinen Station. Sarge, hier ist Donnie, ich höre. Aus seinem Schulterfunkgerät war unter statischem Knistern und Knacken eine blecherne Stimme zu hören. Die Sache hier könnte etwas komplizierter werden, als einen unwilligen Zeugen zu einer Aussage zu bewegen, sagte er. Heißt das, du brauchst Verstärkung? Gehen wir, fuhr Susan ungeduldig dazwischen. Sie stachte auf das Wohnmobil und suchte nach irgendwelchen Lebenszeichen. Donnie nickte und sprachen sein Mikrofon. Bleiben Sie einfach in Bereitschaft. Er war ein Mann, der sich an Befehle hielt, und Susan hatte ihm gerade einen erteilt. Zusammen näherten sie sich vorsichtig der Eingangstür. Susan drängte sich der Gedanke auf, dass vielleicht in dieser Sekunde der Lauf einer Flinte auf ihre Brust gerichtet war. Sie rechnete mit dem Tod und hatte absolut kein Problem damit. Marth Onkel ging ihr plötzlich durch den Kopf, hätte darin den suizidalen Impuls erkannt. Doch an diesem Punkt zog sie unter ihre Reflexionen einen energischen Schlussstrich und richtete ihre volle Konzentration auf den Mann hinter dieser Tür. Mörder. Endstation. Donnie hingegen brach aus triftigem Grund der Schweiß aus. Im Bruchteil einer Sekunde fühlte er sich in den Häuserkampf zurückversetzt, bei dem er sich irgendwo im Niemandsland an eine Tonziegelhütte heranpirschte und die Chancen, dass im Türspalt anstelle eines neugierigen schüchternen Kindes der Lauf einer AK 47 erschien 50 zu 50 standen. Doch mit jedem Schritt wurde Donnie gefasster. Seine Nerven reagierten so empfindlich wie die Fühler eines Insekts. Sämtliche Sinne, Sehkraft, Geruchssinn und Gehör waren geschärft. Du warst Soldat, redete er sich gut zu, das hier ist nicht viel anders. Er schöpfte Zuversicht. Donnie drückte sich neben der Tür seitlich an die Wand und wollte gerade klopfen, als von drinnen jemand rief, Hilfe, Hilfe, bitte. Die Worte waren, wenn auch gedämpft deutlich zu verstehen. Er wechselte einen Blick mit Susan Terry, der den Hals vorregte und es ebenfalls hörte. Hier drin, schnell, helfen Sie mir bitte. Dreckskerl, sagte Donnie. Statt zu klopfen, hatte er die Hand am Knauf, nicht abgeschlossen. Er drehte den Knauf und öffnete die Tür einen Spalt. Er entsann sich, was sie ihm in der Polizei Akademie beigebracht hatten. Polizei, brüllte er. Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus. Zur Antwort drangen weitere flehentliche Hilferufe aus dem hinteren Teil des Wohnmobils. Er schob die Tür weiter auf. Polizei! Er überlegte, was er sonst noch sagen konnte, etwas, das Wirkung zeigte, doch auf Anhieb fiel ihm nichts ein. Kommen Sie heraus, keine falsche Bewegung, sonst stürmen wir das Haus! Und damit war sein Repertoire erschöpft. Donnie stieß die Tür weit auf und sofort schlug ihm der Geruch entgegen. Benzin und faule Eier. Zuerst achte er an den stechenden Geruch einer verkohlten Leiche, die man nach einer Bombenexplosion in der Sonne liegen gelassen hatte, doch dann wurde ihm klar, worum es sich in dieser ländlichen Idylle handeln musste, Austreten des Propangas. Götiger Himmel, sagte er. Hilfe! Die angsterfüllte Stimme wurde lauter, schriller. Donnie blickte sich zu Susan um. Warten Sie hier, sagte er. Vergessen Sie's, antwortete sie. Die eine Hand legte sie über Mund und Nase, mit der anderen hielt sie ihre Pistole schussbereit. Beide Hände an der Waffe trat Donnie halb geduckt ins Innere der Behausung. Sein Blick fiel auf den rotierenden Ventilator, doch er suchte den Raum nach etwas anderem ab, was sich bewegte. Eine Menschen, eine Schusswaffe, die sich auf ihn richtete, eine Hand mit einem Messer, die zum Stoß ausholte. Bitte, bitte, bitte! Die Rufe wollten kein Ende nehmen. In der Richtung, aus der sie kamen, musste das Schlafzimmer liegen. Immer noch geduckt, ging Donnie an dem gerümpel vorbei langsam auf die rückwärtige Tür zu, während er glaubte, an dem Gestank zu ersticken. Vorsichtig legte er die Hand auf die Klinke, während er mit der Waffe in der rechten Susan ein Zeichen gab, sich hinter ihm zu halten. Dann zog er die Tür langsam auf. Ein Gewehrschuss, eine Explosion. Andy Candy stieß einen spitzen Schrei aus. Moth erstarrte vor Entsetzen, bevor er sich tiefer hinter den Wagen duckte und versuchte Andy Candy mit seinem Körper Deckung zu geben. Eine zweite Explosion zerriss die Luft von einer solchen Wucht, dass es sie beinahe umriss. Wie von Ferne hörte Moth, dass er schrie und vor Schock und Angst einen Schwall Verwünschungen von sich gab. Dem ersten Impuls, Andy Candy zu beschützen, folgte ein anderer Drang. In ungläubiger Faszination hob er den Kopf. Was vor seinen Augen geschah, lief wie auf einer Kinoleinwand ab. Aus dem hinteren Teil des Wohnwagens kamen zwischen dichten, dunklen Rauchschwaden Stichflammen aus dem Dach, klirrend zersprangen die Fensterscheiben. Wie hypnotisiert rührte sich Moth sekundenlang nicht vom Fleck. Dann rief er »Bleib hier« und zu seinem eigenen ungläubigen Staunen sprang er hinter dem schützenden Wagen hervor und rannte zu der brennenden Hütte. Zum Schutz vor einem Feuerregen oder spitzen Geschossen, die auf ihn niedergehen könnten, legte er die Arme über den Kopf. Andy Kandy tat nicht, was er ihr gesagt hatte. Kaum war Moth losgerannt, war sie in geduckter Haltung mit wenigen Sätzen an der Beifahrertür des Streifenwagens und riss hier auf. Das Funkgerät hing vor Augenblicklich meldete sich eine Stimme über Funk. Wer spricht da? Wir waren heute Morgen da, mit ihrem Officer an dem Wohnmobil, am Fluss. Sie musste verworren klingen, doch ihr Ton war unzweideutig. Was ist passiert? Eine Frauenstimme, sehr ruhig, was Andy Kandy schockierte. Eine Explosion, es brennt, wir haben einen Schuss gehört. Wo ist Donnie? Weiß nicht, noch da drin. Eine dritte Explosion. Gibt es Verletzte? Andy Kandy wusste es nicht, doch es konnte gar nicht anders sein. Ja, ja, schicken Sie sofort Hilfe. Bleiben Sie, wo Sie sind. Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen sind zu Ihnen unterwegs, sagte die körperlose Stimme. Andy blickte auf und sah, wie sich Moth durch die Flammen, die um die Eingangstür züngelten, ins Innere kämpfte. Nein, schrie sie, als er aus ihrem Blickfeld verschwand, doch es war niemand da, der sie hören konnte. Die Druckwelle der ersten Explosion hatte Susan Terry mit einer solchen Wucht nach hinten geschleudert, dass sie gegen eine Kommode krachte und sich an zwei Stellen den Arm brach. Sie war nicht mehr in der Lage klar zu denken. Die zweite Explosion schien die Luft über ihr zu versengen. Die Sie registrierte, dass sie unerträgliche Schmerzen hatte und halb auf dem Rücken lag. Das Wenige, was sie im Rauch und zwischen den Flammen erkennen konnte, drehte sich. Zuerst glaubte sie, den jungen Donny, der nicht weit von ihr lag, hätte es erwischt. Sie wollte den Arm nach ihm ausstrecken, doch ihr rechter Arm gehorchte ihr nicht, und der linke fuchtelte nutzlos in der Luft. Sterbe ich gerade? Hier? In diesem Moment? fragte sie sich verwundert. Alles lief in Zeitlupe ab. Sie konnte nicht sagen, wie lange es gedauert hatte, bis sie sah, wie sich der Polizist regte, als hätte er sich tapfer gegen eine Ohnmacht gewährt. Er kam auf die Knie, ein erstaunlicher Kraftakt, wie sie fand, zu dem sie nicht in der Lage war. Sie hatte nur den einen Wunsch, die Augen zu schließen und sich der Hitze und dem Getöse in ihrem Kopf zu ergeben, Güterzüge und Düsenflugzeuge. Als er auf Knien zu ihr herüberkroch, wusste sie nicht, was er damit bezweckte. Sie konnte sich ihre Lage nicht erklären, sie wusste, dass sie unter Schock stand, aber nicht, was dieser Zustand mit ihr machte. Röchelnd atmete sie Rauch ein, sie hustete, glaubte keine Luft mehr zu bekommen und konnte nicht sagen, ob sie geschehen hatte. Sie sah, dass der Polizist die Lippen bewegte, begriff jedoch kein Wort, als redete er in einer Fremdsprache, die sie nicht verstand. Und dann spürte sie, wie sie sich bewegte. Das war verwirrend, denn sie wusste, dass sie ihre Glieder nicht steuern konnte und ihre Muskeln nicht reagierten. Als hätte ihr die erste Explosion sämtliche Sehnen im Körper zerrissen, fühlte sich ihr ganzer Körper schlaf und wie aus Gummi an. Es hätte sie nicht allzu sehr erstaunt, wenn sie bereits tot wäre. Sie brauchte eine Weile, bis sie begriff, dass Moth sie im Rücken an der Bluse gepackt hatte und sie zum Ausgang zerrte. Die Schmerzen in ihrem Arm zuckten ihr wie Stromschläge bis in den Kopf, als stieße ihr jemand gespitzte Pflöcke ins Fleisch und sie holte auf. Als der junge Dorney Moth zu Hilfe kam, sie an der Schulter packte und die beiden Männer sie mit vereinten Kräften über den Boden schleiften, dankte sie es ihnen mit lauten Schmerzensschein. Susan konnte zwar den Ausgang nicht sehen, wusste aber, dass die beiden sie aus dem Flammen Meer zerrten, das wie ein Jackson Pollock aus Feuer über Decken und Wände züngelte. Der Tod kann schön sein, dachte sie. Dass ihr in diesen Sekunden das Leben gerettet wurde, begriff sie nicht.